Hallo, ich bin Li und heute hören wir 10 der schönsten deutschen Märchen verschiedener Autoren. Möchtest du keines der Hörbücher auf meinen beiden Kanälen mehr verpassen? Dann klick einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video und hole dir zwei gratis Abos. Prinz Goldfisch und das Fischermädchen Es war einmal ein junger Königssohn, der war schön von Gestalt und von Herzen gut. Jedermann freute sich, wenn er ihn nur sah. Ja, es hatte sogar eine stolze Wasserfee, die in dem nahen Wald ihr Wesen trieb, ihn sehr lieb gewonnen. Und sie wünschte nichts sehnlicher, als dass er sie zur Frau nähme. Wenn der junge Königssohn durch den Forst auf die Jagd tritt, trat sie ihm in den Weg und redete ihn freundlich an. Er aber konnte ein für allemal die Fee nicht leiden. Daher drehte er dann auch dieser jedes Mal den Rücken, sobald er sie nur von fern erblickte. Weil nun die Fee im Guten die Zuneigung des Prinzen nicht gewinnen konnte, so versuchte sie, mit ihren Wunderkünsten ihn dazu zu zwingen. Als er einmal auf der Jagd sich verirrt hatte, lockte sie ihn in ihr Zaubertal. Und wie er dort in einem einsamen See badete und beim Baden unter das Wasser tauchte, verwandelte sie ihn in einen Goldfisch und zog ihn hinab in ihr Reich. Sie schwor ihm nicht eher, die menschliche Gestalt wiederzugeben, als bis er ihr verspreche, dass er sich mit ihr vermählen wolle. Übrigens hatte sie ihm den Aufenthalt da unten so angenehm wie möglich gemacht. Er fand unter dem Wasser alles, wie er es nur zu Hause gehabt hatte. Schloss und Garten und Hofgesinde, und auch waren die Goldschuppen, mit denen er bekleidet war, so köstlicher Art, wie kein anderes Metall noch kein Edelstein auf Erden. Denn die Fee hatte darin ihre wertvollsten Zaubermittel verwendet. Doch was half das dem verwandelten Prinzen? Er war doch immer nur ein Fisch, und ehe er die Zauberin zur Frau genommen hätte, wäre er lieber gestorben. Nun kam es bisweilen vor, dass die Fee in fernen Ländern wichtige Angelegenheiten zu besorgen hatte und dann auf einige Monate ihr Reich verlassen musste. In solcher Zeit war es, wo einmal an einem hellen Main Tage Prinz Goldfisch an die Oberfläche des Sees heraufkam, um sich in der schönen Frühlingssonne seinen Kummer ein wenig zu verschwimmen. Wie er so still und traurig durchs Wasser zog, sah er im Schilf am Ufer einen grauen Kranich stehen, der ihn mit scharfen Blicken beobachtete. Sollte der mich fressen wollen, dachte der Fisch und wollte zuerst schnell untertauchen. Dann sprach er, nein, der kommt mir gerade recht, denn ich bin meines Lebens überdrüssig. So schwamm er denn schnell zu dem Kranich hin und sprach zu ihm, du, friss mich. Der aber machte ein ganz freundliches Gesicht und sprach, Prinz Goldfisch, nur Mut, nur Mut, ich bin dein Freund und nicht dein Feind. Noch gibt es ein Mittel, das dich von deiner Fischgestalt erlösen kann, aber es ist schmerzhaft. Nenne es mir, rief der Fisch mit Hass, denn beim näheren Anblick des Kranichs fasste er Vertrauen zu ihm. Der Kranich erwiderte, merk auf, es wird eine kommen, die wird dir gefallen, du wirst ihr gut sein, sie wird dich steinigen. Als Fisch wirst du sterben, als Prinz wirst du leben. Doch die Goldhaut, die Goldhaut, die nimm mit dir, gar mächtige Zauberkraft steckt in ihr. Wenn die Fee sie bekommt, wirst du es beklagen. Ade, nun, ade, mehr darf ich nicht sagen. Und nach diesen Worten erhob sich der Kranich und verschwand in den Lüften. Prinz Goldfisch merkte nun wohl, dass ein guter Geist in dem Vogel stecke. Neue Lebenslust erfüllte ihn. Die dunklen Worte des Kranichs gaben ihm vielen Stoff zum Nachdenken, und mit Sehnsucht sah er dem Tage entgegen, der ihm Befreiung bringen sollte. In demselben Lande, wo dieses geschah, stand am Meeresstrande da, wo ein Bach aus dem Walde sich in den See ergoss, eine einsame Hütte. In der Hütte wohnte ein armer alter Fischer mit seiner Tochter, und die hieß Elsbeth. Sonst pflegte der Mann jede liebe Nacht, wenn Fischenszeit war, auf den Fang in den See zu fahren, aber auch am Tage ging er wohl bisweilen mit der Angel in den Wald und holte sich da aus dem Bache die schönsten Forellen und Schmerl. Mit den gefangenen Fischen pflegte er dann, von Zeit zu Zeit auf den Markt nach der Hauptstadt zu gehen, wo er einiges Geld dafür löste. Das war zwar sehr wenig, doch lebte er davon mit seinem lieben Kinde zufrieden und von Herzen froh. Jetzt war aber der arme Mann seit einiger Zeit erblindet und vermochte nichts zu verdienen. Da entschloss sich Elsbeth, die nun schon 16 Jahre alt war, des Vaters Geschäft zu betreiben, so viel es einem Mädchen in ihrem Alter eben möglich war. Sie war kräftig und flink, ob schon äußerst fein und zart, von schlanker Gestalt und lieblichem Antlitz. Eines Tages ging sie auch wieder mit Angel und Ness in den Wald, um im Bache zu fischen. Wohl zwei Stunden brachte sie dort an den gewohnten Stellen zu, doch kein Fisch wollte sich zeigen. Hm, geht's nicht hier, so geht's woanders, dachte sie und zog tiefer in den Wald hinein. Aber auch da wollte nichts kommen. So zog sie weiter und weiter, bis sie zu einer Stelle kam, wo das Wasser zwischen seltsamen, runden Wänden einen tiefen, dunklen Weiher bildete. Ringsum standen schöne Blumen und farbige Büsche, und das alles gab einen anmutigen Widerschein in dem dunklen Spiegel des Wassers. Es war Mittag, alles still in weiter Runde. Kein Lüftchen ging, kein Blättchen bewegte sich, und alle Vögel in den Bäumen schienen zu schlafen. Nur einige blaue Libellen flatterten über dem Wasser hin und her und sogen hier und dort an den gelben Wasserlilien und den weißen Seetulpen. Nicht weit vom Ufer ragte ein weißer, plattgewaschener Stein aus der Flut heraus, gerade als wäre zu einem bequemen Sitz eingerichtet. Mit leichten Sprüngen hüpfte Elsbeth über die Kiesel zu dem Stein hin, setzte sich darauf, warf ihre Angel aus und sagte mit klarer Stimme ihren Lockspruch. »Fischchen, komm schnell! Sonne scheint hell! Mückchen im Sonnenschein wartet hier obendrein! Mückchen ist zart und frisch! Hol's dir, du schöner Fisch!« Kaum war die Schnur im Wasser, so biss auch schon etwas an, und wie sie's heranzog, war's ein Goldfisch. Als Elsbeth ihn von der Angel losmachen wollte, sah sie, dass er sich nicht am Haken, sondern in die Schnur eingebissen hatte. Auch ließ er sich ohne Sträuben von ihr in die Hand nehmen. Er schaute sie mit seinen klaren, klugen Augen lange an. »Was siehst du mich denn so an, du hübscher Fisch?« sprach Elsbeth und freute sich über den Glanz seiner Schuppen. »Ich bin dir gut,« antwortete ihr der Goldfisch, »und ich will dich glücklich machen.« Elsbeth erschrak und warf ihn ins Wasser zurück. Das Tier aber rief wieder von unten, »und, wenn du mir nicht glaubst, so hebe das große Blatt der Seetulpe auf, das rechts von deinem Stein sich über das Wasser legt. Dort schau hinunter!« Mit diesen Worten schoss der Fisch in die Tiefe. Elsbeth wunderte sich ein wenig über dieses seltsame Abenteuer. Bald aber gefiel ihr die Sache, und sie tat, wie jener ihr geheißen. Als sie das gewaltige Blatt aufhob, sah sie wie durch einen Kristall tief auf den Grund des Sees. Ein klares Licht ergoss sich durch das Wasser. Da schaute sie Wunder über Wunder. In einem blühenden Garten stand ein Königsschloss, und vor dem Schloss zwei Thronsessel von weißem Samt. Auf dem einen lag der Goldfisch, der andere stand leer. Auch sah sie Ritter und Fräulein durch die Hecken da unten ziehen und vor dem Goldfisch sich neigen. Von dem Stein, auf dem Elsbeth saß, führte eine kristallene Treppe hinunter zu dem Schloss. Und auf jedem Absatz der Treppe standen Hagen, die sahen nach ihr hinauf, als warteten sie ihres Winkes. Das sah alles so schön aus, dass Elsbeth sich gar nicht satt daran sehen konnte. Nach einiger Zeit bemerkte sie, wie der Goldfisch sich von seinem Thronsessel erhob und an die Oberfläche des Wassers heraufgeschwommen kam. Wieder sah sie so freundlich an und rief, Elsbeth, verlass deinen Vater und deine arme schlechte Hütte und komm zu mir herunter. Da sollst du auf dem Thronsessel, den du gesehen hast, neben mir sitzen und deine Prinzessin sein. Und ich will dir Freuden schaffen, soviel das Jahr Tage zählt. Ei, du nichtsnutziges Tier, rief Elsbeth in höchstem Zorn. Mein Vater soll dich verlassen? Da, nimm die Antwort auf deine dummen Reden! Und dabei ergriff sie den nächsten Kieselstein und warf ihn dem Fisch an den Kopf. Der Fisch und der Stein plumpsten ins Wasser, aber in demselben Augenblick erhob sich ein Wirbelwind und die Wellen des Sees spritzten mit weißem Schaum hoch in die Luft. Tief aus dem See herauf erscholl ein durchdringender Ton. Er ist wehmütig und klagend, als wollte er einem das Herz mitten in zwei schneiden. Dann aber erklang es wieder wie das lustige Flöten und Schalmein, bis endlich auch diese Töne schwiegen. Die Wellen besänftigten sich, und das Wasser war so still und dunkelgrün als zuvor. Nun sah Elsbeth auch den Goldfisch wieder aus dem Wasser tauchen. Er schwamm aber nicht wie vorhin, sondern lag auf der Seite. Und als sie näher hinschaute, warst nur die Haut des Tieres, weder Fleisch noch Gräten darin. Schnell griff sie mit der Hand danach und hatte eben die Fischhaut über das Wasser hervorgezogen, als das große Blatt der Seetulpe neben ihr sich erhob und ein weißer Menschenarm darunter herauffuhr, der ebenfalls nach der Schuppenhaut greifen wollte. Aber schon hatte das Mädchen diese in ihre Schürze verborgen, und die weiße Hand zog sich wieder unter das Wasser zurück. Elsbeth sprang nun schnell von ihrem Steine wieder ans Ufer und machte, dass sie so rasch wie möglich aus dem Walde kam. Es war ihr doch an dem See recht unheimlich zumute geworden. Erst als sie den Wald hinter sich hatte, nahm sie die Schuppenhaut aus ihrer Schürze hervor. Oh, wie war die schön! Wie funkelte sie im Lichte! Der Glanz schien wie lauter Abendgold und Abendröte. Es war wundervoll zu sehen. Und doch war Elsbeth auch wieder recht von Herzen traurig, wenn sie daran dachte, dass sie aus bloßer Übereilung den armen Fisch totgeworfen hatte. Der hat es vielleicht mit seinen dummen Reden gar nicht so böse gemeint. Das Mitleid trieb ihr sogar die Tränen in die Augen. Als sie nach Hause kam, wollte sie erst dem Vater alles erzählen, was ihr begegnet war. Jedes Mal aber, wenn sie davon anfangen wollte, war es ihr wieder, als wenn ihr eine Stimme zurief. Elsbeth, tu's nicht! So verschloss sie denn die Schuppenhaut heimlich in ihre Kiste. Sie hoffte dieselbe ihrer seltenen Schönheit wegen, in der Hauptstadt für ein paar Groschen verkaufen zu können und dem Vater eine unverhoffte Freude zu machen. Wenige Tage, nachdem sich dies zugetragen hatte, war in den Städten und Dörfern des Landes großer Jubel. Herolde und Boten ritten auf allen Straßen umhe und verkündeten dem Volke, der junge Königssohn, der vor längerer Zeit auf der Jagd, man wusste nicht, wohin verschwunden war, ist in der Stadt wieder angekommen. Zugleich war's bekannt gemacht, dass er sich nun auch vermählen wolle, und zwar in der Art, wie das Gesetz des Landes es vorschrieb. Nach einem alten Brauche mussten dann nämlich die schönsten und reichsten Mädchen des Königsreichs alle nach der Stadt kommen. Ein Schiedsgericht musste bestimmen, welche von diesen die allerschönste und zugleich die allerreichste sei. Und mit dieser feierte dann der Prinz nach drei Tagen seine Hochzeit. Da gab es nun überall, wo die Boten hinkamen, einen großen Lärm. Jedes Mädchen, das nur irgendein niedlich Näschen oder ein paar pfiffige Augen im Kopf hatte und dabei hoffertig und eitel war, hielt sich für das Allerschönste. Aber selbst die Hässlichen dachten bei sich, kein Mensch sei ja vollkommen, und außer einigen kleinen Schönheitsmängeln seien sie doch viel schöner als andere, andere, die zwar regelmäßige, aber sehr langweilige Gesichter hätten. Und dachten das nicht die Töchter, so dachten es doch manche ihrer Mütter. Was aber den Reichtum betraf, so verkauften die Herren Väter so schnell es nur ging ihre Häuser und Gärten, Wald und Feld, um nur reiche Kleider und Karossen und Dienerschaft für ihre Töchter anzuschaffen. Denn natürlich musste jede in dem Schmuck, den sie bei diesem Feste trug, ihren Reichtum bekunden. Der letzte Tag des Monats war als der Termin bestimmt worden, wo in der Hauptstadt die große Festlichkeit stattfinden sollte. Von all diesen Neuigkeiten war nun in der stillen Fischerhütte am Meer nicht das geringste bekannt geworden. Wie sollte auch zu der einsamen Gegend die Kunde davon dringen? Zudem hatte Elsbeth in den letzten 14 Tagen nur so viel Fische gefangen, wie sie und der Vater zu ihrem Unterhalt bedurften und daher nichts nach der Stadt gebracht. Das war aber sehr traurig, denn ihr bisschen Geld war fast zur Neige. Da fiel dem Mädchen die kostbare Goldfischhaut ein, die sie in ihrer Kiste hatte. Das macht ihr wieder neue Hoffnung. Es war gerade der Abend vor dem letzten des Monats, als sie ihren Vater bat, er solle sie ein paar Tage nach der Stadt gehen lassen, um einige Einkäufe zu machen. Denn, dass es mit dem Gelde so schlecht stand, wollte sie dem armen Mann noch nicht sagen, um ihm nicht jetzt schon Kummer zu machen. Gern gab der Vater ihrer Bitte nach. Wie freute sich Elsbeth, wenn sie daran dachte, wie viel Freude sie mit dem Gelde machen könnte, das sie für die Schuppenhaut bekommen würde. Früh am anderen Morgen nahm sie ihr Körbchen, legte heimlich die Wunderhaut hinein, deckte ihr Tüchelchen darüber und begab sich auf den Weg zur Stadt. Lange war sie nur einsame Wege durch Sand und Dünen und Heide gegangen. Als sie aber auf die große Landstraße kam, war es mit der Stille und Einsamkeit vorüber. Glänzende Staatswagen mit Vorreitern und Bedienten hinten und vorn rasselten an ihr vorüber. Und in den Wagen saßen geputzte Jungfrauen mit Samt und Seide und Federn und Schmuck bedeckt. Die reckten die Hälse in die Luft wie die Pfauen, wenn sie ein Rad schlagen. Wo sie hindurch fuhren und was sie für Gedanken im Sinn hatte, lässt sich leicht erraten. Der prächtigste Wagen aber kam zuletzt. Acht Schimmel, so weiß wie Wellenschaum, zogen ihnen vollem Galopp. Sie hatten mehrgrünes Geschirr und Schilfbüschel auf den Köpfen. Die Dame, die in der Kutsche saß, war ebenfalls weiß und mehrgrün gekleidet und sah zwar nicht schön, aber sehr stolz und wunderlich aus. Elsbeth war ganz in Staunen versunken, wie sie den blinkenden Wagen schon von Weitem daherrollen sah. Sie merkte darüber gar nicht, dass ihr das Körbchen vom Arm rutschte und sein Inhalt auf den Weg fiel. In dem war der Wagen auch schon da und zugleich fiel ein Sonnenstrahl auf die Schuppenhaut, sodass sie hell aufblitzte. Wie durch einen Zauberschlag standen die Rosse still. Und da rief die stolze Jungfrau aus dem Wagen mit laut klingender Stimme, »Mein Eigentum am Boden dort! Mein Zauberkleinod, die Schuppenhaut! Auf, Silberschwan, bring sie mir!« Und ein silberner Schwarm, welcher auf der Decke der Kutsche dagesessen hatte, als wäre er nur von totem Metall, hob seine Flügel, schoss vom Wagen herunter, ergriff die Fischhaut mit seinem Schnabel und ließ sie seiner Gebieterin durch die Öffnung des Wagens auf den Schoß sinken. Dann schwang er sich wieder auf die Kutschendecke, wurde steif und starr wie vorhin, und im Nu rollte der Wagen davon. Elisabeth wusste nicht, wie er geschah, Staunen, Schreck und Trauer über den verlorenen Schatz, auf dessen Verkauf sie all ihre Hoffnung gesetzt, Alles das bewegte sie so, dass sie gar nicht wusste, was sie nun tun sollte. Sie setzte sich auf das Geländer der Brücke, legte den Kopf in die Hand, und dann schlief sie endlich vor Müdigkeit ein. Als sie erwachte, war es schon spät am Abend und die Sonne am Untergehen. Sie rieb sich die Augen und sah, wie neben mir auf demselben Geländer ein klein winziges Männlein saß, grau und runzlig, aber freundlich und manierlich. Das Männlein ließ sich bald mit ihr in ein Gespräch ein, erzählte ihr allerlei von dem Feste in der Hauptstadt und fragte sie zuletzt, ob sie sich denn nicht auch dem Prinzen vorstellen wolle. Das kam dem armen Fischerkind doch gar zu komisch vor. Sie lachte laut auf und sprach im Scherz, »Warum denn nicht? Hab ich doch ein Gesicht braun wie die Seeflunder und bin ich doch so reich wie die Kirchenmaus. Führ mich nur hin!« Das Männchen lächelte und strich sich mit schlauem Blick seinen langen, weißen Bart. Dann erzählte es, es wäre ein studierter Doktor und könne Blinde sehend machen. Elsbeth dachte an ihren armen Vater und fragte hoch erfreut, was es kosten wolle, wenn das Männlein ihm sein Augenlicht wieder gäbe. »Au«, sprach jener und schüttelte den Kopf, »Du sagst, du bist arm wie eine Kirchenmaus. Aber die Kirchenmaus hat kein so schwarzes Haar und so feine weiße Zähne wie du. Das kann ich beides gebrauchen. Gibst du mir deine drei vorderen Zähne und lässt dir von mir die Haare vom Kopf scheren, »So mache ich deinen Vater gesund.« Das Mädchen ging mit voller Freude auf den Handel ein. »Nun aber noch eins«, sprach das Männlein, »wir müssen jetzt nach der Stadt. Ich, um meine Salben und Kräuter zu holen, du, um dir das Haar abschneiden und die Zähne ausbrechen zu lassen. Denn nur dort kann das geschehen.« Und Elspeth war auch dazu bereit, hatte sie jedoch die Hoffnung, dass sie ihr blinder Vater sehen würde. Nun führte der Doktor sie auf einem Fußweg in den Wald, denn dort, sagte er, »Liege im Fluss ein Schifflein, und das könne sie schon in einer Stunde nach der Stadt bringen, während sie auf der Landstraße viel längere Zeit zu gehen hätte.« Erst war der Fußsteig bequem, dann aber zog er sich durch unwegsames Dickicht unter alten Bäumen hin, durch deren dunkle Wipfel fast kein Abendschimmer dringen konnte. Weiße Spinnweben zogen sich darin überall von Busch zu Busch und legten sich dem Mädchen, in dem sie durchschlüpfen wollte, um Hand und Gesicht, um ihr rotes Mieder und ihr blaues Röckchen. Elisabeth wollte sich das garstige Gespinst abstreifen, aber das Männlein sprach, »Lass sein, lass sein!« »Keine Seide so fein!« »Kein Schleier so schön!« »Wirst sehen, wirst sehen!« Da ließ sich das Mädchen dann ruhig von den Geweben umspinnen. Darauf fiel ein kühler Abendtau in großen Tropfen von den Blättern der Bäume. Die hing sich an ihren Nacken und an den Hals und die Kleider. Elisabeth wollte sie abschütteln, aber das Männlein rief, »Lass sein, lass sein!« »Kein Perlenschein!« »Kein Edelstein!« »Er glänzt so fein!« Und das Mädchen ließ die Tropfen ruhig hängen. Darauf kam sie an ein kleines Wässerlein, das spülte dem Mädchen über die nackten Füße. Sie wollte das Wasser abschütteln, aber das Männlein rief, »Lass in Ruhe!« »Lass in Ruhe!« »Die silbernen Schuhe!« Und wirklich glänzte das Wasser an ihren Füßen, als hätte sie Schuhe und Strümpfchen aus Silbertaffee an. Endlich gelangten sie zu dem Fluss, auf dem eine Gondel lag. Am Ufer war das Wasser glatt und still, und zwischen kleinen Wasserblümchen flimmerten darin so hell die Sterne. Es sah aus, als wenn sie nicht der Widerschein des Himmels, sondern als wiegten und schaukelten sie sich wirklich in der Flut. Von dem weiten Wege und dem lauen Sommerabende glühten Elsbeth recht ihre Backen. Sie klagte es dem Männlein, das riet ihr, den Kopf dreimal ins Wasser zu tauchen. Das würde ihr Labung bringen. Und wie sie es tat und den Kopf zum dritten Male heraufzog, war es ihr, als wären die kleinen Wasserblümchen ihr im Haare hängen geblieben und als leuchte ein heller Schein um den Kopf. Wieder fuhr sie mit der Hand dahin, um das, was da war, abzustreifen. Aber das Männlein rief, »Halt ein, halt ein! Schau nur hinein! Schau ins Wasser drein! Jetzt bist du fein!« Und wie Elsbeth in den Wasserspiegel hinunterschaute, sah sie sich selber, aber geziert mit einem Schmucke, wie kein Gold ihn erkaufen kann. Die feinsten weißen Schleier, bestreut mit strahlenden Perlen und Edelsteinen, umwandten ihren schlanken Leib und ein Kranz von funkelnden Sternen, die zwischen zarten Wasseranunkelchen ihre Strahlen hervorbrechen ließen, umgab ihr schönes, dunkles Haar. Und um den Schmuck zu vollenden, kamen noch ein paar Leuchtkäferchen angeflogen, setzten sich an ihre beiden Ohrläppchen und blieben daran hängen, als wären es kostbare Ohrbucken. Mit stillem Lächeln betrachtete Elsbeth ihr Spiegelbild im Wasser. »Oh, wie sehe ich hübsch aus!« rief sie in kindlicher Freude. »Hätte ich doch nie gedacht, dass ich so aussehen könnte!« Doch das Männlein trieb sie zur Eile. Nicht leicht war es dem Mädchen, sich von dem Bilde im Wasser zu trennen. Dennoch folgte sie seinem Rufe und bestieg mit ihm die Gondel. Diese trieb den Fluss entlang. Und als sie beide nun so still dahin fuhren und Elsbeth immer und immer wieder in der Flut neben sich ihr Spiegelbild flimmern sah, und als ihr dabei der Gedanke kam, dass all der Schmuck, die sie zierte, doch nur für den Augenblick sei, und dass sie obendrein ihr schwarzes Haar und ihre blanken Zähne hergeben sollte, da fing es denn doch an, ihr schwer aufs Herz zu drücken. Denn auch Schönheit ist ein Gut, das wohl keiner, der es hat, gern verlieren mag. Das Männlein sah, wie dem Mädchen ganz leise ein Tränlein über die Wangen rollte. Elsbeth, sprach er, noch ist es Zeit. Wenn du willst, kehren wir um, und ich bring dich wieder zu deiner Hütte. Dann behältst du dein Haar und deine Zähne und all den Schmuck, den du jetzt an dir hast. Aber dein Vater bleibt dann freilich blind. Nein, rief Elsbeth, nimm mir alles, nimm mir mein Leben, nur mach mir meinen Vater wieder gesund. Schon hob sie wieder die Hand, um den seltenen Putz von sich zu streifen. Aber der Kleine ließ es nicht zu, und nur mit Mühe gelang es ihm, sie zu beruhigen. Indes waren sie auf dem Fluss bis in die Hauptstadt und in die königlichen Gärten hineingekommen, wo eben mit großer Festlichkeit die Hochzeitswahl einer Prinzessin gefeiert wurde. Hoch über ihren Köpfen sah Elsbeth den Widerschein der Fackeln und Feuerbecken. Sie hörte Klänge einer rauschenden Musik und das Gesumme einer großen Volksmenge. Aber die hohen Mauern, zwischen denen der Fluss hindurch führte, ließen sie nichts von dem Feste selbst wahrnehmen. Endlich landeten sie an einem Hügel. Sie traten aus der Gondel und bestiegen den Gipfel des Hügels, der von einer dichten Lorbeerhecke umgeben war. Dort oben bog das Männlein einen Lorbeerzweig zurück und sprach zu dem Mädchen, hier, schau hinunter. Da sah Elsbeth dicht vor ihren Füßen, ein Schauspiel der Pracht und Herrlichkeit, wie sie es nie zuvor geträumt hatte. Nun hört, was Elsbeth da alles erblickte. Im Hintergrund ragte mit seinen Türmen und Zinnen und mit seinen hell erleuchteten Fenstern das königliche Schloss hoch in die Mondnacht hinein. Vor dem Schloss war eine lange, breite Terrasse. Darauf standen unter einem Thronhimmel zwei Lehnstühle von weißem Samt, gerade wie sie Elsbeth im See des Zauberwaldes gesehen hatte. Einer dieser Stühle war leer, aber auf dem anderen saß der junge, schöne Königssohn und hinter ihm der König, sein Vater und der ganze königliche Hofstaat. Diesen gegenüber stand eine ganze Reihe von wohl hundert rotseidenden Sesseln. Darauf saßen die Jungfrauen, die zur Wahl sich hergegeben hatten, mit allem Reichtum der Erde behangen und umwickelt und umflittert. Dann war auf der einen Seite ein Himmelblaues Gerüst, auf dem die ersten Maler und Bankiers des Landes versammelt waren, damit sie als Richter der Schönheit und des Reichtums ihr Amt verwalteten. Ihnen aber gegenüber auf einem orangefarbenen Gerüste bliesen die Posaunbläser, paupten die Trommler und strichen die Geiger ihre Instrumente, dass es eine Lust anzusehen und anzuhören war. Rechts und links von dieser Terrasse schossen herrliche Springbrunnen, roten und weißen Wein hoch in die Luft und um die Brunnen standen gedeckte Tafeln, die waren mit den köstlichsten Speisen besetzt. In einem großen Halbkreis auf der Wiese, die das Schloss umgab, lagerte das Volk unter Gehängen von farbigen Laternen, die an den Lorbeerbäumen befestigt waren. Den ganzen Nachmittag hatten nun schon die Richter beraten, welche von den angekommenen Jungfrauen es wert sei, die Frau des jungen Prinzen zu werden. Und da hat es wie gewöhnlich viel Streit gegeben. Die Maler verstanden nicht, den Reichtum zu beurteilen, die Bankiers hatten mitunter ganz verkehrte Ansichten von der Schönheit. Jetzt war aber die Stunde gekommen, wo sie die letzte Entscheidung aussprechen sollten. Noch einmal setzten sie daher ihre Brillen auf die Nasen und legten ihre Perspektive an die Augen, um noch die letzte Prüfung auch bei Lampenbeleuchtung anzustellen. Denn der Schicklichkeit wegen durften sie die Jungfrauen nicht zu nah betrachten. Da blies plötzlich von der Zähne der Burg der Türmer. Dies war ein Zeichen, dass soeben noch eine Jungfrau als Mitbewerberin ankomme. Bald rollte eine Kutsche daher, die war ganz von Kristall und mit acht weißen Schimmeln bespannt. Und siehe da, die stolze Donner, die aus der Kutsche stieg, war dieselbe, die der Elsbeth auf der Landstraße ihre Goldhaut geraubt hatte. Mit kecken Schritten und einer Miene, der man ansah, sie wäre ihres Sieges gewiss, ging sie auf den Platz, welcher in der Reihe der Jungfrauen noch, wie es schien, für sie offen gelassen war. Sie hatte denselben Anzug an wie heute Mittag, mehrgrün und weiß, und doch erschien sie jetzt viel schöner. Denn ein Kranz von goldenen Schuppen, die wie Abendgold und Abendröte glänzten, warf über ihr Antlitz einen wunderbaren Schönheitszauber, so dass der Putz aller übrigen dagegen matt und wässrig erschien. Alle Blicke richteten sich auf die stolze Erscheinung, und kaum hatten die Richter sie wahrgenommen, als sie die Köpfe zusammensteckten und ihre Minen plötzlich die größte Übereinstimmung verrieten. Nun stieg eine rote Fahne in die Luft, zum Zeichen, dass diejenige als künftige Königin begrüßt werden sollte, die man dazu für würdig befunden. Eine Deputation der Richter erhob sich, Trabanten und Herolde schlossen sich an, und ihnen folgte ein Page, der eine kleine goldene Krone auf einem Kissen vor sich trug. Der Zug bewegte sich geradewegs zu derjenigen hin, die zuletzt angekommen. Triumphierend erhob sich die übermütige Jungfrau von ihrem Sitze. Ihre Blicke schienen alles um sich her, wie der Hagel die Wesen blumen, niederzuschmettern. Und schon begann der Präsident des Gerichtes der Schönheit und des Reichtums eine zierliche Anrede in Versen, worin er die hohen Eigenschaften der Welten pries. Der Page kniete nieder und hielt die Krone empor. Gierig streckte die Jungfrau die Hände danach aus. Da erbrauste auf einmal ein ungeheurer Wirbelwind mit solcher Gewalt, dass die Krone vom Kissen geweht wurde und alle Lampen und Fackeln rings umher erloschen. Nur die erleuchteten Fenster des Schlosses ergossen noch einen matten Schimmer über den Platz. Sogleich aber legte sich auch der Wirbelwind und alles war still wie zuvor. Auch der Lorbeerbusch, der Elsbeth bisher verdeckt hatte, war vom Stürme niedergerissen. Allen sichtbar stand nun das Fischermädchen da, in ihrem leuchtenden Sternenkranz und weht von den Schleiern, in denen die Tauperlen als Edelsteine funkelten. Und in dem Glanze dieser reinen Lichter erschien ihr unschuldiges Angesicht wunderbar verklärt. Das Krachen des umstürzenden Baumes hatte die Blicke der Menge nach dem Hügel hingelenkt. Ein lautes Ach der Verwunderung unterbrach die Stille. Darauf rief alles, Volk und Richter wie aus einem Munde, seht, seht, da steht die schönste und reichste Jungfrau der Welt, da steht unsere zukünftige Königin, sie lebe hoch. Und es schmetterten die Trompeten, Kanonen wurden gelöst, Raketen flogen durch die Luft und der Jubel des Volkes wollte kein Ende nehmen. Wie aber der junge Königssohn in hohen Freuden von seinem Thron sich erhob, um die immer wählte Braut zu begrüßen und als er vorbeischritt an der Jungfrau, deren Stolz soeben gedemütigt worden, da riss diese den goldenen Schuppenkranz aus ihrem Haar, warf ihn dem Prinzen vor die Füße und sprach, nimm hin dein Eigentum, fühl's, mein Reich und mein Leben geht zu Ende, mein Stolz ist besiegt, denn der Geist, der jenes Kind dir zuführte, ist mächtiger als ich. Sie winkte. Die Kristallkutsche rollte vor, die Wasserfee bestieg sie und versank mit ihr in den Boden. An der Stelle, wo sie versunken war, rauschte alsbald ein Brunnen mit unheimlichem Gemurmel durch das Gras. Und wie die Fee es gesagt hatte, so war es auch. Ein mächtiger Zauberer hatte schon lange unsichtbar die Geschicke des Königssohnes gelenkt. Er war auch der graue Kranich und das graue Männlein gewesen und führte dem Prinzen eine Braut zu, die allein seiner würdig war. Zwar war der Wunderschmuck, den er ihr durch seine Waldgeister beschert hatte, von seltener Pracht, aber ihr größter Reichtum war die Unschuld und die Treue ihres Herzens. Und diese Unschuld und diese Treue verliehen ihrem Angesicht eine Schönheit, die keine der anderen Jungfrauen aufzuweisen hatte und die ihr alle Gemüter gewann. Mit der Einwilligung ihres Vaters, dem das graue Männlein als bald sein Augenlicht wiedergab, ward Elspeth die glückliche Frau des jungen Königssohns. Und als dieser nach dem Tode seines Vaters König wurde, regierten beide unter dem Schutze des guten Zaubergeistes, der sie auch ferner durch Rat und Tat unterstützte. Und sie regierten ihr Land mit solcher Weisheit, dass ihr Volk sie segnete für alle Zeiten. Der Regulator Es war einmal eine alte Uhr, die war es müde, ewig Tick-Tack zu machen. Sie war schon so kümmerlich, dass sie nur noch ganz heiser und undeutlich schlagen konnte, etwa so, wie ein alter Mann spricht, der keine Känge mehr hat. Und dabei rumpelte und schnurrte es so ungemein in ihrem Inneren, dass man wohl merken konnte, wie sauer ihr das Ding wurde. Mehr steckt was in den Rädern, sagte sie zu sich. Es wird wohl auf Rheumatismus herauskommen. Von Tag zu Tag war war sie müde und müde und Zuletzt konnte sie nicht mehr mit. Die Zeit ist schneller als ich, sagte sie. Was nützt es, dass ich ihr nachlaufe? Und damit stand sie still. Sie war zum Uhrendoktor geschickt. Dieser tappte mit spitzigen Gerätschaften in ihr herum und schaute mit großen Augengläsern in ihre innersten Eingeweide, schüttelte den Kopf und sagte dann zu dem Vater des kleinen Heini, dem die Uhr gehörte, da hilft nichts mehr, es ist Altersschwäche. Ich könnte wohl machen, dass sie noch eine Weile geht, allein, es kann doch nie etwas Rechtes werden. Am besten, sie kaufen sich eine neue. Dies geschah auch. Und es kam eine sehr nobel und poliert aussehende Uhr ins Haus, die sich mit einem ausländischen Namen Regulator nannte und das Gefühl erweckte, als müsste sie unbedingt mit Herr angeredet werden. Sie sah beinahe so ernsthaft und würdevoll aus, wie ein geheimer Kanzleiregistrator, hatte einen pünktlichen Gang und eine so laute Stimme, dass man im ganzen Hause wissen konnte, wie vieles geschlagen hatte. Außerdem besaß sie eine so große Kraft in ihrem Inneren, dass sie nur alle vierzehn Tage einmal aufgezogen zu werden brauchte, während die andere es niemals hatte vertragen können, wenn dies auch nur einen Tag versäumt wurde. Die alte Uhr war aber eine sehr hübsche alte Uhr und deshalb sagte die Mutter des kleinen Heini, nun, wenn sie auch alt und wackelig ist und nicht mehr geht, so putzt sie doch noch immer. Und so behielt sie ihren Platz auf dem Silberschrank, wo sie immer gestanden hatte. Der Vater aber sagte, sie ist nun pensioniert und hat sich in den Ruhestand zurückgezogen, den sie ehrlich verdient hat. Sie war zugegen, als mein Vater geboren und als mein Großvater begraben ward. Und sie hat mir die Stunde bezeichnet, in der ich mit deiner Mutter zum Traualtar ging. Sie gehört zur Familie. Als der kleine Heini dies gehört hatte und der Vater fortgegangen war, stund er eine ganze Weile nachdenklich vor der alten Ohr und betrachtete sie. Es war ihm noch nie vorher so aufgefallen, wie merkwürdig hübsch sie war. Der obere Teil, in dem sich die eigentliche Uhr befand, war von schwarzem Ebenholz und stand auf vier Säulen von durchscheinendem Alabaster, die wiederum auf einem schwarzen, mit blanken Messing- ornamenten verzierten Unterbau Routen. Ganz oben auf saß ein vergoldeter Adler, zu beiden Seiten des Urgehäuses zwei ebenfalls goldenschimmernde weibliche Gestalten, die auf trompetenartig gestalteten Flöten bliesen. Zwischen den Säulen war eine kleine Halle mit Wänden von Spiegelglas und darin stand eine glänzende weibliche Figur mit Helm und Panzer angetan, ausgerüstet mit einer brennenden Fackel, Schild und Speer. Sie stellte die römische Göttin Minerva vor. Der Perpendikel war wie ein Gesicht gestaltet, mit einem flammenden Strahlenkranz rings umher und bedeutete vulgar die Sonne Je mehr Heini die alte Uhr betrachtete, desto mehr tat es ihm leid, dass sie so stumm und still war. Und es kam ihm vor, als sei sie gestorben. Als er noch so stand und sie betrachtete, hörte er auf einmal, wie der Regulator, der an der Wand gegenüber hing, sagte, Tick Tack, Schnick Schnack. Heini sah auf ihn hin und da fing er wieder an. Tick Tack, Schnick Schnack, Zick Zack, Knick Knack. Und dann schnurrte und klirrte es in ihm und es war gerade so, als ob er lache. He Es klang wirklich ganz bos hat. Und dann, was nur die Erschütterung durch einen vorüberfahrenden Wagen oder hatte es eine andere Ursache, kam aus der alten Uhr ein wehmütiges, zitterndes Klingen, das dem kleinen Heini sehr beweglich und rührend vorkam. Seitdem hatte er eine Liebe für die alte Uhr gefasst und stand gern davor, um sie zu betrachten und allerlei Träumereien anzuspinnen. Jedoch ein so sonderbares Benehmen des Regulators an der gegenüberliegenden Wand beobachtete er fürs Erste nicht wieder. Eines Tages aber bekamen die Eltern des kleinen Heini auf einige Zeit Besuch von Verwandten und da die Wohnung nicht sehr groß war, so musste er in der Stube, wo die Uhr stand, auf dem Sofa schlafen. Als er sich niedergelegt hatte, blieb er noch eine Weile wach, denn das laute Tick-Tack des Regulators war ihm ungewohnt und ließ ihn nicht schlafen. Während er so dalag und auf den gleichmäßig wiederkehrenden Pendelschlag horchte, da merkte er, wie sich dieser allmählich auf eine sonderbare Art verwandelte. Und plötzlich hörte er wieder, wie er sagte Tick-Tack, Schnick-Schnack, Zick-Zack, Knick-Knack. Es schien, als ob dies dem Regulator große Befriedigung verursache, denn es lachte wieder ganz deutlich in ihm. Durch die alte Uhr aber ging wie damals ein leiser, wehmütiger Klageton. Als der kleine Heini nun auf den Pendelschlag lauschte und wartete, ob diese merkwürdige Erscheinung nicht wiederkehren wollte, überkam ihn die Müdigkeit und er schlief ein. Er wachte wieder, weil der Regulator laut und dröhnend zwölf schlug und war alsbald von mächtiger Verwunderung ergriffen, denn das ganze Zimmer war von einem leuchtend hellen Schein erfüllt. Sollte das der Mond sein, der ein so starkes Licht verbreitete? Aber noch ehe er sich von der Ursache dieser Erscheinung unterrichtet hatte, ward seine Verwunderung noch vergrößert, denn er hörte plötzlich die alte Uhr in dem bekannten heiseren Tone ebenfalls zwölf schlagen. Eben wollte er sich aufsetzen und sich nach ihr umsehen, als er eine seltsam goldglänzende Erscheinung vor seinem Bette bemerkte. Es war die Minerva von der alten Uhr, aber in der Größe eines erwachsenen Menschen. In der einen Hand trug sie den Speer und mit dem anderen Arme hielt sie den Schild und die Fackel. Sie verbeugte sich vor ihm und sprach »Die alte Uhr lässt dich um eine Unterredung bitten.« Der kleine Heini wollte schnell in seine Kleider fahren. Allein mit Erstaunen bemerkte er, dass er seinen blausamtinnen Sonntagsanzug bereits anhatte. Er stieg schnell aus dem Bett und sah nun, dass mit dem Zimmer eine merkwürdige Veränderung vorgegangen war. Es war anzusehen wie eine riesengroße weite Halle. Und an deren Ende stand die alte Uhr, aber ebenfalls mächtig gewachsen. Sie war anzusehen wie ein kleiner Palast und das Licht, das Heini vorhin bemerkt hatte, ging von dem schwingenden Perpendikel aus, der wie die Sonne leuchtete und von den Spiegelwänden ringsum mächtig zurückgestrahlt ward. Die goldglänzende Minerva ging panzerklirrend vor Heini her und als sie näher kam, bliesen die weiblichen Gestalten zu beiden Seiten des Uhr Gehäuses mächtig in ihre Trompeten und der Adler obendrauf schlug mit den Flügeln und drehte sich dreimal um sich selbst. zu zu dem Unterbau führte eine Treppe hinauf die Heini bis jetzt noch niemals bemerkt hatte. Sie schritten die Stufen empor und befanden sich nun in der offenen Halle mit den Spiegelwänden, wo zu ihren Häupten der Perpendikel strahlend hin und her schwankte. Auf einen Wink der Minerva vertaut sich jetzt der hintere Spiegel wie eine Flügeltür voneinander. Und wo sonst weiter gar nichts als die Hinterwand gewesen war, bemerkte man nun eine Halle. Eine Halle, in der ein ganz alter Mann mit eisgrauem Bart, den Kopf auf die Hand gestützt, traurig an einem Tische saß. Heini trat hinein und dann schlossen sich die Türen wieder. Der alte Mann hob müde sein Haupt empor, sah mit fast erloschenen Augen auf den Knaben hin und sprach mit schwacher Stimme, es freut mich, dass du kommst. Ach, könntest du mir doch eine Erleichterung meiner Leiden bringen. Der kleine Heini wusste gar nicht, was er sagen sollte. Er sah den Mann mit großen Augen, verwundert an. Diese aber fuhr fort, ich bin der Uhrenmann, die Uhr und ich, wir sind ein und dasselbe. Wir haben unsere Pflicht getan, lange Jahre hindurch, bei deinen Urgroßeltern, deinen Großeltern und zuletzt bei deinem Vater und deiner Mutter. alle glücklichen und traurigen Stunden haben wir ihnen angezeigt und nimmer sind wir ermüdet, solange uns nur ein wenig Kraft inne wohnte. Jedoch auch Stahl und Metall sind vergänglich und fallen der alles vernichtenden Zeit zum Opfer. Unsere Glieder sind alt und zittrig geworden und unsere Stimme heiser und schwach. Was du dort siehst und er zeigte über sich, wo die alten verrosteten Räder mühsam drehten, was du dort siehst, ist nur das Scheinleben meiner kurzen Geisterstunde. Dein Vater hat es gut gemeint und uns in den Ruhestand versetzt. Allein er hat uns anderen Qualen hingegeben, die Tag für Tag wiederkehren. Er hat uns den neumodischen, polierten Nachfolger gegenüber gehängt, der uns im Bewusstsein seiner brutalen Kraft täglich mit höhnischer Rede verspottet. Heucht, schon beginnt er seinen schändlichen Gesang. Ach, das frisst ins Mark. Heini hörte, wie der Regulator draußen wieder begann. Tick-Tack, schnick-Schnack, zick-zack, knick-knack. Ein wehmütiger Seufzer durchwehte die Halle, und der Alte fuhr fort. Du verstehst nicht, was es heißt. Ich will es dir erklären. Tick-Tack machen, das ist die Hauptsache. Alles Übrige ist Schnick-Schnack und keinen Pfennig wert. Zick-Zack geht's in der Welt, was oben war, kommt unten zu stehen. Knick-Knack und mit dem alten Gerümpel ist es vorbei. Das ließe sich noch ertragen, wenn es sich nicht täglich wiederholte und wenn dies gemeine höhnische Lachen das hinterherfolgt nicht so tief ins Herz schnitte. Wir sind altes Gerümpel, das ist wahr und wollen gern dahin, wo wir hingehören, in die Rumpelkammer, wo wir unter unseres Gleichen sind und nicht ferner dem Spotte eines brutalen Empörkömmlings ausgesetzt und das ist der Dienst, den ich von dir verlange. Suche deinen Vater zu bewegen, dass wir in die Rumpelkammer kommen. Dort werden wir erst wahre Ruhe und Frieden finden. Der alte schwieg ermattet und atmete schwer. Dann kam ein seltsames Leuchten in seine trüben Augen. Er richtete sich ein wenig empor und fuhr fort, noch ein Mittel gibt es, allein ich habe wenig Hoffnung auf Erfüllung dieses höchsten Wunsches. Wenn dein Vater uns ein neues Werk machen lassen wollte, ein Werk stärker noch als das jenes polierten Elenden, Ah, meine alten Glieder zittern vor Wunder bei diesem Gedanken, aber das darf ich ja niemals zu hoffen wagen. Herr mattet ließ der alte den Kopf auf den Tisch sinken und schluchzte leise. Dann schien er einzuschlafen. Zugleich war es allmählich wieder dunkel in der Halle, das Geräusch des Uhrwerkes ward leiser und leiser und zuletzt durchschwebte nur noch ein sanfter Klageton die Luft. Und dann war es ganz finster und still. Der kleine Heini wachte am anderen Morgen zur gewohnten Zeit auf seinem Schlafsofa auf, richtete sich empor und schaute sich verwundert um, denn die wunderbaren Ereignisse der Nacht kamen ihm sofort wieder ins Gedächtnis. Allein in dem ganzen Zimmer war nichts Außergewöhnliches zu bemerken. Er kleidete sich schnell an, lief zu seinem Vater, erzählte ihm alles und flehte ihn an, der alten Uhr ein neues schönes Werk machen zu lassen. Der Vater sah ihn ganz verwundert an, dann lachte er und sagte, Junge, Junge, wie kommst du dazu, so verwirrtes Zeug zu träumen? Du hast mir gewiss wieder zu viel in den Märchenbüchern gelesen. Der kleine Heini behauptete aber steif und fest, es sei kein Traum gewesen. Er habe alles ganz deutlich erlebt und gesehen und somit erneuerte seine Bitte. Da war der Vater ganz ärgerlich und sagte endlich, ich will von dieser Sache gar nichts mehr hören. Über dies ist das alte, wackelige, rumpelige Ding gar kein neues Werk mehr wert. Da ich aber sehe, dass du allerlei fantastische Allotria betreibst, so will ich dir drei hübsche Rechenaufgaben stellen, damit du auf andere Gedanken kommst. Und somit musste Heini obgleich Ferien waren, den ganzen Tag mit Rechnen zu bringen, da die Aufgaben so schwer und knifflig waren, dass er am Abend erst damit fertig wurde. Am anderen Tage aber musste er von vorn damit anfangen, denn alle drei Auflösungen waren falsch, und da wünschte er niemals etwas von seinem nächtlichen Abenteuer mitgeteilt zu haben. Der zweite Wunsch des Uhrenmannes ging aber ohne Heinis Zutun in Erfüllung. Denn als die vornehme Tante, die zu Besuch gekommen war, am anderen Tage die Uhr sah, sagte sie zu Heinis Mutter, aber Natalie, ich begreife nicht, wie du dieses alte Monstrum hier auf deinem Silberschranke dulden kannst. Das Ding ist ja gänzlich aus der Mode und gehört in die Rumpelkammer. Ei, was habt ihr dort aber für einen prächtigen Regulator. Als sie dies sagte, konnte man deutlich hören, dass ein wohlgefälliges Schnurren aus dem Innern des also Gelobten kam. Und dass sein Pendelschlag noch mal so eingebildet und hochnäsig klang, als sonst. Heinis Mutter aber glaubte der Tante aufs Wort, was sie sagte, weil sie so vornehm war und aus der Residenz kam, wo sie nur mit ganz echten Geheimrätinnen umging und es also wissen musste. So kam die Uhr den noch am selben Tage in die Rumpelkammer und an ihrer Stelle ward eine junge Dame aufgestellt, die die Tugend oder die Weisheit oder die Wissenschaft oder sonst irgendetwas Moralisches vorstellen sollte und durch und durch aus lauter Gips war. Niemand bekümmerte sich fernhin um die alte Uhr. Nur Heini, der sie, selbst als er schon ein Primaner war und längst Heinrich genannt wurde, zuweilen in ihrer Verbannung unter dem alten Gerümpel aufsuchte, den Staub von ihr abwedelte und sie eine Weile betrachtete. Er hatte sich schon früher vorgenommen, sie einmal wieder zu Ehren zu bringen. Und als er ein wohlbestallter Doktor war und sich eine Frau nahm, bat er sich die alte Uhr von seinen Eltern aus, ließ sie ein neues, überaus vortreffliches Werk einsetzen und gab ihr den Ehrenplatz in seinem besten Zimmer. Dort ist sie noch heute und diesen Tag zu sehen. Es ist auch jetzt schon wieder ein kleiner Heini da, der sie ebenso verehrt wie einstmals sein Vater. Der Regulator ist unter des Alt und klapprig geworden und hat seinen Platz einem Jüngeren einräumen müssen. Er hängt jetzt in der Küche neben der Abwaschbank und geht falsch, dass es zum Erbarmen ist. Zick zack, schnick schnack, zick zack, knick, knack. Der goldene Zweig In einem Lande, das an das Reich der Feen grenzet, war einmal ein König, dessen finstre und übellaunige Sinnesart alle Herzen von ihm abwendig machte. Er war gewalttätig, argwöhnisch und grausam, gab alle Tage neue Gesetze, damit er nur immer viel zu strafen hätte, ärgerte sich, wenn er die Leute fröhlich sah, und tat sein Möglichstes alle Freuden aus seinem Reiche zu verbannen. Weil er immer die Stirne runzelte, so nannte man ihn den König Runzelweg. Dieser König hatte einen Sohn, der von allem diesem gerade das Gegenteil war. Er war offen, leutselig, großmütig und tapfer, hatte einen durchdringenden Verstand und fand großes Belieben an Künsten und Wissenschaften. Kurz, er wäre der liebenswürdigste Prinz von der Welt gewesen, wenn die Ungestalltheit seines Körpers nicht alles wieder verdorben hätte. Von dieser Seite hätte ihm die Natur unmöglich Ärger mitspielen können. Er hatte krumme Beine, ein Höcker wie ein Kamel, schiefe Augen, ein Mund, der von einem Ohr zum anderen reichte und eine Nase, die einem Schweinsrüssel ähnlich sah. Mit einem Worte, er war ein zweiter Äsop, und man konnte ihn nicht ansehen, ohne sich zu ärgern, dass eine so schöne Seele in einem so hässlichen Gehäuse stecken sollte. Der arme Prinz durfte sich's mit einer solchen Figur nicht verdrießen lassen, dass man ihn Krummbuckel nannte, wie wohl sein wahrer Name Alasin war. Aber trotz seinem Spottnamen und seiner Gestalt hatte er die Gabe, sich beliebt zu machen. Und sein Verstand und seine angenehme Gemütsart erwarben ihm gar bald die sein erster Anblick zurückschreckte. Der König Runzelwig, dem seine Vergrößerungsprojekte näher am Herzen lagen als das Glück seines Sohnes, warf seine Augen auf ein benachbartes Königreich, das er schon lange gern mit guter Art seinen Staaten einverleibt hätte. Denn er war ein großer Liebhaber von dem, was man in der politischen Kunstsprache arrondieren nennt. Ein Heiratsakt zwischen seinem Sohne und der Erbin dieses Landes schien ihm hierzu das geschicklichste Mittel zu sein. Und er war, ohne den ersten zu fragen, schon so weit damit gekommen, dass nichts mehr daran fehlte, als die Hochzeit. Die Partie schien ihm umso schicklicher, weil man schwerlich in allen fünf Weltteilen eine Prinzessin hätte finden können, welche es weniger geziemt hätte, sich über die Missgestalt des Prinzen Krummbuckels aufzuhalten, als diese. Denn, um ihr Bild mit einem Zuge zu machen, sie waren Seele und Leib, das wahre Seitenstück des Prinzen. Ebenso abscheulich von außen und ebenso liebenswürdig von innen. Sie war so zusammengewachsen, dass man ohne etwas, das seinem Kopf wie wohl er von einem Affen als von einem Menschen ähnlich sah, gar nicht gewusst hätte, was man aus ihrer Figur machen sollte. Dafür aber hatte sie Verstand wie ein Engel. Und wenn es erlaubt gewesen wäre, sich die Augen verbinden zu lassen, wenn man Audienz bei ihr hatte oder in ihrer Gesellschaft war, so würde man ganz bezaubert von ihr weggegangen sein. Sobald der König Runzelwick das Bildnis der Prinzessin Mammott, denn so nannte man sie, wie wohl ihr wahrer Name Claremonde war, für seinen Sohn erhalten und es unter dem Thronhimmel in seinem Audienzsaal aufgestellt hatte, ließ er den Prinzen rufen und sagte ihm in einem gebieterischen Tone, er müsste nun seine Augen daran gewöhnen, in diesem Bildnisse die Prinzessin zu sehen, die ihm zur Gemahlin bestimmt sei. Krumbuckel warf einen Blick auf das Bildnis, welches der Maler gleichwohl, wie man sich vorstellen kann, so viel möglich zu verschönern gesucht hatte, und fand es so abscheulich, dass er sogleich die Augen davon wegwandte. Sie gefällt dir also nicht, sagte der König. Nein, Herr Vater, antwortete der Prinz, und ich will nicht hoffen, dass sie mir zumuten werden, einen Wechselbalk zu heiraten. Wahrhaftig, rief Runzelwick, indem er Stirne und Nase zugleich rümpfte, dir steht es auch wohl an, eine Prinzessin, die ich selbst für dich ausgesucht habe, nicht schön genug zu finden, da du doch selbst ein kleines Scheusal bist, wovor man davon laufen möchte. Eben darum will ich mich mit keinem anderen Scheusal vermählen, sagte Krummbuckel. Ich habe genug zu tun, mich selbst zu ertragen, wie ginge mir es erst, wenn ich noch eine solche Gesellschafterin hätte. Ich verstehe, erwiderte der König in einem beleidigenden Tone. Du besorgest, eine neue Zucht Affen in die Welt zu setzen, aber sei darum unbekümmert, du sollst sie heiraten. Gern oder ungern gilt mir gleich, genug, dass ich es so haben will. Der Prinz antwortete nichts, machte eine tiefe Verbeugung und begab sich weg. Runzelwick, der nie den geringsten Widerstand hatte leiden können, ward über die Widerspenstigkeit seines Sohnes so aufgebracht, dass ihn als bald in einen Turm einsperren ließ, der vor Alters für rebellische Prinzen erbaut worden war. Weil sich seit ein paar hundert Jahren keine dergleichen gefunden hatten, so war alles darin in ziemlich schlechtem Stande. Zimmer und Möbel schienen von undenklichen Zeiten her zu sein. Der Prinz verlangte zu seiner Unterhaltung Bücher und man erlaubte ihm, deren so viel er wollte, aus der Bibliothek des Turms zu nehmen. Aber da er sie lesen wollte, fand er die Sprache so alt, dass er nichts davon verstehen konnte. Er ließ sie liegen, nahm sie über eine Weile wieder vor und da er nicht nachließ, bis er endlich hier und da einen Sinn herausbrachte, so halfen sie ihm wenigstens, die Zeit in seiner Einsamkeit zu kürzen. Inzwischen hatte der König Runzelweg durch abgesandte bei seinem Nachbar förmlich um Mammotten anhalten lassen. Das Bildnis des Prinzen Krummbuckel wurde in einer prächtigen Galerie aufgestellt und die Prinzessin herbeigeholt, um ihren künftigen Gemahl in Augenschein zu nehmen. Da sie den feinsten Geschmack und eine nicht gemeine Zärtlichkeit der Empfindung besaß, so kann man sich einbilden, wie ihr dabei zumute wart. Die arme Prinzessin fühlte auf den ersten Blick die ganze Grausamkeit ihres Schicksals. Sie schlug die Augen nieder und weinte bitterlich. Der König, ihr Vater, ungehalten über ein solches Betragen, das nach seiner Vorstellungsart äußerst albern und unschicklich war, nahm ein Spiegel, hielt ihn seiner Tochter vor die Nase und sagte in einem unfreundlichen Tone, da ist auch wohl noch viel zu weinen. Schau einmal hierher und bekenne, dass du nichts zu beklagen hast. Wenn's mir so note mein Mann wäre, gnädiger Herr, antwortete sie, so hätte ich vielleicht Unrecht, so delikat zu sein. Aber ich wünsche und verlange ja nichts anderes, als mein Schicksal allein zu tragen, ohne den Verdruss mich zu sehen, mit jemandem teilen zu wollen. Man lasse mich doch die unglückliche Prinzessin Mammott bleiben, so will ich wohl zufrieden sein oder mich doch wenigstens über nichts beklagen. Die arme Prinzessin hatte keine Mutter mehr, die sich ihre hätte annehmen können. Der König, ihr Vater, dessen Fehler die Weichherzigkeit nie gewesen war, blieb bei ihren Vorstellungen um Tränen ungerührt und sie musste mit den Gesandten des Königs Runzelweg abreisen. Während nun alles dies vorging, hatte Prinz Krummbuckel schlimme Zeit in seinem Turme. Kein Mensch durfte ein Wort mit ihm reden. Er hatte außer seinen alten Büchern nicht den geringsten Zeitvertreib. Man gab ihm schlecht zu essen und seine Hüte hatten Befehl, ihn durch alle Arten von übler Begegnung mürbe zu machen. König Runzelweg war ein Mann, der sich gehorsam zu verschaffen wusste. Aber gleichwohl hatten die Leute den Prinzen so lieb, dass die Befehle seines hartherzigen Vaters eben nicht aufs strengste vollzogen wurden. Eines Tages, da in einer großen Galerie auf und ab ging und den Gedanken über sein trauriges Schicksal nachhing, das ihn so hässlich und missgeschaffen hatte geboren werden lassen und ihm nun mit aller Gewalt auch noch ein Scheusal von einer Gemahlin aufdringen wollte, warf er die Augen von ungefähr auf die Fensterscheiben, die er mit Gemälden von trefflicher Zeichnung und von den lebhaftesten Farben bemalt sah. Weil er ein großer Liebhaber der Kunst war, so verweilte er sich mit desto mehr Vergnügen bei dieser Glasmalerei. Aber was die darauf vorgestellten Historien zu bedeuten sollten, konnte er nicht herausbringen. Seine Verwunderung nahm nicht wenig zu, da auf einem dieser Gemälde einen Menschen erblickte, der ihm so ähnlich sah, als ob es sein Bildnis gewesen wäre. Dieser Mensch befand sich in dem obersten Geschosse des Turmes und suchte in der Mauer, wo er einen goldenen Kugelzieher fand, mit welchem er ein Kabinett aufschloss. Es war noch viel anderes, das ihm sonderbar vorkam. Aber das allersonderbarste durchte ihm doch, dass er beinahe auf allen Scheiben sein Bildnis antraf. Unter anderem sah er auch eine wunderschöne junge Dame von so feiner und geistreicher Gesichtsbildung, dass er sich gar nicht satt sehen konnte an ihr. Sein Herz schien ihm etwas bei diesem Bilde zu sagen, das es ihm noch nie gesagt hatte. Und er verweilte sich so lange dabei, bis die Nacht einbrach und er nichts mehr unterscheiden konnte. Wie er wieder in sein Zimmer zurückkam, nahm er das erste alte Manuskript vor, das ihm in die Hände fiel. Die Blätter waren von Pergament mit zierlich bemalten Rändern und die Deckel, in die es geheftet war, von Gold mit verschlungenen Namensbuchstaben von blauem Schmelz. Aber wie groß war sein Erstaunen, da es aufschlug und die nämlichen Personen und Geschichten darin gemalt fand, die er auf den Fensterscheiben gesehen hatte. Es war auch etwas darunter geschrieben, aber er konnte mit aller Mühe, die er sich gab, nicht herausbringen, was es bedeutete. Indem er so herumblätterte, fand er ein Blatt, worauf ein Chor Musikanten gemalt war, die sich sogleich zu beleben schienen und zu musizieren anfing. Er kehrte das Blatt und fand ein anderes, wo ein Ball gegeben wurde. Die Damen waren alle sehr schön und prächtig geputzt und alles fing zu tanzen und zu springen an. Er kehrte noch ein Blatt um und ihm kam der Geruch eines herrlichen Gastmals entgegen. Eine Menge kleiner Figuren saßen um eine lange Tafel und ließen sich's schmecken. Eine davon wandte sich an ihn. Auf deine Gesundheit, Prinz Krummbuckel, sagte sie. Lass dir's angelegen sein, uns unsere Königin wiederzugeben. Wenn du es tust, so wird es dein Schade nicht sein. Tust du es nicht, so wird's dir übel bekommen. Bei diesen Worten überfiel den Prinzen für natürlich eine solche Furcht, dass er das Buch aus der Hand fallen ließ und mit einem Schreien Ohnmacht sank. Seine Hüter liefen herbei und ließen nicht nach, bis sie ihn wieder zu sich selbst brachten. Wie er wieder reden konnte, fragten sie ihn, was ihm denn begegnet wäre. Er antwortete ihnen, man gebe ihm so schlecht und wenig zu essen, dass er ganz schwach davon würde und tausend seltsame Einbildungen ihm durch den Kopf liefen. Und so wäre es ihm vorgekommen, er sehe und höre in diesem Buch so erstaunliche Dinge, dass er vor Entsetzen die Besinnung verloren habe. Seine Hüter betrübten sich darüber und brachten ihm sogleich was Besseres zu essen, wiewohl es ihnen scharf verboten war. Als er gegessen hatte, nahm er das Buch in ihrer Gegenwart wieder vor und da er von alledem, was er vorhin gesehen zu haben glaubte, nichts mehr fand, so zweifelte er nicht mehr, dass es bloße Einbildung gewesen sein müsste. Am folgenden Tage ging er wieder in die Galerie und sah alles wieder, was er gestern auf den gemalten Fensterscheiben gesehen hatte. Auch sah die schöne junge Person wieder, die ein Abdruck ihres Bildes in seinem Herzen zurückgelassen hatte. Überall fand er sich selbst in einer eben solchen Kleidung wie die seinige. Und immer stieg diese Figur in das oberste Geschoss des Turmes und fand einen goldenen Kugelzieher in der Mauer. Dahinter muss ein sonderbares Geheimnis stecken, sprach er zu sich selbst. Diesmal habe ich gut gegessen, es kann keine Einbildung sein. Vielleicht finde ich im obersten Geschoss etwas, das mir Licht in der Sache gibt. Er stieg hinauf, schlug mit einem Hammer gegen die Mauer, glaubte eine Stelle, welche Hohlschalte zu bemerken, schlug ein Loch hinein und fand einen zierlich gearbeiteten goldenen Kugelzieher. Indem er sich bedachte, wozu er ihn wohl gebrauchen könnte, ward er in seinem Winkel eines alten Schrankes von schlechtem Holze gewahr. Er sah sich überall daran nach einem Schlosse um, aber vergebens, er konnte nirgends etwas finden, wie er aufzumachen wäre. Endlich bemerkte er ein kleines Loch. Und da ihm sogleich einfiel, dass ihm sein Kugelzieher hier dienlich sein könnte, so steckte er ihn hinein, zog hierauf mit aller Gewalt und der Schrank ging auf. Nun fand sich's, dass er von innen so schön war, als er von außen alt und schlecht geschehen hatte. Alle Schubladen waren von zierlich ausgestochenem Ambra oder Bergkristall. Und wenn man eine herauszog, fand man oben, unten und zu beiden Seiten wieder kleinere, die mit Decken von Perlmutter voneinander abgesondert und mit einer unendlichen Menge seltener und kostbarer Sachen angefüllt waren. Der Prinz fand darin die schönsten Waffen von der Welt, reiche Kronen, schöne Bildnisse, herrliche Juwelen und andere Dinge, die ihm großes Vergnügen machten. Er zog immer heraus, ohne müde zu werden und ohne, dass es ein Ende nehmen wollte. Endlich fand er auch einen kleinen Schlüssel, der aus einem einzigen Smaragd geschnitten war und womit er eine kleine Türe am Boden des Schrankes aufmachte. Als sie aufging, wurde er von dem Glanz eines Karfunkels ganz verblendet, der den Deckel einer aus dem nämlichen kostbaren Steine gearbeiteten großen Schale ausmachte. Er hob ihn ab. Aber wie wurde ihm zumute, als er sie mit blut angefüllt und eine abgehauene Manneshand darin sah, die ein reich besetztes Bildnis zwischen den Fingern hielt. Er fuhr bei diesem Anblick zusammen, seine Haare richteten sich empor, seine Knie schlugen gegeneinander und und konnte sich kaum auf seinen Füßen erhalten. Er setzte sich auf den Boden und hielt die Schale noch mit weggewandten Augen in der Hand, unschlüssig, ob er sie wieder hinlegen, wo er sie gefunden oder was er mit ihr anfangen sollte. Dass irgendein großes Geheimnis unter alledem, was ihm in diesem Turme begegnet war, verborgen sein müsse, schien ihm nicht zweifelhaft. Die Worte, welche die kleine Figur in dem wundervollen Buche zu ihm gesprochen hatte, kamen ihm wieder in den Sinn. Sein Glück oder Unglück konnte davon abhängen, wie er sich in diesem Augenblicke benehmen würde. Und diese außerordentlichen Dinge schienen ihn auch zu außerordentlicher Entschlossenheit aufzufordern. Kurz er rief allen seinen Mut zusammen, tat sich Gewalt an, die Augen auf diese in Blut badende Hand zu heften und »Oh, du unglückliche Hand«, sprach er, wenn du mich durch irgendein Zeichen von deinem Schicksale benachrichtigen kannst, und ich fähig bin, dir zu dienen, so sei gewiss, dass ich ein Herz habe, alles für dich zu tun. Bei diesen Worten schien die Hand, sich auf einmal zu beleben. Sie bewegte ihre Finger und sprach mit ihm durch Zeichen, die er, weil er diese Art von Sprache ehemals gelernt hatte und viele Fertigkeit darin besaß, so gut verstand, als ob jemand in seiner Mutter Sprache mit ihm gesprochen hätte. »Wisse«, sagte sie ihm, »dass du alles für denjenigen tun kannst, von welchem die Wut deines Eifersüchtigen mich abgesondert hat. Du siehst in diesem Bilde die Anbetenswürdige, die meines Unglücks Ursache ist.« »Gehe unverzüglich in die Galerie und gib Acht auf die Stelle, die von den einfallenden Sonnenstrahlen am stärksten vergüldet wird. Dort suche und du wirst meinen Schatz finden.« Ehe hörte die Hand aufzureden, wie wohl der Prinz noch verschiedene Fragen an sie tat. Endlich fragte er, wo er sie hintun sollte. Und sie antwortete ihm wieder durch Zeichen, er solle sie wieder in den Schrank legen. Er gehorchte, schloss alles wieder zu, verbarg den Kugelzieher in der Mauer, wo er ihn gefunden hatte, und stieg voll Ungeduld nach dem weiteren Erfolg wieder in die Galerie hinab. Bei seinem Eintritt fingen die Fensterscheiben außerordentlich an zu zittern und zu klirren. Er sah umher, um zu bemerken, wohin die Sonnenstrahlen fielen, und sah, dass es auf das Bildnis eines jungen Menschen war, dessen Schönheit und große Mähne ihn ganz bezauberte. Er rückte dieses Gemälde weg und fand nichts als ein Getäfel von Ebenholz mit goldenen Leisten wie an den übrigen Wänden der Galerie. Aber da seine Fensterscheiben zu Rate zog, sah, dass es sich aufschieben ließ. Er schob es also auf und befand sich nun am Eingang eines Vorsaals von Porphyr, der mit schönen Bildsäulen geziert war und zu einer breiten Treppe von Agat führte, deren Seitenlehnen mit Gold eingelegt waren. Er stieg hinauf, kam in einen Saal, wo die Wände mit spiegelhellem Lasur überzogen waren, und aus diesem in eine lange Reihe herrlicher Zimmer, deren immer eines, das andere an Pracht und Glanz und Schönheit der Malereien und Kostbarkeit der Möbelierung übertraf, bis er sich endlich in einem Kabinett befand, wo auf einem prächtigen Ruhebette eine Dame von außerordentlicher Schönheit erblickte, die zu schlafen schien. Indem er so leise als möglich hinzutrat, glaubte er zu sehen, dass sie vollkommen dem Bildnis gleiche, welches ihm die abgehauene Hand gezeigt hatte. Ihr Schlummer schien unruhig zu sein, und ihr reizendes Gesicht schien etwas schmachtendes und die Spuren eines langwierigen Grams zu verraten. Der Prinz betrachtete sie noch mit großer Aufmerksamkeit und Rührung, indem er, aus Furcht sie aufzuwecken, den Atem zurückhielt. Als sie im Schlafe zu sprechen anfing und diese von Seufzern halberstickten Worte ausbrach, Denkst du Treuloser, dass ich dich jemals lieben könne, nachdem du mich von meinem Alcindor entfernt hast? Du, der vor meinen Augen sich unterstummt, eine so liebe Hand von einem Arme zu trennen, der dir ewig furchtbar bleiben muss. Denkst du mir auf solche Art eine Ehererbietung und Zärtlichkeit zu beweisen? Oh, Alcindor, mein Geliebter, soll ich dich denn niemals Der Prinz sah mit äußerster Bewegung, wie die Tränen bei diesen Worten unter ihren geschlossenen Augenlidern hervorzudringen suchten, und über ihre blassen Wangen, wie die Tränen der Aurora an sinkenden Lilien herunterrollten. Er stand noch am Fuße des Ruhebettes, ungewiss, ob er sie wecken oder noch länger in einem so traurigen Schlummer lassen sollte. Als ihn auf einmal eine liebliche Musik, wie von einer Menge zusammenstimmender Nachtigallen und Distelfinken, Stutzen machte. Und gleich darauf kam ein Adler von ungewöhnlicher Größe herangezogen, der einen goldenen Zweig voller kirschförmiger Rubin in seinen Klauen hielt. Er heftete seine Augen unverwandt auf die schlafende Schöne, als ob er in die Sonne sähe. Dann entfaltete er plötzlich seine Flügel, um mit einer brünstigen Sehnsucht, die in allen seinen Federn und Schwingen zitterte, auf sie zuzufliegen. Aber eine unsichtbare Gewalt schien einen magischen Kreis um sie gezogen zu haben, den er nicht durchdringen konnte. Jetzt betrachtete er den Prinzen mit großer Aufmerksamkeit, näherte sich ihm und gab ihm den goldenen Zweig. In diesem Augenblick erhoben die Vögel, die ihn begleiteten, ein melodisches, aber so durchdringendes Getöne, dass es in allen Gewölben des Palastes wiederhalte. Der Prinz, dessen Verstand nicht müßig war, alle diese Ereignisse miteinander zu vergleichen, schloss daraus, dass diese Dame ohne Zweifel bezaubert und die Ehre, sie zu befreien, ihm vorbehalten sei. Er näherte sich ihr, setzte ein Knie auf den Boden und berührte sie mit dem goldenen Zweige. Alsbald erwachte die schöne Dame, erblickte den entziehenden Adler und rief ihm mit ausgebreiteten Armen nach, bleibe, mein geliebter, bleibe. Aber der königliche Vogel stieß einen traurigen und durchdringenden Laut aus und flog mit allen seinen befiederten Sängern aus ihrem Gesicht. Die Dame wandte sich sogleich gegen den Prinzen. Verzeihe, sprach sie, dass seine Empfindung, welche stärker ist als ich, der Dankbarkeit zuvor gekommen ist. Ich weiß, was ich dir schuldig bin, du hast mich an das Licht zurückgerufen, das ich seit zweihundert Jahren nicht gesehen habe. Du allein konntest es, und der Zauberer, dessen verhasste Liebe die Ursache alles meines Unglückes ist, vermochte nicht zu verhindern, was das Schicksal durch dich zu bewirken beschlossen hatte. Es steht in meiner Macht, dir meine Dankbarkeit zu beweisen, und ich brenne vor Verlangen, sie auszuüben. Sage mir, was du wünschest, ich bin eine Fee und will meine ganze Macht anwenden, dich glücklich zu machen. Große Frau, antwortete Krummbuckel, wenn eure Wissenschaft bis ins Innere der Herzen eindringen kann, so müsst ihr sehen, dass ich mit allem, was ich mein Unglück nennen muss, weniger zu beklagen bin, als jemand anders. Dies ist eine Wirkung deines guten Verstandes, versetzte die Fee, aber gleichwohl kann ich den Gedanken nicht ertragen, deine Schuldnerin zu bleiben. Was wünschest du, rede! Ich wünsche euch, den der Prinz. Die Fee heftete einen Blick auf ihn, worin Bewunderung und Freundschaft sich auf eine Art ausdrückten, die über alle Worte ist. Ich fühle den Wert dieser Großmut, sprach sie, aber was du wünschest, muss durch eine andere Person zustande gebracht werden, die dir nicht gleichgültig ist. Dies ist alles, was ich davon sagen kann, lass mich also nicht länger vergebens bitten, verlange etwas, das dich selbst angeht. Schöne Fee, antwortete der Prinz, ihr seht, wie mich die Natur misshandelt hat. Zum Spotte nennt man mich Krummbuckel, ich verlange kein Adonis zu sein, aber wenn ich nur nicht lächerlich aussehe. Du verdienest mehr als dies, sagte die Fee, indem sie ihn dreimal mit dem goldenen Zweige berührte. Gehe und sei so schön von außen, als du es von innen bist. Mit diesen Worten verschwand die Fee aus seinen Augen. Der Palast und alle die Wunderdinge, die der Prinz darin gesehen hatte, verschwanden mit ihr. Und er befand sich in einem dicken Walde, mehr als hundert Meilen von dem Turme, worin ihn der König Runzelweg hatte setzen lassen. Während sich dieses mit dem Prinzen zutrug, gerieten seine Wächter in die entsetzlichste Verlegenheit, wie sie ihn um die Zeit des Abendessens nicht in seinem Zimmer fanden. Sie suchten ihn überall im ganzen Türme und fielen schier in Verzweiflung, da nirgends die geringste Spur, was aus ihm geworden sein könnte, zu sehen war. Dem Könige die Wahrheit von der Sache zu hinterbringen, war keine Möglichkeit. Er würde ihnen nicht geglaubt, sie für Mitschuldige an der Flucht seines Sohnes gehalten und sie dafür auf grausamste Art bestraft haben. Nach langem Beratschlagen fanden sie keine bessere Auskunft, als den Kleinsten aus ihrem Mittel mit einem großen Buckel auszustaffieren, ihn, als ob es der Prinz wäre, bei gezogenen Vorhängen in Krummbuckels Wette zu legen und dem Könige die Nachricht zu bringen, dass sein Sohn sehr unpässlich sei. Dieser Anschlag wurde ungesäumt ins Werk gesetzt. Runzelweg, der sich einbildete, der Prinz stelle sich nur krank, um ihn zu erweichen und seine Freiheit wieder zu erhalten, würdigte die Nachricht von seiner vorgegebenen Krankheit keine Aufmerksamkeit. Je gefährlicher sie die Sache machten, je gleichgültiger zeigte sich der König dabei. Und dies war es eben, was die Hüter gehofft hatten. Inmittels war die Prinzessin Mammott in eine Sänfte bestmöglich eingepackt, am Hofe des König Runzelwigs glücklich angelangt. Der König ging ihr entgegen. Aber wie man sie nicht ohne viele Mühe aus ihrer Maschine herausgehoben hatte und er sie so verwachsen, krüppelhaft und missgeschaffen fand, dass sie kaum einer menschlichen Figur ähnlich sah, konnte er sich nicht entbehren, ihr ein Kompliment zu machen, das für eine Schwiegertochter zum Willkommen eben nicht sehr verbindlich war. Ei, zum Henker Prinzessin Mammott, sagte er, es steht ihnen auch wohl an, meinen Krummbuckel zu verachten. Ich leugne es nicht, er ist ein hässliches Tier, aber er ist es noch bei weitem nicht so sehr als sie. Gnädiger Herr, antwortete die Prinzessin, ich gefalle mir selbst nicht wohl genug, um über die Unhöflichkeiten, so sie mir sagen, empfindlich zu werden. Indessen weiß ich nicht, ob sie es für ein Mittel halten, mich desto eher zur Liebe ihres reizenden Krummbuckels zu verführen. Aber dieses erkläre ich hiermit, dass ich ihn, ungeachtet meiner armseligen Gestalt, nicht heiraten werde, und lieber ewig die Prinzessin Mammott, als die Königin Krummbuckel heißen will. Der König Runzelwig entrüstete sich nicht wenig über diese Antwort. Sie irren sich stark, versetzte er, wenn sie damit loszukommen denken, da ich mich einmal in die Sache eingelassen habe, so muss sie zustande kommen, das können sie versichert sein. Ich mute ihnen nicht zu, dass sie meinen Sohn lieben sollen, aber bei Gott, sie sollen ihn heiraten, Prinzessin, und wenn sie an ihm ersticken müssten. Ihr Vater, der über sie zu befehlen hat, hat mir sein Recht abgetreten, indem er sie in meine Hände geliefert hat, und ich werde es gelten zu machen wissen. Es gibt Fälle, erwiderte die Prinzessin, wo uns das Recht zu wählen zusteht. Man hat mich wieder meinen Willen hierher gebracht, und ich werde sie als meinen tödlichen Feind ansehen, wenn sie Gewalt gegen mich gebrauchen. Der König, den diese Rede noch mehr aufbrachte, er aufbrachte, entfernte sich, ohne ihr weiter zu antworten. Er ließ sie in die Zimmer des Palastes bringen, die er für sie zurecht hatte machen lassen, und gab ihr einige Hofdamen, die den Auftrag hatten, alles zu versuchen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Diese Damen taten ihr Möglichstes, sich bei ihren Gunst zu setzen. Sie fanden bald Ursache genug, die Prinzessin wegen der Vorzüge ihres Geistes zu bewundern, und ihre ungemeine Leutseligkeit kam ihnen, indem sie sich um ihr Vertrauen bewarben, auf halbem Wege entgegen. Aber sobald sie die Seite, deren Ton der Prinzessin so zu wider war, berühren wollten, füllte ihre Gefälligkeit auf, und sie mussten alle Hoffnung aufgeben, über diesen Punkt etwas bei ihr auszurichten. Bald hernach kamen die Hüter des Prinzen, welchen bange ward, dass der König ihre List und die Flucht seines Sohnes auf die eine oder andere Art entdecken möchte, und sie kündigten ihm mit großer Bestürzung an, dass er gestorben sei. Runzelwick, so hartherzig er vorher gewesen war, kam bei dieser Nachricht schier von Sinn. Er heulte und tobte wechselweise, und weil er sonst niemand fand, über den er seine Wut mit einigem Schein rechtens hätte auslassen können, so musste es die Prinzess Mammott entgelten, und er ließ sie unverzüglich statt des Verstorbenen in den Turm einsperren. Die arme Prinzessin wusste nicht, wie er geschah, dass sie sich auf einmal so übel behandelt sehen musste. Und da es ihr nicht an Herz fehlte, so sprach sie, wie es ihr zustand, gegen so ein ungebührliches Verfahren. Sie glaubte, man würde es dem Könige hinterbringen, aber es unterstand sich niemand, ihm davon zu sprechen. Sie schrieb auch an ihren Vater, wie übel man mit ihr umginge, und lebte immer in der Hoffnung, dass er bald Mittel finden würde, sie wieder in Freiheit zu setzen. Aber sie hoffte vergebens. Alle ihre Briefe wurden aufgefangen und dem Könige gebracht. Inzwischen suchte sie sich ihre Gefangenschaft so gut sie konnte zu erleichtern und ging alle Tage in die Galerie, um die Gemälde auf den Fensterscheiben zu betrachten. Nichts kam ihr sonderbarer vor, als die Menge außerordentlicher Dinge, die sie darauf vorgestellt sah, und dass sie überall sich selbst vorgestellt fand. Es muss, dachte sie, seit ich in diesem Lande bin, die Maler eine seltsame Krankheit überfallen haben, dass sie so viel Vergnügen daran finden, mich zu malen, als ob es sonst keine lächerlichen Figuren gäbe als die meinige. Oder ist ihre Absicht nur, die Schönheit dieser reizenden jungen Schläferin durch den Kontrast noch mehr zu erheben? Gleich darauf fiel ihr auch ein junger Schäfer in die Augen, dessen ungemeine Schönheit sie nicht gleichgültig betrachtete. Wie sehr ist man zu bedauern, sagte sie, wenn man von der Natur so unmütterlich behandelt worden ist wie ich. Wie glücklich müssen sich diese schönen Leute fühlen. Bei diesen Worten tragen ihr die Tränen in die Augen. Sie warf einen Blick in einen Spiegel und fand sich so abscheulich, dass sie sich nicht schnell genug wieder umdrehen konnte. In dem sah sie, nicht ohne Entsetzen, ein kleines altes Weibchen vor sich stehen, die noch weit hässlicher war als sie selbst. Ihre Gestalt und schlechte Kleidung, welche völlig so waren, wie man in den Märchen die Feen zuweilen erscheinen sieht, und diese plötzliche Art, auf einmal da zu sein, brachte die Prinzessin sogleich auf die Vermutung, dass sie eines dieser wundervollen Wesen sein müsse. Prinzessin, sprach das alte Mütterchen zu ihr, wie du mich hier siehst, bin ich mächtig genug, dir das zu geben, dessen Ermangelung dir so schmerzlich ist. Welle zwischen Schönheit und Zogend. Willst du schön sein, so sollst du es werden, aber sobald du schön bist, wirst du eitel, einbildisch kokett und noch etwas Ärgers werden. Willst du bleiben, wie du bist, so wirst du gut, verständig und bescheiden bleiben. Wähle! Da ist nichts zu wählen, antwortete Mammott, indem sie der Fee in die Augen sah. Aber ist denn die Schönheit mit der Tugend so unverträglich? Nicht schlechterdings, antwortete die Alte. Aber wenn sie nun gerade bei dir unverträglich sind? Nun, rief die Prinzessin in entschlossenem Tone, so will ich ewig hässlich bleiben. Bedenke dich wohl, Mammott, sprach die Fee, ich will dir nichts Unangenehmes sagen, aber es ist doch etwas seltsam, dass jemand lieber Grausen erwecken, als gefallen wollen kann. Lieber alles Unglück in der Welt, erwiderte die Prinzessin, als einen Augenblick aufhören, edel und gut zu sein. Ich hatte bloß für dich meinen weiß und gelben Muff mitgebracht, fuhr die Alte fort. Hättest du am gelben Ende hineingeblasen, so würdest du auf der Stelle so schön geworden sein, wie diese Schäferin, die du so sehr bewundert hast. Und du würdest den schönen Hürden, dessen Bild deine Augen mehr als einmal auf sich zurück zum Liebhaber bekommen haben. Hauchest du hingegen am weißen Ende hinein, so wirst du bleiben, wie du bist, aber immer fester auf dem Wege der Tugend fortschreiten, den du schon so mutig betreten hast. Ach, mein liebes Mütterchen, rief die Prinzessin, versagt mir diese Wohltat nicht. Sie wird hinglänglich sein, um mich über die Verachtung der Welt hinweg setzen zu können. Die Fee gab ihr den Muff und Mammott vergriff sich nicht. Sie hauchte in das weiße Ende und die Fee nahm ihren Muff wieder und verschwand. Wir müssen aufrichtig sein. Es gab Augenblicke, wo die gute Prinzessin nicht ihre Wahl bereute, aber wo sie doch sehr lebhaft den Wert des Opfers fühlte, das sie der Tugend gebracht hatte. Indessen fehlte es ihr auch in solchen Augenblicken nicht an guten Gedanken, die sie nicht nur bald wieder mit sich selbst zufrieden machten, sondern ihre Seele noch mit einem Licht und einem Wannegefühl erfüllten, dass nur das innige Bewusstsein unseres inneren Wertes und das wir gedacht und gehandelt haben, wie wir sollen, gewähren kann. Inzwischen hoffte sie noch immer, dass ihre Briefe an ihren Vater nicht ohne Wirkung bleiben und dass er, wenn Runzelwick in Güte nicht zu bewegen wäre, an der Spitze eines Kriegsheeres kommen würde, seine einzige Tochter zu befreien. Sie erwartete diesen Augenblick mit Schmerzen und hätte gar zu gern in das oberste Geschoss des Turmes hinaufsteigen mögen. Aber mit einer Figur wie die ihrige schien es eine völlige Unmöglichkeit. Doch was ist dem Entschlossenen und Geduldigen unmöglich? Genug, sie versuchte es. Und wie wohl sie mehr als zwanzig Mal absetzen und ausruhen musste und beinahe einen halben Tag darüber zubrachte, so erkroch sie doch endlich mit unsäglicher Mühe die oberste Stufe. Ihr erstes war's, durchs Fenster ins Feld hinaus zu sehen. Da sie aber immer nichts kommen sah, entfernte sie sich vom Fenster, um ein wenig auszuruhen. Und indem sie sich an die Mauer anlehnte, welche Prinz Krummbuckel aufgerissen und ziemlich schlecht wieder zugeflickt hatte, ging ein Stückchen pflasterlos und der goldene Kugelzieher fiel klingelnd auf den Boden vor sie hin. Sie hob ihn auf und bedachte sich, wozu er wohl dienen könnte. Und da sie an dem Schranke kein Schloss, sondern nur eine Öffnung sahen, welche der Kugelzieher passte, so fiel ihr sogleich ein zu versuchen, ob der Schrank sich nicht mit Hilfe desselben öffnen lassen würde. Es gelang ihr auch, wie wohl mit vieler Mühe, und sie war nicht weniger als der Prinz über all die schönen und seltenen Sachen entzückt, womit die unzähligen Schubladen angefüllt waren. Endlich fand sie auch das goldene Türchen, die Schale von Karfunkel und die im Blut schwimmende Hand. Sie fuhr über ihrem Anblick zusammen und würde das Gefäß vor Entsetzen haben fallen lassen, wenn nicht eine unsichtbare Gewalt sie gehalten hätte. In dem hörte sie eine liebliche Stimme, die zu ihr sagte, Fosse Mut Prinzessin, deine Glückseligkeit hängt an diesem Abenteuer. Ach Gott, sprach sie zitternd, was vermag ich zu tun? Du musst, sprach die Stimme, diese Hand mit in dein Zimmer nehmen und sie unter deinem Hauptfühle verbergen. Und wenn du einen Adler an dein Fenster kommen siehst, so öffne ihm das Fenster und gib sie ihm. Es sind wohl wenige Dinge, vor denen die weibliche Natur mit solchem Grauen zurückschaudert, wie vor dem, was die Stimme der Prinzessin zumutete. Das Herz kehrte sich ihr bei den bloßen Gedanken im Leibe um. Aber auf der anderen Seite war es augenscheinlich, dass höhere Mächte hier im Spiele waren. Sie fühlte sich aufgefordert, in einer so außerordentlichen Angelegenheit auch außerordentlichen Mut zu äußern. Denn ohne Zweifel hing irgendeine große Entwicklung von ihrer Entscheidung in diesem Augenblicke ab. Sie nahm also alle ihre Herzhaftigkeit zusammen. ergriff schaudernd die abgehauene Hand, die einem Körper von großer Schönheit und Stärke angehört zu haben schien. Und erstaunte nicht wenig, sie, sobald sie aus dem Gefäße herausgenommen war, so rein zu sehen, als ob sie aus dem weißesten Wachse gebildet wäre. Sie hüllte sie in ein reines Tuch, das sie bei sich hatte, und verbarg sie in ihrem Rocke, schob hierauf alle Schubladen wieder hinein, schloss den Schrank zu und verbarg den goldenen Kugelzieher so gut sie konnte, wo sie ihn gefunden hatte. Bald darauf kamen ihre Aufwärterin, die über ihr ungewöhnliches Verschwinden in große Unruhe geraten waren und sie überall im ganzen Türme gesucht hatten, bis es ihnen endlich einfiel, sie unter dem Dache zu suchen. Sie konnten nicht begreifen, wie Mammott ohne ein Wunderwerk habe heraufkommen können, und trugen sie wieder herunter, ohne dass ihnen etwas von den außerordentlichen Dingen, die ihr begegnet waren, verraten hätte. Es vergingen zwei Tage, ohne dass sich etwas Ungewöhnliches sehen ließ. Aber in der dritten Nacht hörte sie ein Geräusch an ihren Fenstern. Sie zog ihren Vorhang und erblickte beim Mondschein einen großen Adler, der mit seinen Flügeln an das Fenster schlug. Sie kroch, so gut sie konnte, aus ihrem Bette heraus, rutschte ans Fenster und öffnete es, um den Adler herein zu lassen, der durch das Getöse, so er mit seinen Flügeln machte, ihr seine Freude und Dankbarkeit bezeugen zu wollen schien. Er nahm sie in seine Klauen und verschwand. Und wenige Augenblicke darauf sah sie den schönsten Jüngling vor sich stehen, den sie jemals gesehen hatte. Er war von mehr als gewöhnlicher Größe. Seine Gesichtsbildung hatte etwas unbeschreiblich Edles und Anmutsvolles. Ein reiches Diadem funkelte um seine Stirne und in seinem ganzen Ansehen war etwas blendendes, das ein Wesen von höherer Ordnung anzukünden schien. Prinzessin, sagte er, eine höhere Macht waltet über mein Schicksal wie über das deinige. Sie bedient sich deiner, um mich in meinen natürlichen Stand wiederher zu stellen. Du hast ein Recht an meine wärmste Dankbarkeit. Bei diesen Worten berührte er die Prinzessin mit dem Bild der Fee, das er in der Hand hatte, und verschwand. In dem nämlichen Augenblicke sank die Prinzessin wie wie in eine angenehme Ohnmacht. Sie kam aber bald wieder zu sich selbst und war nicht wenig erstaunt, sich, ohne zu wissen, wie es zugegangen, am Ufer eines Bachs, der von Höhen Gebüschen überschattet war, in der anmutigsten Gegend von der Welt zu finden. Aber wie groß war erst ihr Erstaunen, da sie die Veränderung, welche während ihrer kurzen Ohnmacht mit ihrer Person vorgegangen inne wurde und bei einem Blick in das ruhige, spiegelhelle Wasser erkannte, dass sie eben diese Schäferin war, deren Bild auf den Fensterscheiben der Galerie ihr so bezaubernd geschienen hatte. Sie musste aller ihrer Vernunft aufbieten und kaum reichte sie zu, um sich zu überreden, dass ihr selbst noch das Nämliche sei. Bald besorgte sie, den Verstand verloren zu haben, bald, dass alles nur eine Täuschung sei und dass sie unversehens wieder in die vorige Mammott zusammensinken würde. In der Tat hätte die Veränderung, wie wohl sie nur das Äußerliche betraf, nicht wohl größer sein können. Denn aus der elendsten und grauenhaftesten Menschenfigur, die jemals gewesen war, sah sie sich in die schönste, liebreizendste Person verwandelt. Ihr Wuchs hätte zu einer Diane oder Aurore und ihre Gesichtsbildung und jugendliche Blüte zu einer Hebe oder Psyche das Modell abgeben können. Sie trug, wie die Schäferin, von welcher sie nun das Original war, einen weißen, mit feinsten spitzen garnierten Anzug, ein Gürtel von kleinen Rosen und Jasmin, die feinste Schmelzarbeit hielt ihr Gewand um die schmalen Weichen zusammen und ihre schönen, halb aufgebundenen Haare waren mit frischen Blumen durchwunden. Zierliche Halbstiefel von weißem Leder bekleideten den schönsten Fuß, der jemals den Samt eines kurzbewachsenen Grasbodens betreten hatte. Sie fand einen vergoldeten Schäferstab und einen mit Bändern und Blumen gezierten Hut neben sich im Grase, nebst einer Herde Schafe, die längst dem Ufer weideten und auf ihre Stimme ebenso folgsam hörten, als der neben ihnen wachende Hund, der sie zu kennen schien und ihr liebkoste. Welch eine wundervolle Verwandlung und wie viele Betrachtungen hatte sie darüber anzustellen. Vorher war sie das hässlichste aller Geschöpfe gewesen, aber eine Prinzessin. Jetzt das schönste Mädchen, das die Sonne jemals beschienen hatte, aber dafür auch nichts als eine Schäferin. Hatte sie beim Tausche gewonnen oder verloren? Gewonnen, ohne allen Zweifel. Wenigstens sagte sie es sich selbst mit der lebhaftesten Freude. Aber es gab doch auch Augenblicke, wo ihr der Verlust ihres hohen Rangs nicht ganz gleichgültig war. Da die Sonne noch sehr hoch stand und nur schwache Lüftchen, die unter dem Laubgewölbe, wo sie sich befand, zu wohnen schienen, die Hitze des Tages milderten, so schlummerte sie unter diesen Betrachtungen und vermerkt ein. Und wir benutzen diese Gelegenheit, um zu sehen, was indessen aus dem Prinzen Alasin, wie wir ihn künftig nennen wollen, geworden ist. Wir verließen ihn bei der Verschwindung der Fee und des Zauberpalastes, wo ihm so wunderbare Dinge begegnet waren. Hundert Meilen von seinem Turme in einem ihm unbekannten Walde, wo er, sobald er zu sich selbst kommen konnte, über die Verwandlung, die ihm vorgegangen war, nicht weniger, als die Prinzessin Mammott über die Irige in die angenehmste Bestürzung geriet. Die Veränderung, welche das Berühren mit dem goldenen Zweige in seiner Figur hervorgebracht hatte, war so groß, dass Allah sie in den vormaligen Krummbuckel gar nicht mehr erkannte. Es brauchte einige Zeit, bis er das fortdauende Gefühl, dass er die nämliche Person sei, die er kaum gewesen war, mit seiner jetzigen Gestalt, die ein ganz neues Wesen aus ihm zu machen schien, in den gehörigen Einklang bringen konnte. Er kam inzwischen unvermerkt an einen von hohen Erlen beschatteten Teich, wo sein Erstaunen aufs Höchste stieg, indem er die Entdeckung machte, dass er Zug vor Zug dem schönen Schäfer glich, den er so vielmals, nicht ohne eine schmerzliche Vergleichung mit seiner damaligen Missgestalt, auf den bemalten Fensterscheiben betrachtet hatte. Die Ähnlichkeit erstreckte sich bis auf die Kleidung. Auch fand sich, damit ihm nichts zu einem Schäfer nach der Weise der Estreia oder der Hirten des gestnerischen Akkadiens abginge, unvermerkt eine Herde schöner Schafe bei ihm ein, die ihn für ihren Herrn und Führer erkannte. Sogar für eine Hütte hatte die dankbare Fee gesorgt. Alasin fand sie, mit allem Zugehör einer schäferischen Haushaltung, am Ende des Waldes in einem anmutigen Tale, durch welches sich ein Bach schlängelte, an dessen Ufern zu beiden Seiten hier und da verschiedene Schäferwohnungen zwischen fruchtbaren Bäumen oder aus halbverdeckten Gebüschen hervorragten. Das süße Gefühl der Freiheit und das Vergnügen eines verhassten Namens mit einer noch verhassteren Gestalt loszusein, ließ ihn eine gute Weile nicht daran denken, dass er mit dieser Figur und diesem Rahmen auch sein Königreich verloren hatte, und dass der Sohn und Erbe eines Königs sich nun gefallen lassen musste, seinem Zepter nichts als eine Herde Schafe und einen getreuen Hülers untertan zu sehen. Aber endlich dachte er doch daran. Und seine Betrachtungen darüber würden vielleicht nicht die angenehmsten gewesen sein, wenn sein guter Verstand ihn nicht fähig gemacht hätte, sich seinem Schicksale mit guter Art zu unterwerfen, zumal, da aus allem, was ihm begegnet war, augenscheinlich erkennen musste, dass es von einer wohltätigen Macht geleitet werde. Alasin hatte schon einige Zeit in diesem Hürdenlande gelebt, wo ihm seine Gestalt und sein gefälliges Betragen in wenigen Tagen die Herzen der rohen, aber gutartigen Einwohner gewonnen hatte. Hürdenlande ihn einen Geheim erzog, den er für Zufall hielt, an den Ort führte, wo die schöne Schäferin schlummerte. Kaum war er nah genug hingetreten, um sie genau zu betrachten. Himmel, wie wurde ihm zumute, da das Original eben dieser reizenden Schäferin in ihr erkannte, die er auf den Fensterscheiben der Galerie so vielmals abgebildet gefunden und niemals ohne die zärtlichste Regung hatte ansehen können. Er würde, wofern er sich nicht gleich an einen Baum angehalten hätte, von der heftigen Wirkung, die diese Überraschung auf sein ganzes Wesen machte, der Länge nach hingestürzt sein. Aber er holte sich bald wieder, um sie aufs Neue anzuschauen. Oder vielmehr das unbeschreibliche Vergnügen, das er beim Anschauen eines so vollkommenen Gegenstandes empfand, war die beste Stärkung seiner vom ersten Anblick betäubten Sinne. Er ließ sich vor ihr auf die Knie nieder. Sein Auge, sein Herz, sein ganzes Wesen schienen eine einzige, von ihr ausgefüllte Empfindung zusammengezogen. Und er würde bis in die Nacht in diesem wonnevollen Anschauen unverwandt beharret haben, wenn sie nicht von selbst erwachet wäre. Klare Monde, denn wir werden ihr nun wie billig ihren eigenen Namen wiedergeben, hatte kaum die Augen aufgeschlagen, als sie in dem schönen Schäfer, den sie in der ehrbietigsten Stellung vor sich knien sah, eben denjenigen erkannte, dessen Bild ihr in der Galerie öfters vorgekommen war. Dieser Umstand, der ihn gewissermaßen zu einer alten Bekanntschaft machte, milderte bei ihr die Verlegenheit, in welcher sie sich befunden hätte, wenn ihr ganz fremd gewesen wäre. Ihre Augen waren schon mit seiner Schönheit bekannt, und ihr Herz, an eine gewisse zärtliche Erregung bei seinem Anblicke ebenso gewöhnt, war bereits zu sehr dazu gestimmt, gut von ihm zu denken, als dass es ihr hätte einfallen können, einiges Misstrauen in ihn zu setzen. Zwei so vollkommene Personen, wie sie beide waren, und deren Inneres so schön und rein zusammengestimmt ist, können einander nicht ansehen, ohne dass jedes das andere seiner würdig finde. Sie verstehen einander in der ersten Minute besser, als gemeine Menschen nach einem jahrelangen Umgang. Das Erste, was sie füreinander fühlen, ist Wohlwollen. Und dieses Wohlwollen ist Freundschaft. Und diese Freundschaft ist bei einem Jungschäfer und einer Jungschäferin Liebe. Hierzu kommt noch das Klaremonde mit ihrer Verwandlung aus einem missgeschaffenen Murmeltier in das schönste aller Mädchen, zugleich aus einer Prinzessin in eine Schäferin verwandelt war. Zwar nicht so, dass sie die Erinnerung an ihre Geburt und an die Vorrechte ihres vorigen Standes ganz darüber verloren hätte, aber bei einer Person von ihrem Geiste und Herzen mussten diese Vorrechte in ihrem neuen Stande viel von ihrem anscheinenden Werte verlieren. Der Rang einer Prinzessin hatte seine Ungemächlichkeiten, der niedere Stand einer Schäferin seine Vorteile. Überdies, was für Ursache hätte die Schäferin Klaremonde haben können, ihren ehemaligen Stand noch immer geltend machen zu wollen. Was für Hoffnung konnte sie sich machen, wofern sie auch den Weg in die Staaten ihres Vaters gefunden hätte, jemals für die Prinzessin Mammoth erkannt zu werden. Sie hätte die Geschichte ihrer Umgestaltung noch so lebhaft erzählen mögen. Wer würde sie geglaubt haben? Mit dem schönen Alasim hatte es vollkommen die nämliche Bewandtnis. Und Claremundo und Alasim zeigten bei aller Verwunderung, womit sie einander in der ersten Überraschung ansahen, ein Zutrauen gegeneinander, welches uns zu beweisen scheint, dass ihre Herzen schon einverstanden waren, ehe sie Zeit hatten, sich gegeneinander zu erklären. Ist's möglich, rief Alasim, sind sie es selbst? Eben diese Frage schwebt auch auf meinen Lippen, sagte Claremonde. Es sind nur wenige Wochen, seit ich ihr Bild auf den gemalten Glasscheiben meines alten Turmes gesehen habe, worin ich gefangen gehalten wurde, sagte der schöne Schäfer. Schäferin. sind nur wenige Stunden, seit mir eben das mit dem ihrigen geschehen ist, sprach die schöne Schäferin. Meine Geschichte ist seltsam, sie würden sie unglaublich finden, wenn ich sie ihnen erzählte, sagte der Schäfer. Eben das würde ihnen mit der meinigen begegnen, sagte die Schäferin. Ich wurde von meinem Vater in einen alten Turm gesperrt, weil ich eine gewisse Prinzessin nicht heiraten wollte, die selbst in ihren Bildnissen, wie wohl ihr der Maler unfehlbar geschmeichelt hatte, so hässlich aussah, dass es keine Möglichkeit war, sie zu heiraten. Und ich wurde von meinem Schwiegervater eingesperrt, weil ich nicht die Gemahlin seines Sohnes werden wollte, den ich zwar selbst nie gesehen habe, aber von Bildnis das Herz sich mir im Leib umkehrte. Ich war damals nicht, was ich jetzt bin, fuhr der Schäfer fort. Und wie hässlich auch derjenige sein mochte, den man ihnen zum Gemahl aufdringen wollte, so konnte es doch gewiss nicht mehr sein als ich. Ich war damals auch nicht, was ich jetzt zu scheinen mag, versetzte die Schäferin. Aufrichtig zu reden, meine Figur war so krüppelhaft, dass mich niemand ohne Jammer ansehen konnte, und doch so lächerlich dabei, dass man sich in die Lippen beißen musste, um mir nicht ins Gesicht zu lachen. Man nannte mich aus Verspottung Krummbuckel, sagte der Schäfer, und mich aus eben der Ursache Mammott, sagte die Schäferin. Himmel, riefen beide zu gleicher Zeit, so sind wir ja eben die, die man zwingen wollte einander zu heiraten. Wie unglücklich, fuhr der schöne Schäfer fort, dass die wundertätigen Mächte, deren Werk unsere Verwandlung ist, es nicht einige Wochen früher vorgenommen haben. Oder, dass sie uns nicht ließen, wo sie uns fanden, setzte die schöne Schäferin hinzu. Doch, nein, nicht unglücklich, sagte jener, wenn meine liebenswürdige Schäferin von den Empfindungen gerührt werden könnte, die mir Erbildnis beim ersten Anblick einflößte. Claremonda errötete und schlug die Augen nieder. Und Alasin war so bescheiden, auf keine deutlichere Antwort zu dringen. Sie erzählten einander darauf ihre Begebenheiten mit allen Umständen. Und wiewohl der schöne Schäfer ein zu zartes Gefühl hatte, um die schon einmal berührte Seite so bald wieder anzuschlagen, so schienen doch beide in dem Gedanken, was sie einander sein könnten, überflüssige Ursache zu finden, mit ihrem Schicksale zufrieden zu sein. Wie es gegen Abend ging, ersuchte Claremunde ihren neuen Freund, der in diese Gegend schon wohl bekannt war, sie zu einer anständigen Person ihres Geschlechtes zu führen, unter deren Aufsicht sie leben könnte, da es für eine junge Person in ihrer Lage doch nicht wohl schicklich wäre, unter einem unbekannten Volke ganz allein zu wohnen. Er führte sie in eine der geräumigsten und reinlichsten Hütten dieses Tales, wo sie auf seine Empfehlung von einem guten alten Mütterchen aufs freundlichste Empfang und bewirtet wurde. Sie brauchte nur sehr wenig Zeit, um das ganze Herz der Alten zu gewinnen, die sich nicht wenig darauf zugutat, eine so liebenswürdige Pflegetochter zu bekommen. Dass der Prinz Schäfer und die Prinzessin Schäferin von dieser Zeit an die Nacht ausgenommen sich selten lange voneinander trennten, ist leicht zu erraten. Verschiedene Wochen kamen ihnen auf diese Weise wie einzelne Tage vorüber. Aber da sie einander auch alle Tage lieber wurden, so gerieten sie zuletzt ganz natürlich auf die Frage, was das Schicksal wohl über sie beschlossen haben möchte. Und diese Frage schien sich aus dem Wege, den es mit ihnen gegangen, von selbst auf eine sehr entscheidende Art zu beantworten. Der Rückweg in ihren angeborenen Stand schien auf immer abgeschnitten zu sein, und ihr neuer, niedriger, der weltverborgener, aber glücklicher Zustand bekam alle Tage neuen Reiz für sie. Ohne Zweifel hatte das Schicksal ihre Vereinigung beschlossen, die in ihren vormaligen Umständen unmöglich gewesen war, oder, wenn sie endlich auch erzwungen geworden wäre, ihr beiderseitiges Elend nur vergrößert hätte. Kurz, sie mochten sich als Königskinder oder als Hirten betrachten. So stand dem, was nun der einzige Wunsch ihrer Herzen war, nichts im Wege. Sie vereinigten sich also. Der Tag ihrer Vermählung war ein Fest für dieses ganze Hirtenland. Alasin hatte sich, da er noch der Prinz Krummbuckel hieß, mit besonderem Fleiße auf verschiedene Teile der Naturwissenschaft gelegt. In seinem Hirtenstande machte er die Zucht der essbaren und heilsamen Pflanzen und der fruchtbaren Bäume zu seiner Hauptbeschäftigung. Und er wurde dem Hirtenvolke dadurch auf mehr als eine Art nützlich. Die schöne Claremonde lehrte die jungen Schäferin die Pflege der Seidenwürmer und die Zubereitung ihres kostbaren Gespinstes. Beide trugen nicht wenig dazu bei, das Leben dieser gutartigen Naturmenschen zu verschönern und ihren Wohlstand zu vermehren, ohne die Unschuld ihrer Sitten zu verderben. Eine Reihe schöner Kinder, wie sie von solchen Eltern kommen mussten, vervielfältigten die Arbeit und die süßen Sorgen ihres häuslichen Standes, indem sie ihre Glückseligkeit vollkommen machten. Vom Kater, der gern ein Mensch sein wollte. Im Hause eines Dichters lebte einmal ein Kater. Er hatte ein glänzend schwarzes Fell, prachtvolle grüne Augen und den schönsten dicken Katerschwanz weit und breit. Kurz, er war ein Kater, wie er sein muss. Sein Herr, der Dichter, hielt ihn hoch und wert. Er behauptete, der Kater verstünde jedes Wort. Und so war es auch. Eines Abends, als der Dichter Besuch hatte, pfiff er dem Kater und ließ ihn auf den Tisch bringen. Jetzt zeige, was du kannst, sagte er und hob den Finger. Da machte der Kater sogleich einen Buckel und fauchte die Umstehenden mit blitzenden Augen an. Der Dichter aber sagte, meinem Kater fehlt bloß die Sprache. Hätte er die, wäre er sicherlich ebenso intelligent wie manche unserer Professoren und könnte einen respektablen Doktor abgeben. Die Freunde lachten und streichelten den vor Freude schnurrenden Kater. Einer von ihnen aber sagte, na, was nicht ist, könnt ihr noch werden? Und sie lachten noch mehr. Unserem Kater aber stiegen alle diese Worte zu Kopfe und der Ehrgeiz fing an, ihn gewaltig zu jucken. Wäre ich doch ein Mensch, dachte er, es muss herrlich sein, seinen tiefsten Gefühlen in Worten Ausdruck geben zu können. Wie armselig ist unsere Katzensprache. Gelänge es mir doch, menschlich zu sprechen, meinen Schwanz würde ich dafür hergeben. Er wurde ganz melancholisch und klagte nachts auf den Dächern dem Monde sein Leid. Der verstand ihn aber nicht, ebenso wenig wie seine Nachbarin, die weiße Katze, die ihren Freund von der Seite ansah und sich erschrocken mit einem angstvollen Miauen zu ihrem Vetter, dem grauen Kater flüchtete. Er sah ihr nur verächtlich nach. Sie passt doch nicht zu mir, dachte er, was weiß sie von meiner Sehnsucht und aufs Neue ließ er seine klagende Stimme tönen. Endlich hörte ihn eine zahme Krähe, die eine tüchtige Fertigkeit in der menschlichen Sprache besaß. Willst du mir einen Teil deines Mittagbrotes abgeben? krächzte sie. Ich kann dich schon lehren, kann dich schon lehren. Oh, sagte der Kater erfreut, alles, alles und noch ein paar Mäuse dazu, liebe verehrte Frau Krähe, sie machen mich unendlich glücklich. Sie verabredeten nun Ort und Stunde und der Unterricht begann. Zuerst lernte der Kater herzlich schwer, sein altes Miau kam ihm mitten in die schönsten Silben. Aber schließlich begriff er, wie er die Zunge halten müsse. Und es gelang ihm, das erste Wort auszusprechen. Wie glücklich und stolz war unser Freund, und wie fleißig übt er im Schatten des Schornsteins seine neue Kunst. Nach ein paar Monaten konnte er schon einen ganzen langen Satz her sagen. Und bald übertraf er seine Lehrmeisterin, der ein ganzes Gedicht vorsprach, das er von Fritzchen, dem Sohne des Dichters gehört hatte. Nun fühlte er sich ganz wie ein Mensch und beschloss, in die Welt zu gehen, um was Rechtes zu werden. Er schlich in Fritzens Kinderstube, wo im Schrank der Sonntagsanzug hing, zog ihn an und freute sich, wie schöner passte. Weil aber der Schwanz immer hinten hinaus wollte, band er diesen auf dem Bauche fest, griff nach Fritzens Mütze und stahl sich in den Garten. Hier ging er ein paar Mal aufrecht an der Mauer entlang, um sich das Gehen auf den Hinterbeinen anzugewöhnen. Schnell nahm er noch von der Krähe Abschied, warf der weißen Katze einen gnädigen Blick zu und begab sich auf die Wanderschaft. Unterwegs versuchte er, um sich zu üben, das Märchen vom gestiefelten Kater zu erzählen, das er neulich Fritzens Kindermume hatte vorlesen Hören. Er vertiefte sich so in seiner Aufgabe, dass er nicht merkte, was um ihn vorging. Es marschierte nämlich schon eine geraume Zeit ein Ferienreisender Student neben ihm und hörte erstaunt und belustigt dem redenden Kater zu. Endlich stieß er ihn an und sagte, bist du ein Mensch oder eine Katze? Wie man es nimmt, entgegnete der Kater, indem er sich, wie der Kater im Märchen, anstandsvoll verneigte. Ich hoffe aber in der hohen menschlichen Gesellschaft ganz meine Katzennatur abzustreifen und ein wahrhafter Mensch zu werden. Als der Student diese weisen und maßvollen Worte hörte, bot er dem Kater gleich Brüderschaft an und kaufte ihm ein Zwicker und Glaseehandschuhe. Nun kannst du dich in der feinsten Gesellschaft bewegen, meinte er. So wanderten sie in Eintracht zusammen, denn der Student war ein lustiger Vogel und freute sich über das Abenteuer. Höre Schwarzer, sagte er eines Tages zu ihm, du musst auf die Universität, du bist so ein genialer Kater, dass du studieren musst. Der Kater wurde unter seinem Fell ganz rot vor Freude. Und was meinst du, dass ich studieren soll? fragte er herzklopfend. Ich glaube, du hättest Talent zum Juristen, sagte der Student ernsthaft und erklärte seinem Freunde, was das sei. Ich würde dir raten, nach der Schweiz zu gehen. In unserem deutschen Vaterlande ist es bisher den Menschen von käterlicher Abkunft nicht gestattet, Jura zu studieren. Der Kater war zufrieden, ließ sich den Weg beschreiben und ging nach Zürich. Bist du ein Mensch oder ein Kater? fragte ihn der Rektor der Universität. Ich bin ein Mensch gewordener Kater, sagte unser Freund stolz und bescheiden. Der Rektor sah ihn bedenklich an, schüttelte den Kopf, erteilte ihm aber schließlich die Erlaubnis. Und so begann er zu studieren. Aber nun fing sein Leiden an. Die Studenten gingen ihm aus dem Wege oder verspotteten ihn, wo sie nur konnten, so große Mühe er sich auch gab, sich ihren Sitten anzupassen. Er ließ sich das Gesicht glatt abrasieren, obwohl ihn jämmerlich froh, ja, gewöhnte sich selbst das Bier trinken und Tabakrauchen an, das ganz und gar nicht in seiner Natur lag, bloß um den anderen ähnlich zu werden und ihnen zu gefallen. Aber alle Zuvorkommenheit und Höflichkeit waren umsonst. Er war und blieb für Professoren und Studenten der schwarze Kater und fühlte immer bitterer, wie sehr man ihn wegen seiner Herkunft verachtete. Wenn ich nur erst Doktor Juris bin, dachte er, dann werden sie mich doch als ihres gleichen ansehen müssen. Und er studierte mit Feuereifer und Gründlichkeit. Endlich war es soweit, um seine Doktorrede zu halten. Der große Saal war dicht gedrängt voll, alles wollte den weisen Kater sprechen hören und seinen Spaß an ihm haben. Er hatte die Glacé-Handschuhe angezogen, den Zwicker aufgesetzt und betrat die Rednerbühne. Aus einer Ecke tönte ein langgezogenes leises Miau. Er zwang sich aber zur Ruhe und fing seine wohldurchdachte Rede an. Als er aber an den Satz kam, die Welt ist dem Richterspruche der Zeit und wir Menschen dem Richterspruche der Zukunft unterworfen, ja da geschah etwas Furchtbares. Die Studenten fingen an zu johlen und laut Miau zu rufen und ein donnerndes Gelächter erhob sich und dazwischen schrie man Kater, schwarzer Kater, Zukunftskater, Kater, raus! Unser Kater zitterte und starrte auf die tobende Menge unter sich. Plötzlich kam ihm der Haufe davor wie lauter piepsende sich balgende Mäuse. Lauter Mäuse, lauter piepsende Mäuse! Seine Haare sträubten sich und mit einem Ruck erwachte seine Katerseele. Wütend riss er sich die Kleider vom Leib, dass sein schwarzer Schwanz steil in die Höhe fuhr. Und während sie im Saale noch lauter jachten und johlten, sprang er mit einem herzzerreißenden Miaugeheul den Zuhörern auf die Köpfe, brauchte seine scharfen Krallen und fauchte lauter Mäuse, lauter Mäuse. Da ergriff die Menge eine furchtbare Angst und mit den gellenden Rufen »Der Kater ist toll geworden«, stürzten sie in wilder Flucht den Türen zu. Und bald war der Saal leer. Der Kater aber beruhigte sich nach und nach und sprang auf das Katheder, wo er das in Unordnung gebrachte Fell hübsch sauber und glatt leckte. »Meh, es lohnt nicht, der Mühe Mensch zu werden«, dachte er. »Wir Kater sind doch ein edleres Volk.« Darauf reckte er, wie er löst, seinen geschmeidigen Katzenkörper, schnurrte, machte einen Buckel und verließ mit hoch erhobenem Schwanz die Universität. Sein Herr, der Dichter, freute sich, als er ihn wieder zurückkehren sah, und er verzieh ihm gern seine Streiche. Einmal des Nachts, als die beiden allein waren, erzählt ihm der Kater seine Abenteuer, und der Dichter hat sie zur Warnung für alle anderen ehrgeizigen Kater aufgeschrieben. Wenn ihr aber den gelehrten Kater sehen wollt, so geht nach der Mühlenstraße Nummer drei. Da sitzt er auf dem Laubendach und unterhält sich mit seiner Nachbarin, der weißen Katze. Die beiden Junker Auf einer alten verfallenen Burg lebten einst zwei sehr verschiedene Brüder. Einer hieß heute, der andere morgen. Junker Morgen war ein sehr langweiliger Geselle und hatte die schlechte Gewohnheit, alles zu verschieben, so, dass er zu nichts kam. Junker heute dagegen war rasch in seinen Handlungen, frisch und munter und nur manchmal etwas zu wild und drauflos. Ihre Eltern waren tot und hatten ihnen weiter keine Güter hinterlassen als das alte, baufällige Schloss. Damit konnten sie nun nicht viel anfangen und dass sie jung waren und gern glücklich und in Freuden gelebt hätten, in die große, weite Welt zu ziehen und ihr Glück zu suchen. Und da es zu jener Zeit noch alle guten Geister gab, die den Menschen, wenn sie es richtig anfassten, gern zum Glück finden halfen, wollten sie ihren Weg dahin nehmen, wo von Altersher die guten Geister am liebsten wohnten. Und das ist der tiefe, dunkle, grüne Wald. Auch die bösen Geister treiben dort ihr Wesen. Aber mit denen wollten sie schon fertig werden, denn sie waren jung und stark und hatten also guten Mut. Beide zugleich aber wollten sie die alte Burg nicht verlassen, denn wenn sie auch alt und verfallen war, liebten sie doch dieses Plätzchen auf Erden, wo sie Kinder gewesen und so lange mit ihren guten Eltern trotz Armut und Sorgen glücklich und fröhlich gewesen waren. Geh du zuerst, sagte Junker heute zu seinem Bruder. Du bist der Jüngste und ich habe es dem Vater auf dem Sterbebette versprochen, dich zuerst dein Glück versuchen zu lassen. So zog denn Junker morgen an einem hellen Sommertage hinaus in den geheimnisvollen Wald, der viele Tagreisen lang sich in die Welt hinaus erstreckte. Es war so schön im Walde, still und schattig und die Erde so warm und voller Blumen. Die Büsche und Bäume hingen voll von Früchten und Beeren und im grünen weichen Mose ruhte sich's behaglich und der murmelnde Quell gab schönes kühles Wasser. Das gefiel dem Junker sehr gut und er bummelte vergnügt viele, viele Tage im warmen sommerlichen Walde umher. Ein kleines goldbraunes Vöglein flog immer mit ihm, setzte sich auf einen Asten neben ihn und zwitscherte leise Glück, Glück. Junker Morgen lachte und sagte Glück, das will ich mir schon suchen, aber morgen ist auch noch Zeit, es ist zu schön hier. Und er aß von den saftigen Früchten und trank aus dem klaren Quell, schlief auf dem weichen Mooslager und freute sich an den vielen bunten Blumen, von denen jede ihm ein anderes neues Geschichtchen zu erzählen musste. So ging er immer tiefer in den Wald, viele, viele Tage lang. Das Vöglein sang immer lauter Glück, 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 aber der Junker antwortete immer wieder Morgen, Morgen und vergaß ganz und gar, weshalb er von Hause fortgegangen und in diesen Wald gekommen war. Aber plötzlich wurde alles ganz anders um ihn her. Die Wehren fielen von den Sträuchern und verdarben am Boden. Die Bäume wurden dunkelrot und leuchtend gelb, das Moos an der Erde feucht und kalt und die Blumen starben. Da wurde dem Junker schauerlich und einsam zumute. Er sah sich nach dem kleinen Vogel um, dessen Stimme er schon lange nicht mehr gehört hatte. Der aber saß auf einem Aste und zwitscherte ganz laut. Glück, Glück, komm, komm. Ja, ja, ich komme, sagte Junker Morgen. Da flog das Vöglein hoch in die Luft und sang ein lustiges Lied. Junker Morgen wanderte weiter über Berg und Tal. Bald war er hungrig und müde, denn im Walde fand er nun keine Nahrung mehr, und in den kalten Nächten konnte er nicht mehr im Freien schlafen wie bisher, und so wanderte er den Tag und Nacht weiter. Endlich, als er fast nicht mehr weiter konnte vor Hunger, Durst und Müdigkeit, sah am Ausgang des Waldes ein großes weißes Schloss mit goldenen Toren leuchten. Die Abendsonne blitzte so hell in den kristallenen Fenstern und auf den goldenen Säulen, dass er die Augen schließen musste vor all der funkelnden Pracht. Er setzte sich in den Schatten eines Baumes und freute sich endlich etwas anderes als Bäume und Gras und Blumen zu sehen und nun die Hoffnung zu haben, in dem reichen stolzen Schlosse gute Speise und ein weiches Nachtlager zu finden. Er war so müde, dass er fast einschlief, aber der Hunger jagte ihn weiter. Als er dann an das goldene Tor des Schlosses kam, öffnete sich dieses weit vor ihm und er ging verwundert über die mit goldenen Steinen gepflosterten Wege durch große weite Hallen mit bunten Marmorsäulen. Dann kam an einen Garten so wunderschön, wie er noch nie einen gesehen hatte. Die Bäume und Blumen, der blaue See mit den weißen Schwänen funkelten wie lauter Edelsteine. Aber alles schien tot und nichts bewegte sich. Er griff nach den goldroten Früchten und freute sich, endlich etwas Gutes für seinen hungrigen Magen zu finden. Aber die schönen Früchte waren hart wie Stein und kalt wie Eis und er konnte sie nicht vom Baume brechen, so feste waren sie angewachsen. Und als er aus dem blauen See Wasser schöpfen wollte, war auch das hart und fest wie Stein. Da seufzte Junker Magen laut auf. Und da stand plötzlich ein alter Mann mit eisgrauem Barte neben ihm, der rührte an seinem Arm und winkte ihm zu folgen. Beide schritten sie schweigend zusammen durch viele große herrliche Zimmer voll Pracht und Reichtum. Endlich blieb der Alte vor einer Tür stehen, öffnete sie mit einem goldenen Schlüssel und sie traten in ein wunderschönes Frauen Gemach. Da schlief auf purpuroten Polstern ein liebliches Königskind. Junkermorgen war ganz entzückt und konnte seine Augen gar nicht abwenden. Sie ist schön, nicht wahr? sagte da der alte Schlosswart. Und siehe, sie soll dein Weib sein und das ganze herrliche Schloss soll dir dazugehören, wenn du heute und Mitternacht hier bist und ihren Zauber löst, indem du sie bei dem zwölften Schlage der Turmuhr auf den Mund küsst. Weiter nichts, sagte Junkermorgen erstaunt. Die Aufgabe ist leicht. Erfülle sie nur, sagte der alte ernst. Dann gab er ihm den goldenen Schlüssel zur Tür und führte sie an den Eingang zurück. Heute mit dem zwölften Schlage, sagte der alte. Ja, ja, rief lachend der Junke und trat hinaus. Ach, wenn das alles hier es sein wäre, herrlich, und den Freuden wollte er dann leben. Da würde wohl der ganze Zauber vom Schloss abfallen, wenn er die Prinzessin erlöst hätte, und all die köstlichen Früchte könnte man genießen, und die Schwänen auf dem See würden wieder schwimmen. Da fühlte er wieder seinen Durst und Hunger und fing an zu denken, wo er wohl die langen Stunden bis Mitternacht eine gute Mahlzeit finden könnte. Und wie er seine Augen so umherschweifen ließ, sah aus seiner kleinen Hütte am Rande des Waldes eine feine, dünne, blaue Rauchwolke aufsteigen. Voll Freude lief er auf die Hütte zu. Leise schliche heran und schaute durchs Fenster. Da saß ein altes, hässliches Weib auf einem Schemel. Sie hatte einen großen, schwarzen Kater auf dem Schoß und streichelte ihn. Aber obgleich es aussah, als ob sie ihn mit zärtlichen Händen streichle, fauchte und krümmte sich der Kater und als sie ihn endlich losließ, sprang er mit einem Satz zum Fenster hinaus und dem Junker gerade an die Brust. Die Alte lachte laut auf. Kater Schwachkopf, dein erster Heldentakt. Und was ist euer Begehr? fragte sie den Junker. Ich bin hungrig und müde und möchte mich bei euch etwas ausruhen und laben. Ich werde es euch reichlich lohnen, freilich erst morgen, morgen bin ich der reichste Mann im Lande. Morgen, sagte die Alte, es wäre mir lieber, ihr wäret es heute schon, aber kommt nur herein und esset meine Suppe mit mir. Die Suppe schmeckte ihm köstlich und erst als Junker Morgen ganz satt war, sah sich in dem verfallenen Hütchen um. Es war ganz schwarz voll Rauch und merkwürdige Geräte hingen an den Wänden und viele Schüsseln und Salbtöpfe standen auf dem Herde und auf vielen Brettern an den Wänden entlang. Die Alte kauerte am Boden und murmelte leise unverständliche Worte in ein Gehäuse von Holz hinein, in dem eine Menge schneeweißer Mäuse unruhig hin und her liefen. Nun bin ich satt und müde und will schlafen, sagte der Junker, aber weckt mich zur rechten Zeit um Mitternacht habe ich ein wichtiges Geschäft vor. Wenn das vollendet ist, soll's euer Schade nicht sein, mich so barmherzig aufgenommen zu haben. So, so, und gar geheimnisvoll seid ihr. Na, wollen sehen, wecken will ich euch schon. Junker Morgen fühlte noch einmal nach dem goldenen Schlüssel in seiner Tasche und dann schlief er fest ein. Ihm war, als habe er nur eben erst die Augen zugemacht, als er sich darb geschüttelt fühlte. Die Alte stand am Bett und lachte ihn mit ihren bösen Augen an. Auf, auf, sagte sie, es ist gleich Mitternacht und ihr hattet doch solch eine wichtige Sache auszuführen. Auf, auf. Och, sagte Junker Morgen, ich bin so müde, och, lasst mich doch schlafen. Aber euer Glück und all das Gold, das ihr mir verspracht. Glück, Gold, brummte der Junker schlaft trunken, morgen ist auch noch ein Tag. Hört, es schlägt vom Turm, eins, zwei, was wolltet ihr denn tun, erinnert euch doch. Ja, es war etwas mit einer schönen Frau. Schöne Frauen warten nicht gern, es ist der fünfte Schlag. Aber Junker Morgen drehte sich faul herum und brummte, lasst mich heute noch schlafen, morgen, morgen ist auch noch Zeit. Als er dann am anderen Tag erwachte, glaubte er, alles geträumt zu haben. Er stürzte an das Fenster, aber kein Schloss war mehr zu sehen. Er suchte nach dem Schlüssel, aber auch der war fort. Doch als die hässliche Alte hereinkam, fiel ihm alles wieder ein und auch, dass er sein Versprechen für ihre Gastfreundschaft zu bezahlen nun nicht mehr halten konnte. Und er wollte sich leise hinausschleichen aus der Hütte. Aber die Alte merkte seine Absicht, sprang ihm nach und hielt ihn am Kragen fest. Holla, da geblieben, hier wird bezahlt. Wenn der faule Herr kein Gold hat, dann muss er mir eben anders dienen. Und sie packte den Junker mit beiden Händen und schüttelte ihn furchtbar und sprach allerlei wirre Worte dazu. Da fühlte er, dass er unter ihren Händen immer kleiner wurde und als er schreien und um Hilfe rufen wollte, konnte er nur noch fauchen und knurren wie ein Kater. Ha, schöner schwarzer Herr, sagte boshaft die Alte, nun will ich euch die Faulheit austreiben. Marsch, an die Arbeit, fort auf die Mäusejagd, Kater Schwachkopf, herbei, zeige dem Gesellen, was er zu tun hat. Fort, und dass ihr mir jeder mindestens drei Mäuslein mit heimbringt, schneeweiß ohne Flecken und fein lebendig, hört ihr? Und sie gab jedem noch einen derben Fußtritt, als sie ihn die Türe öffnete. Während all dies geschah, saß Junker heute auf dem Schlosse und wartete auf die Rückkehr seines Bruders. Als der Sommer ins Land gegangen war und auch fast schon der Herbst zu Ende war, wurde ihm das Herz schwer, denn er glaubte, sein Bruder sei in einer Gefahr umgekommen. Nun machte er sich selbst auf den Weg nach dem Glück und hoffte dabei vielleicht etwas von dem Schicksale seines lieben Bruders zu erfahren. Er hielt sich nicht lange auf im Walde. Rasch und ungeduldig wie er war, achtete er nicht auf Weg und Blumen und Quell, sondern eilte weiter und weiter, immer fort auf das Abenteuer wartend, das ihm Glück bringen würde. Auch mit ihm flog das goldbraune Vöglein und sang Glück, Glück, und Junker heute nickte ihm zu und sagte ich weiß, ich weiß. Aber er eilte so schnell vorwärts, dass ihm das kleine Vöglein kaum folgen konnte und es sang doch der Junker heute lachte und rief nein Kamerad zum Bleiben ist keine Zeit und stürmte weiter. So kam er denn schon nach wenig Tagreisen da an, wohin sein Bruder Monate gebraucht hatte. Auch er kam an der schwarzen verfallenen Hütte vorüber. Es war ein warmer Herbstabend und die Alte saß im Sonnenschein und hatte die beiden schwarzen Kater auf dem Schoße. Als Junker heute näher kam, schoss der einer auf ihn los und schmickte sich an seine Füße und fauchte und miaute und gebärdete sich wie toll. Nun, Kater Faulpelz, was ist denn los? rief die Alte. Junker heute beugte sich zum Kater und streichelte ihm freundlich das blanke kohlschwarze Fell. Wollt ihr denn nicht eintreten und eine Labung zu euch nehmen? sagte die Alte den Junker mit einem bösen Lachen ansehend. Danke, danke, ich bin sehr in Eile, antwortete Junker heute. Sehr in Eile? Eile braucht Weile, bleibt und esset und ruht euch. Nein, es geht nicht, sagte der Junker und machte sich wieder auf den Weg. Der Kater wollte mit ihm laufen, aber da rief ihn die Alte mit einer scharfen, bösen Stimme und da duckte sich der Kater zusammen und kroch zu ihr zurück. Junker heute kam nun auch an das Schloss, das funkelnd im Abendsonnenscheine lag und da wusste er, dass er am Ziele seiner Reise angelangt sein müsse. In diesem Schloss müsste er sein Glück finden und atemlos ging er zum Tore, das sich plötzlich auch vor ihm weit öffnete. Glück, Glück, wach hart, wach hart, sang das Vöglein. Warten, rief der Junker, das musste einem anderen sagen, ich warte nicht. Und hinein stürzte er in das Schloss, lief durch die Gänge und Höfe und den schönen Garten sah nichts von all dem Schönen, ohne Ruhe und Rast lief er, bis auch zu ihm der alte Mann mit dem langen Barte kam und ihn an die goldene Türe führte. Junker heute zitterte vor Ungeduld und als er das schöne, wundersame Königskind auf dem purpuren Lager sah, fiel er vor Entzücken auf die Knie und breitete die Arme nach ihm aus. Sie ist schön, nicht wahr? sagte der Alte. Und siehe, sie soll dein Weib sein und das ganze herrliche Schloss soll dir dazugehören, wenn du morgen um Mitternacht hier bist und ihren Zauber löst, indem du sie beim zwölften Schlage der Turmuhr auf den Mund küsst. Da sprang der Junker heute auf. Morgen sagst du, morgen, da liegt mein Glück vor mir und ich soll bis morgen warten? Nein, heute, heute muss es mein werden. Und er lief auf die schlafende Königsmai zu und umschlang sie. Da dröhnte ein furchtbarer Schlag durchs Schloss und alle Herrlichkeit stürzte mit dem Ritter in tiefe Finsternis. Als er erwachte, lag er auf der Landstraße am Rande des Waldes. Der schwarze Kater stand neben ihm und leckte ihm zärtlich die Hände. »Ach, du gutes Tier willst mich trösten«, sagte Junker heute traurig. Er hob sich und setzte sich auf einen Stein am Wege und nahm den Kater auf seine Knie. »Ja, ja«, sagte er, »so ist's, nach dem Glück zog ich aus, und als ich es beinahe hatte, musste ich es mir durch meine Ungeduld zerstören. Ja, so war ich immer, und mein armer Bruder hat es sich wohl durch seine Trägheit vernichtet. Ach, Bruder, morgen wärest du doch wieder bei mir, da wollten wir es zusammen noch einmal versuchen. Als er so sprach, sprang der Kater ganz wild von seinen Knien herunter, heulte fürchterlich, zerrte an seinen Kleidern, lief zur verfallenen Hütte, kam wieder zurück und zerrte wieder an seinem Rocke. Da merkte der Junker, dass das Tier etwas von ihm wolle, stand auf und folgte dem Kater in die Hütte. Dort stand die Alte am Herde und rührte in einer Schüssel, aus deren hässlicher Geruch aufstieg, sie murmelte leise unverständliche Worte dazu. Da sprang der Kater so wild auf die Schultern der Alten, dass sie mit einem Schrei umfiel und bis der Kater ihr das Gesicht und fauchte und heulte jämmerlich. Junker heute nahm sein Schwert und schlug die alte böse Hexe tot. Und in demselben Augenblick stand sein Bruder Morgen neben ihm und ein schwarzes Katerfell lag an der Erde. Die Brüder umarmten sich und weinten vor Freude. Da stehen wir nun beide mit leeren Händen. Jetzt lass uns zusammen das Glück suchen, sagte Junker morgen. Wenn du zu schnell bist, werde ich dich zurückhalten. Und wenn du zu lange zögern willst, werde ich dich antreiben, sagte Junker heute. Und so machten sie es. Und so wurden sie beide glücklich und lebten ein langes, schönes Leben. Von der kleinen Meerjungfer, die falsch sang. Ein junger Arzt in einer alten Stadt hatte seine liebe Frau verloren. Darüber wollte er vor Gram vergehen. Sie war die schönste und beste Frau der Welt gewesen. Sein Liebstes. Keine konnte so lustig lachen. Keine konnte so verständig und ernst reden. Keine war so fleißig und flink und hatte dennoch immer Zeit zu allem. Des Arztes Mutter war früh gestorben. Kein Mensch hatte ihn seitdem lieb gehabt wie nun die Frau. Über die Maßen froh waren sie gewesen, dass sie einander hatten. Ein kleines Haus war ihnen eigen. Auch ein liebes kleines Kindchen hatten sie gehabt. Aber das hatte die sterbende junge Mutter gleich mitgenommen. Kaum eine Stunde hat es gelebt. Nun sollte der Herr Doktor wieder seinem Beruf nachgehen, aber das war ihm ganz unmöglich. Er dachte an nichts als an die tote Frau. Tag und Nacht, jede Stunde, jede Minute. Immer war es ihm, als müsste er sie rufen, als müsste sie kommen, und sie kam doch nicht wieder. Sein schönes Haus schien ihm ganz verödet. Er lief von einem Zimmer zum anderen. Er saß an ihrem Nähtisch, an ihrem kleinen Schreibtisch, an ihrem Bett. Nein, so konnte es nicht weiter gehen, er musste doch einmal Ruhe finden. Schon seiner Kranken wegen musste er sich doch fassen. Aber es ging eben nicht. Der Schmerz war zu groß, unerträglich waren die Stunden. Da gab ihm sein Verstand den Rat, er möge es doch einmal mit einer Reise versuchen. Seit seinen Knabenjahren liebte er leidenschaftlich die See. Nie hatte er sich satt sehen können an ihrem unendlichen Wellenspiel, nie sich satt hören am Liede der Wellen, jenem Lied, das wohl einmal sanfter und zarter und das andere mal milder tönt, aber nie einen Missklang hat, das einem so tief zu Herzen spricht. Seine wichtigsten Entschlüsse hatte er als Knabe und junger Mann an der See gefasst. Wie oft war er aus seiner Heimatstadt, die nicht zu weit von ihr entfernt war, dahin gewandert. Die See hatte ihn ermutigt und begeistert, zu allem Guten gestärkt, zu allem Rechten gestellt. Er hatte sie genossen in Sturm und Ruhe, im Schwimmen und Segeln und Rudern, in übermütiger Lust. Und nun sollte sie ihn trösten. Er brauchte so sehr einen starken, tröstenden Freund. Als der Entschluss einmal gefasst war, setzte er die Reise schnell ins Werk. Er bat einen Kollegen, ihn bei seinen Kranken zu vertreten, bis er selbst sich wieder ruhig genug fühlte, um wieder ihr Helfer zu sein. Er wählte die rascheste Reisegelegenheit und im Mittagssonnenschein stand er am Strande. Vom äußersten Punkt der Mola aus blickte er hinaus auf die blitzende, unruhig bewegte Fläche. Mit ganzer Seele lauschte er auf die urewige Sprache der Wellen und Wogen. Die See sang ein lautes, brausendes Lied. Aber das Lied brauchte dem traurigen Manna keinen Frieden. Nein, er wusste nicht, woher es kam, nicht, woran es lag. Die Musik des Meeres schien nicht mehr die herrliche Reine. Er konnte sie kaum hören, so wehtat sie seinem Ohr und seinem Herzen. Ein falscher Ton ging durch, störte alle Harmonie. Irgendwo fehlte es, irgendetwas stimmte nicht. Ein Misstön, das nie vorher dagewesen war, klang aus jedem Wellenschlag. Ganz leise war's, aber die Musik war eben nicht mehr rein. Der Mann litt durch sie, litt noch mehr als zu Hause. Eine quälende Unruhe trieb ihn vom Strand in die Dünen, von den Dünen wieder an den Strand, trieb ihn im Boote weit hinaus auf die hohe See und wiederum uferwärts. Vielleicht dachte er jeden Tag, geht's morgen besser. Aber es ging immer schlimmer. Der Sang der Wellen war ihm immer unerträglicher. Gerade heraus schreien hätte er können, so weh tat er ihm. Als vernünftiger Mensch biss er aber einfach die Zähne zusammen und beschloss endlich die Heimkehr. Noch einmal stand er eines Abends am Strand und dann ging er hoffnungslos und müde in die Dünen hinein dem Dorfe zu. Stumm packte er sein Trauriger als er gekommen, hoffnungslos traurig, fuhr er heim. Die See hat ihm nicht geholfen. Er grübelte viel darüber nach, wie das kam. Es war aber ganz einfach und natürlich zugegangen. Nämlich so. Eine kleine Meerjungfer in einem Königreich auf dem Grunde der See war daran schuld. Sie sang falsch im Chor der Meeressänger und Meeressängerin, dem sie zugehörte. Zum ersten Mal seit Millionen Nixen nahm, deren jedes wieder Millionen Menschenjahre zählt, sang eine Stimme in einem dieser großen Chöre falsch. Das Jüngferchen war noch sehr jung und so lieblich und fein und durchschimmernd, als wenn man eine Perle zerblasen hätte und ein Mädchen wäre nun daraus geworden. Dazu war sie auch noch eines Meerkönigs letztes geliebtes Kind, die berühmteste Schönheit in der ganzen Meereswelt, in der sehr selten noch neue Kinder geboren werden. Es blieb eigentlich immer und immer wie es war. Nur die Könige bekamen, wenn sie es sich sehr wünschten, etwa alle Millionen Jahre noch ein Kind. Dafür ging dann einmal eine ganz alte Meereskreis in, allmählich und unmerklich in Schwamm und ein ganz hutzeliger Meerkreis in Korallen auf. Dieses jüngste Meerkönigstöchterlein hatte noch etwa ein Dutzend schöner Schwestern. Sie war aber doch die allerreizendste. Trotzdem war sie der größte Gram und Kummer ihres Vaters, das Entsetzen sämtlicher Lehrer und Kapellmeister der Meereswelt. Denn was noch nie vorgekommen war, das kam nun vor. Die entzückende Prinzessin war faul. Die entzückende Prinzessin wollte nicht lernen, richtig zu singen. Das Singen aber war das Einzige, was man überhaupt in den Mehrbildungsanstalten zu lernen hatte. Alles andere Wissen kam von selbst, floss einem durch die Wellen überall herzu. Jeder Mann wusste überall, in jedem Winkel jedes fernsten Königreichs, ohne je dort gewesen zu sein, Bescheid. Auch das richtige musikalische Gehör war angeboren. Reinsingen war selbstverständlich. Aber es gab doch Vorschulen und Schulen, Gymnasien, Lyzeen und Universitäten, alles für die Ausbildung im Gesang. Zum schönen Zusammenklang wurden die Stimmen gebildet. Sie wurden geübt, vom leisesten Piano zum lautesten Fortissimo schwellend überzugehen. Die hohen, klaren Stimmen wurden zum Gegengesang zu den tiefen, starken eingeübt. Ganze Orchesterwerke, große, schwierige Chöre wurden eingeübt. Es war ein Leben des Sanges und Klanges, wie man sich's gar nicht denken kann. Ein Musizieren und halblautes Üben, sogar oft noch nachts im Traum. Ein Auf und Ab von Übungen und Tonleitern anders im Einklang. So, dass das ganze Meer ein einziges harmonisches Singen und Klingen war, sogar noch im wildesten Brüllen, Toben und Brausen. Und nun, in all der ewigen Harmonie, auf einmal dieses Kind, diese Prinzessin, Sie mochte nichts von Singen hören. Sie war die Erste, die ganz aus der Art geschlagen war. Das machte wohl, weil man sie gar zu sehr verzog, gar zu viel Wesens mit ihr machte, seit sie mit den weißen, schwebenden Füßchen den ersten Schritt auf dem silbernen Sande des Meeres getan hatte. Aber am meisten, nein, vielleicht einzig und allein, war die alte Amme Schuld. Die war wohl gar zu alt geworden mit der Zeit, nahe wahrscheinlich am leisen, allmählichen Auflösen. Da dachte sie viel zurück, da fielen ihr die uralten Geschichten und Märchen ein, deren Erzählen eigentlich streng verboten war. Am strengsten verboten waren die Menschenmärchen. Es lebte so eine dunkle, eigentümliche Ahnung, als ein sie eigentlich war, als befände sich über der Meereswelt noch eine andere, eine Luft- und Sonnenwelt, in der Nelken und Rosen blühten, ganz anders als die Meernelken und Meerrosen, in der das Wasser nur in Rinnen und Becken stünde. Über die weiße Segelschiffe die Wesen trüge und die Wesen lebten ganz kurz, obgleich es auch ihnen lang schiene. Viele, viele würden täglich geboren, es wimmelte von ganz Kleinen und die Großen liebten die Kleinen und die Kleinen liebten die Großen über die Maßen innig. So etwas könne man sich unter dem Meere gar nicht denken. Am herzinnigsten liebten sich immer je zwei junge Große, Mann und Weib. Wenn so zwei auseinander müssten, das wäre immer ein Schmerz, als wäre die ganze Welt auseinander gerissen. Und doch käme es, ach, gar so oft vor. Denn aus Geburt und Liebe und Tod bestände in der Hauptsache das Menschenreich. Der Tod ende die Menschenleben, wie es ihm einfiele, treffe jung und alt, täglich müssten viele Menschen sterben, und die, die sie geliebt hatten, blieben an Leib und Seele grausam verwundet zurück. Aus diesem großen Menschenmärchen erzählte die alte Amme dem Prinzesschen, die atemlos lauschte viele einzelne Beispiele und Geschichten. Sie wusste längst selbst nicht mehr, von wem sie die Sachen wusste, alle diese Geschichten von Finden und Sehnen, von Trauer und Seligsein, von Liebe und Tod der Erdenmenschen. Und dadurch wurde das Prinzesschen ganz versonnen und versponnen. Am liebsten saß sie irgendwo in einem goldenen Winkel des Schlosses und träumte und sann. Das war aber genau so, als wenn bei uns Menschen jemand verhungert wäre, aus Liebe zu Märchen. Ohne Singen musste man im Meerreich einfach verwelken, verschwinden, vergehen. Und dass man nicht sang, das gab's einfach deshalb nicht. Die Prinzessin war in dieser Art die allererste. Die hätte die Gesangsstunden einfach vergessen, hätten die Schwestern sie nicht in ihrem Traumwinkel aufgespürt und mit Gewalt hervorgezogen. Schnell, 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 oder wir kommen zu spät zur Singstunde, drängelten sie immer in des Prinzesschens stille Gedanken hinein. Sie fassten sie an der Hand und schwebten mit ihr davon. Die Lakaien, die von etwas schwererem Stoff waren, prusteten luftschnappend hinterher. So ging's immer noch gut. Knapp vom ersten Aufschlag des Taktstockes war man zur Stelle, natürlich ganz vorn. Die Älteren, acht waren es, behielten die Jüngste womöglich in ihrer Mitte, nämlich, um das Unerhörte und Schreckliche mit ihren eigenen süßen und vollen Stimmen zu verdecken. Aber es half nichts, es war da, es war wahr, es war nicht mehr zu verleugnen. Die Kunde davon setzte sich schon fort bis in die fernsten Winkel des Meer als Die Prinzessin sang falsch. Ganz verlegen, mit einem Gesicht, als wollte er sich am liebsten selbst zerreißen, hatte der Kapellmeister sie zuerst auf ihren Fehler aufmerksam gemacht. Ein Flüstern und Starren, ein Aufrauschen des Entsetzens war um sie her. Sie merkte es kaum, ihr war es ganz egal. Sie sang ruhig weiter, Misstöne und Misstönchen. Da wurde sie in einer offenen Ansprache vor dem ganzen Chore ehrlich und mutig getadelt. Der Kapellmeister zitterte und war leichenblass. Er müsse sich ja unter den Boden des Meeres schämen. Sie verderben nicht nur seinen eigenen Rheinkor, sondern überhaupt sämtliche Meereschöre. Denn bis in die fernsten Enden der fernsten Königreiche höre und empfinde man den falschen Ton. Er hätte schon Fernsprecher Anfragen von allen Kollegen aller Meeresteile bekommen, was denn um Himmels Willen los sei. Ja, das Prinzesschen hätte eigentlich vor Scham zerfließen müssen. Aber diese Rede focht sie auch nicht weiter an. Die ganze Sache machte ihr nicht den geringsten Eindruck. Sie war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, viel zu sehr in ihr Träumen versunken. Nicht einmal, als ihr Vater sie vor versammeltem Volk vor seinen Thron berief, erzitterte sie. Sie nickte wohl zerstreut bei seiner donnernden Strafrede und machte ein Mäulchen, was Besserungsvorsätze andeuten sollte. Aber sie sang bodenlos falsch weiter mit ihrem feinen Stimmchen. Nun wurde schon im Volk erwogen sie einfach nicht mehr singen, das heißt, also sie sterben zu lassen. Murrend und murmelnd forderte dieser und jener alte Gesangsprofessor diesen Beschluss schon erbarmungslos vom allgegenwärtigen König und Herrn. Da fiel der alten Ammer aber noch ein Ausweg ein in ihrer kolossalen Angst, dass ihre Übertretung des Märchengebotes, der Grund der prinzesslichen Zerstreutheit, an den Tag kommen könne. Nachdem sie sich schon beinahe in einen Schwamm verwandelt hatte vor lauter Grübeln und Sinnen, kam ihr zum Glück noch einmal der rettende, scharfe, klare Verstand. Man müsse die Prinzessin einmal hellen Blickes, einen Augenblick in die Welt der Menschen hineinsehen lassen, fiel ihr ein. Die Urarme behauptete nämlich vor ein paar verschwiegenen Nixenfreunden steif und fest, das Märchen von den Menschen sei wirklich nicht erfunden, sondern entschieden war. Man müsse einfach ein Flugwerkzeug bestellen, eine mächtige Luftblase, in der sie mit Prinzessin Hoheit aufsteigen könne, höher, als man bisher gestiegen sei. Sie wolle sich recht gern opfern, um ihren Liebling flog sein Mal die Welt da oben blicken zu lassen. Sie wusste plötzlich, nach vergessener Überlieferung mit deutlich und klar erwachter Erinnerungskraft, wie sie alte Leute manchmal haben, die Sache sei so. Jeder, der da hinauf käme und in der Schein einer gewissen Leuchtkugel Sonne benannt berühre, müsse sofort in Schaum zerfließen und vergehen. Deshalb sollte eben jenes Märchen durchaus totgeschwiegen werden. Nun sei sie selber ja nächstens sowieso am Verschwamm. Ob sie stattdessen in Schaum zerfließe, sei er gleich. Sie wolle als Schaumwelle im Moment ihres zerfließens ihr geliebtes Prinzesschen einhüllen und eingehüllt in die Höhe halten, dass das teure Kind ohne eigenen Schaden einmal um sich blicken könne im Menschenreich. Prinzesschen soll ihr nur versprechen, dass sie sich dann bemühen wolle, richtig zu singen. Weiter nichts. Voller Entzücken sagte die Prinzessin ja, als sie von dieser Sache hörte. Mitleid mit der Amme war weiter nicht nötig. Es war nicht so im Meeresreich, dass man sich über die Millionen alten Härmte, die ganz sanft in einen anderen Natur Zustand übergingen. Im Allgemeinen wusste man so gut wie gar nichts von Gefühl. Aber doch durchlebte die Prinzessin eine Erregung stürmischer Freude, als die Luftfahrt im glasklaren Ballon am anderen Tage vor sich ging. Es kam alles, wie die gescheite Alte es gesagt hatte. Im Zerfließen und Zersprühen hielt sie ihren holben Pflegling noch mit festen Armen in die Höhe. Sie hüllte ihn ein, in sich selbst, in ihre ganze Liebe, die kühle, blitzende, stäubende Gischt, in der alter Kaper sich bei der Berührung mit der Welt auflöste. Und durch den schönen, blitzenden Schleier, in den sie zerstob, sprach sie mit ihm. Sie sprach, Liebling, nun schnell, schnell, mir wird so eigen überglücklich in diesem aufopfernden Zerstieben, dass ich fürchte, nicht mehr viel reden zu können. Sieh den Strand entlang da links, im goldenen Sande, was da wimmelt und kribbelt und tollt und lacht, unter wimpelnden Fähnchen in ganzen Haufen, das sind Menschen, groß und klein, jung und alt. Sieh hin, sieh hin, sieh dich satt, sieh dich satt, sieh nach rechts, nach links, Prinzesschen, nach links, nach links, dort sind die Glücklichen, das rechts ist ein Unglücklicher. Tja, da hatte die blitzende Schaumwelle aber gut reden. Prinzesschen hatte nur eine Minute nach links gesehen, dann sah sie mit weit aufgerissenen Augen nach rechts, nur nach rechts, extra nach rechts, wie wohl alle Prinzesschen es getan hätten, wenn Kinderfrauen etwas so bestimmt verboten. Den menschenleeren, einsamen Strand entlang sah sie, unverwandt. Eine einzige, einsame Gestalt stand dort, weit, weit draußen, unendlich weit entfernt von den Lachenden, unbeweglich, wie sie nie etwas gesehen hatte. Der Prinzessin tat plötzlich im bisher gefühllosen Herzen etwas reißend weh. Sie sah den Einsam sich dann mit plötzlichem Entschluss vom Strande abkehren, dem Lande zuschreiten, langsam, müde, tot allein. Was ist mit ihm und wie wird mir? Warum geht der Mann so wie beladen? fragte angstvoll flüsternd die Prinzessin. Der Meerfrau brachten im Moment ihrer Auflösung alle Wellen von nah und fern, die des Wassers, die der Luft und noch viele andere, viel feinere, viel Wunderbarere, die wir Menschen noch nicht kennen und nicht spüren, jede erwünschte Kunde. Im letzten Zerrauschen rannte sie es dem Liebling noch flüsternd zu, jener einsame dort sein Mann, dem seine junge Frau gestorben sei. Er sei traurig. Durch einen Tropfen Regen erklärte sie errasch noch dieses Wort. Er habe Tröstung suchen wollen im Rauschen der See, aber die See habe unrein geklungen. Ihr falscher Gesang sei daran schuld gewesen, der habe ihm vollends die Seele zerrissen. Mach's wieder gut, wenn du kannst, sagte die Alte noch ganz leise. Dann hat sie schon lauter Schaum ihr Herzenskind noch hub in die kugelige Glaskutsche gehoben. Ein Griff und ein Druck und die Kugel sank sanft und zart. Prinzesschen träumte nicht mehr. Prinzesschen war ganz wach. Ihr Herz klopfte, ihr Gesichtchen war heiß, sie war erregt wie noch nie ein Meerwesen. Hatte sie doch in wenigen Sekunden alles kennengelernt, alles gesehen oder doch geahnt und erkannt, woraus das Menschenleben besteht und was sie aus dem Märchen vernommen. Lachen und weinen, Liebe, Sehnsucht, Not und Tod. Und auch die Schuld. Ihre eigene schwere Schuld war ihr blitzhell aufgegangen. Ein unglücklicher Mensch war noch unglücklicher geworden durch sie. Von Beschämung gebeugt wie eine kleine verregnete Lilie stand sie eine kleine Weile später vor ihres Vaters Thron. Sie warf sich ihm zu Füßen und rang die zarten Hände sie gestand ihm dass sie auf der Welt gewesen sei und was sie gesehen haben. Sie habe einen Menschen unglücklich gemacht und müsse das büßen. Sie rief wehklagend nun könne sie erst recht nicht reinsingen. Er solle sie doch aus dem Reiche verstoßen. Dann würde alles gut. Und vielleicht finde sie einmal jenen Ärmsten und könne ihm ein wenig helfen und den. Da hat der Monarch wohl ein bisschen Einsprache erhoben, aber doch nur matt. Dieses Klagen und Schreien war ihm höchst widerlich. Er hatte sein Kind ja lieb, aber doch nur etwa ein Million so lieb, wie Menschen Väter ihre Töchter haben. Nach einigen Beratungen mit seiner Gattin und den Ministern ließ er die Entartete ziehen. In geheimer Unterredung hatte aber die kühle Frau Mama erst noch etwas mitgeteilt. Nämlich sie müsse, wenn sie zu den Menschen gehe, nach siebzig, höchstens achtzig Menschenjahren sterben. Vielleicht noch eher. Sie werde Liebe und Glück kennenlernen, aber hauptsächlich Sorge, Mühe und Arbeit. Das solle sie sich ja überlegen. Das Prinzesschen aber lachte nur. Sie klatschte in die Hände. Sie freute sich. Sechzehn oder siebzehn Jahre später lernte der Arzt, der seine Frau so jung verloren hatte, auf einem Gute bei Freunden ein Mädchen kennen, deren sanftes, heiteres Wesen ihn innig anzog. Sie war die Pflegetochter reicher Leute, die weise, armer Fischer an der See. Aber ihre Eltern waren so jung gestorben, dass sie so recht eigentlich gar nicht wusste, von wem sie stammte. Als der Arzt, der damals schon ein berühmter, herrlicher Helfer der Menschheit war, sie sah, strömte ein Gefühl durch sein Herz, als könne er noch einmal ganz glücklich werden. Über des Mädchens Gesicht aber ging bei diesem ersten Sehen ein Strahl wie von ganz seltsamem Wiedererkennen. Der Arzt war ja der, um dessen Willen sie aus dem Meerestief auf die Erde gekommen war. Sie war ja die Prinzessin, die falsch gesungen hatte, wenn sie es auch selbst nur noch ganz dämmerhaft wusste, als hätte sie es in ganz ferner Zeit einmal geträumt. Es kommt nämlich ein merkwürdiges Vergessen über die Meerleute, wenn sie auf die Erde gehen. Der Arzt hat das liebe Mädchen geheiratet. Sie wurde die glücklichste Frau und Mutter und hat Glück und Leid treulich mit ihrem Manne geteilt. Die beiden sind viel gereist, und zwar ging es auf des Mädchens bitte zuerst an die See, die der Mann in all den Jahren nicht wiedergesehen hatte. Nun wurde sie aber wieder seine treue Freundin. Er konnte sich nicht satt hören an ihrem Rauschen. Das klang wieder rein, rein wie seit der Erschaffung der Welt. Natürlich doch, die kleine Meerjungfer, falsch sang, war ja zu seinem Glück, ohne dass er dies wusste, für immer da unten hinaus geworfen worden. Die schöne Gärtnerstochter In der Gegend von Florenz gab es einmal einen Gärtner, dessen Frau gestorben war und die ihm eine wunderschöne Tochter hinterlassen hatte. Es stand aber recht traurig mit diesem Kind, weil es seit seiner Geburt nicht nur blind, sondern auch etwas verkrüppelt war, so, dass es nur mühsam gehen konnte. Bis zu seinem zwölften Lebensjahr war das Kind bei einer Amme geblieben, die es gepflegt hatte. Eines Tages aber brachte die Amme das Kind ins Gärtnerhaus zurück und sagte dem Vater, sie könne das Da es bei der Amme so gut versorgt gewesen war, fragte der Gärtner, warum nur bringst du mir die Tochter zurück? Weil sie seit zwei Monaten den ganzen lieben langen Tag über so traurig singt, dass es uns alle im Hause melancholisch macht. Wir können diese Klagen, die einen Steiner barm könnten, nicht länger anhören. So blieb also das Mädchen daheim bei seinem Vater, der nun seinerseits sich die Klagelieder anhören musste. Er verstand kein einziges Wort, denn es war mehr ein singendes Wein, ein leise klingender Gram ohne Worte, der aus dem Kinde wie von selbst hervordrang. Was singst du denn eigentlich, mein Töchterchen? So fragte der Gärtner voller Mitleid. Ich singe mein Leben, mein trauriges Schicksal singe ich, Augen habe ich und kann nicht sehen, Beine habe ich und kann nicht gehen. Liebeskind, es gibt Schlimmeres auf der Welt. Sieh, du leidest keinen Hunger und kannst haben, was du willst. Du hast mich, deinen Vater, der dich lieb hat. Alle Blumen in meinem Garten gehören dir. Wenn mein Vater mich liebte, würde er die Blume längst gesät haben, die mir das Augenlicht gibt. Wenn mein Vater mich liebte, würde er jenen Baum gesetzt haben, dessen Frucht ich essen könnte, damit ich richtig gehen kann. Aber Kind, wie kommst du nur zu solchen Torheiten? Sind es Torheiten, die ich spreche? Lass mich singen. Damit nahm sie ihr Klagelied wieder auf, das dem Vater noch wehe als der Ammer ins Herz schnitt. Um einen großen Garten zu betreuen, bedarf es neben dem Fleiß auch der Freude, Freude an der Arbeit und Freude an den Blumen. Aber der Gärtner war auf dem Wege, beides zu verlieren, und bald war er ebenso traurig wie seine Tochter. Da er nicht genug Zeit hatte, sich um die Kleine zu kümmern, ging er zu einer alten, braven Frau, die in der Nähe wohnte. Diese fragte er, Könntet ihr nicht zu mir ins Haus kommen, um ein wenig nach meiner Tochter zu sehen? Sie ist seit ihrer Geburt blind und kann auch nicht gehen. Ich brauche jemand, der für sie sorgt. Wollt ihr es wohl sein, gute Frau? Es wäre ein leichter Dienst, und wenn ihr einverstanden seid, sagt mir, was ich euch zum Lohn geben kann. Gebt mir zu essen und zu trinken, dieselbe kostet ihr gewohnt seid, gebt mir eine Kammer mit einem Bett zum Schlafen, gebt mir jeden Morgen einen Strauß schöner Blumen und mit diesem Lohn will ich zufrieden sein und meine Pflicht treu erfüllen. Der Gärtner fand die Forderung der Frau zwar recht bescheiden, doch wunderte er sich, dass sie für jeden Morgen einen frischen Blumenstrauß verlangte. Er dachte, ein oder zwei Blumenstrauß in der Woche hätten der Frau genügen dürfen, wenn sie ihr Zimmer damit schmücken wollte. Er fragte daher, was sie mit den vielen Blumen machen wolle. Das soll nicht eure Sache sein, entgegnete sie, und wenn ihr auf diese Bedingung nicht eingehen wollt, kann ich den Dienst nicht antreten. Da die Frau offensichtlich eine große Blumenfreundin war, nahm der Gärtner auch an, dass sie eine besonders gütige Person sei, und da gerade eine solche für seine Tochter suchte, war einverstanden und sagte der Frau alles zu, was sie für ihren Dienst als Entgelt begehrte. Die Blinde ließ sich nun von der alten Frau willig ankleiden, das Haar kämen, das Essen vorsetzen, pflegen und spazieren führen, doch blieb sie im Übrigen der freundlichen Wärterin gegenüber recht verschlossen. An sonnigen Tagen führte die Frau das Mädchen in einen lauschigen Gartenwinkel, wo es unter dem schattenspendenden Baume stundenlang verblieb, während der leise Sommerwind ihm den Duft der vielen Blumen zutrug, deren süße Schönheit das Mädchen nie gesehen hatte. Da saß die arme Kleine und summte ihre zarten Klagelieder vor sich her. Im Winter sowie an Regentagen ließ die alte Frau das Kind am Fenster sitzen und ein vorübergehender hätte mein mögen, das Mädchen betrachte die schöne Landschaft, die sich weit ausdehnenden Äcker und Wiesen, die nahen Gärten, die fernen Wälder, die träumend auf halber Höhe des Berges lagen. Am Horizont erhoben sich die kühnen Kurven der Gebirgskette in einem warmen Braun und grün vom reinen Blau des italienischen Himmels herab. Doch war dem kleinen Mädchen versagt, die Schönheit seiner Heimat, ehrliche Natur Gottes zu betrachten und zu bewundern. So sang sie denn wieder und immer wieder ihr Klageliedchen, das natürlich auch für die alte Frau anzuhören recht schmerzlich war. Manchmal sagte sie zu dem Kinde, lass mich bei dir bleiben, ich will dir von den Blumen erzählen. Nein, ich will nichts hören, ich will singen, aber Herzchen, du wirst dich langweilen. Nein, lass mich allein, ich will singen. Hör, ich will dir ein sehr schönes Märchen erzählen. Es gibt keine schönen Märchen für mich, ich will singen, lass mich allein, ich will singen. Es war wirklich nicht ganz leicht, mit diesem Kinde umzugehen, doch musste man seine Wunderlichkeiten seines Leidenswillen geduldig hinnehmen, denn es ist sicherlich ein hartes Los, nicht sehen und kaum gehen zu können. Darum ließ man auch das Kind singen, solange es wollte. Es summte aber viele Stunden vor sich her, bis es am Ende vor Müdigkeit einschlief, das Köpfchen leicht zur Seite geneigt. Der Vater war zufrieden, dass sein Kind von der alten Frau gut versorgt wurde. Aber es tat ihm im Herzen sehr weh, dass es zu keiner anderen Unterhaltung Lust bezeigte, als zu den monotonen Liedchen, von denen man selten ein Wörtlein verstand. Jeden Morgen kam die alte Frau in den Garten, um sich ihren Blumenstrauß abzuholen, den ihr der Gärtner schneiden und binden musste. Er sagte ihr oftmals, könnt ihr nicht ein wenig darauf achten, was eigentlich meine Tochter singt? Ach nein, das ist leider unmöglich. Sie drängt mich ja meistens, sie allein zu lassen, und da muss ich dem armen Kinde wohl den Gefallen tun, so leid mir dies auch tut. Hoffen wir zu Gott, dass es sich mit eurer Tochter bald bessere. Ich aber will, so treu ich kann, für sie sorgen. Nun aber seid so gut, mir die Blumen zu geben. Habt ihr sie schon gebunden? Ja, ich habe sie im Gartenhaus liegen. Ich will sie euch sofort bringen. Da ihr den Strauß überreichte, lobte sie die Blumen, und der Gärtner, der sich über die freundliche Anerkennung freute, fragte abermals lächelnd, jetzt sagt mir aber doch einmal, gute Frau, was macht ihr nur mit den vielen Blumen? Meine vornehmste Kundschaft braucht nicht so viele Blumen als ihr, ich möchte doch zu gern wissen, was ihr mit den vielen Blumen anfangt. Da wurde das Gesicht der Alten plötzlich abweisend. Ich habe euch schon einmal gesagt, dass euch dies nichts zu kümmern hat. Nun denn, nichts für ungut, erwiderte der Gärtner, aber die Geschichte kam ihm doch etwas verdächtig vor, zumal die Alte jeden Tag sich wenigstens für eine Viertelstunde vom Haus entfernte, was an sich betrachtet nichts Besonderes gewesen wäre, wenn sie für fortgehen eine harmlose Erklärung angegeben hätte. Dies aber war nicht der Fall. Der Gärtner machte die Entdeckung, dass die Frau mit einer gewissen Scheu als habe sie etwas zu verbergen die äußere Gartenmauer entlang strich. Der Gärtner wollte nicht misstrauisch sein, weil die Frau sein Kind so gut behütete. Aber als dieses eines Tages zu singen aufhörte, sich auch sonst recht einsilbig zeigte, konnte der Gärtner sich eines schlimmen Verdachtes gegen die Wärterin nicht länger erwehren. Er nahm sein Töchterchen an einer arbeitsfreien Stunde beiseite und fragte und fragte mir doch mein Liebling warum singst du denn jetzt gar nicht mehr so traurig mich deine Lieder auch machen bin ich noch trauriger wenn du ganz und gar schweigst sagst deinem Vater mein Herzchen was dir fehlt ich kann nicht mehr singen Vater sobald ich es nur versuche ist mir als spüre ich eine Hand an meiner Kehle die mich wirkt Och du mein armes kleines besorgt nahm der Vater das Kind in die Arme und küsste sachte die blinden Augen Als aber das Kind in kurzer Zeit in immer tiefere Melancholie versank und von der alten Frau überhaupt nichts mehr wissen wollte hielt der Gärtner es für ratsam sie zu entlassen was sie aber recht übel aufnahm Ohne Gruß verließ sie das Haus Kaum aber hatte sie die Tür hinter sich geschlossen als auch schon das Kind wieder zu singen begann Es rief seinem Vater zu Vater komm und hör mich singen Rasch kam er herbeigeeilt und diesmal hörte er was seine Tochter sang Ich lausche und warte in stiller Nacht Es klopft an die Tür jetzt aufgemacht Auf Regen muss folgen der Sonnenschein Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein Oh Leben und Liebe Sing weiter mein Kind Sing nicht ausgedacht. Das Lied war plötzlich da, als wolle es von mir gesungen werden.« Der Gärtner war tiefer staunt, doch beglückte es ihn, dass das Kind mit ihm sprach. Es fragte, »Sag mir, Vater, warum bringst du nicht die Blume zum Blühen, die meine Augen öffnen wird, damit ich sehen kann?« »Tüchterchen, wie gerne würde ich dies tun. Keine Blume möchte ich lieber hegen und pflegen als jene, die dir das Augenlicht schenken könnte. Aber was für eine Blume kann das sein? Ich fürchte, kein Gärtner auf Erden kennt sie.« Das Mädchen schien auf die Worte kaum zu achten und fragte weiter, »Vater, warum setzt du nicht den Baum in die Erde, jenen Baum, von dessen Früchten ich essen möchte, damit ich wieder gehen kann?« »Tüchterchen, wie gern würde ich dies tun. Keinen Baum möchte ich sorglicher betreuen als jenen, dessen Früchte dir helfen könnten. Seine kostbaren Früchte möchte ich in deinen Schoß legen, und wenn die Früchte dich zu heilen vermöchten, würde ich dir mit Freude den guten Baum umarmen, und wir würden ihn dankbar umtanzen, Hand in Hand. Ach, Kind, warum erzählst du mir von einem Baum, den es kaum geben kann auf der Welt? Noch nie hörte ich von diesem Baum, und du wirst wohl nur von ihm geträumt haben, mein Kleines.« »Dann lass mich weiter träumen, Vater«, erwiderte das Kind, und wieder begann es zu singen. Von dieser Zeit an ereignete sich in jeder Mitternachtsstunde etwas Sonderbares im Hause des Gärtners. Im besten Schlafe wurde er nämlich jede Nacht, Punkt zwölf Uhr, durch ein starkes Klopfen an die Türe in seiner Ruhe gestört. Jedes Mal sprang aus dem Bett, eilte ans Fenster, um zu fragen, wer draußen sei, doch bemerkte er selbst bei hellem Vollmond keine menschliche Seele. Am nächsten Morgen fragte der Gärtner seine Tochter, ob sie nicht das Klopfen an der Türe vernommen habe. »Nein, Vater, ich habe nichts gehört, du wirst wohl geträumt haben.« Indessen war doch nicht anzunehmen, dass er wochenlang jede Nacht denselben Traum haben konnte. Daher hatte der Gärtner allmählich, weil das Klopfen nicht aufhören wollte, die alte Frau in Verdacht, sie sei die Veranlassung des Spuks. Mehr noch, er hielt es für nicht ausgeschlossen, dass sie eine Hexe sei. Freilich hütete er sich wohl, seine Gedanken zu äußern, denn man soll nur in den allerdringendsten Notfällen, wo es sich um eine wirkliche Gefahr handelt, etwas Nachteiliges über seinen Menschen sagen, und dies auch nur an jener Stelle, von der Hilfe zu erwarten ist. Der gute Ruf eines Menschen ist wie Milch, die das geringste Stäubchen zu trüben vermag. Das wusste auch der Gärtner und ging daher vorsichtig zu Werke. Er ging zur alten Frau in der Hoffnung, von ihr zu erfahren, was sie ihrerseits von der Klopferei hielte, und aus Antwort und Benehmen vielleicht seine Schlüsse zu ziehen. Die alte Frau aber war fortgezogen, und kein Mensch in der Nachbarschaft wusste, wohin. Man erzählte dem Gärtner, dass sie viel das Spinnrad gedreht habe, doch habe niemand gewusst, was sie mit dem vielen Garn anstelle. Das ging ja nun freilich keinem Menschen etwas an, aber neugierig, wie Leute ja manchmal sind, hatte man die alte Frau doch befragt. Was macht ihr nur aus dem vielen Gesponnenen? Da hatte die Frau ärgerlich gebrummt, ich drehe eine Schnur, an der ihr euch aufhängen könnt. Ja, das war nicht liebenswürdig geantwortet, aber die alte Frau war eine Einsiedlerin, die ungestört für sich leben wollte. Als nun der Gärtner in Gedanken versunken in sein Haus zurückkehrte, fiel ihm auf dem Wege eine längst vergangene, halbvergessene Geschichte ein, die ihm seine verstorbene Frau erzählt hatte. Diese nämlich hatte eines Tages vor der Gartentüre einen schönen Knäuel Zwirn gefunden, den sie bei sich aufhob. Sie nahm an, irgendeine Nachbarin habe den Zwirn verloren und würde ihn vielleicht bei ihr suchen kommen. Die Frau vergaß jedoch ihrerseits, sich zu erkundigen, ob jemand den Zwirn verloren habe. So kam es, dass der Knäuel über ein Jahr im Schubfach liegen blieb, wo die Frau dergleichen aufzubewahren pflegte. Eines Tages aber, da sie gerade um Zwirn verlegen war und sich nicht die Mühe nehmen wollte, welchen zu kaufen, nahm sie unbedenklich den gefundenen Zwirn, um mit diesem die kleine Ausstattung für ihr erstes Kind zu nehmen. Kaum war sie mit dem letzten Hemdchen fertig, als auch eine Frau des Weges daherkam und die junge Mutter fragte, »Sagt, habt ihr nicht einen Knäuel Zwirn gefunden?« »Oh ja«, entgegnete die junge Frau, »ich bin aber recht in Verlegenheit, da ich euch den Zwirn nicht zurückgeben kann, weil ich meinem Buseli die Jäckchen und Hemdchen sowie die Windeln damit genäht habe.« »Doch sagt mir bitte, wie viel der Zwirn kostet, ich will euch gern das Geld dafür geben, damit ihr euch neuen Zwirn kaufen könnt.« »Damit ist mir wenig gedient«, antwortete die alte Frau, »die Schätze eines Königs würden nicht genügen, mir den Zwirn zu vergüten.« Damit drehte sich die alte Frau um und verließ unwillig das Haus. Das Ehepaar musste viel lachen über solch einen kostbaren Zwirn. Die junge Gärtnersfrau lachte aber leider nicht mehr lange. Sie wurde krank, musste sich ins Bett legen und starb wenige Wochen nach der Begegnung mit der alten Frau. Da nun der Gärtner an diese seltsame Geschichte zurückdachte, fiel ihm urplötzlich ein, dass sein Kind verzaubert sein könne, weil die Erstlingswäsche mit dem geheimnisvollen Zwirn genäht war. Er wünschte jedenfalls der Sache auf den Grund zu kommen und hätte gar zu gern sicher gewusst, ob jene alte Frau, die zur Mutter seines Kindes gekommen war, dieselbe Frau war, die hier in der Gegend so viel Zwirn spann, der er seine Tochter einmal in Obhut gegeben hatte. Als er heimkam, fand er die Kleine bitterlich weinend vor. Sie begann auch gleich, ihre Not zu klagen. »Ach, Vater, es hat an die Tür geklopft und ich habe nicht rechtzeitig öffnen können. Ich versuchte, die Treppe hinabzusteigen, aber als ich endlich unten ankam, war niemand mehr da. »Beräuge dich, mein Kind, es wird jemand gewesen sein, der Blumen kaufen wollte. Er wird sicher zurückkommen. Ach nein, Vater, es muss etwas anderes gewesen sein. Ich lausche und warte Tag und Nacht. Es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen muss folgen der Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. »Ach, Vater, wenn es nicht wieder klopfen würde!« Das arme Kind begann abermals zu weinen, und der Vater wusste nicht, wie er es trösten sollte. »Warte, Kindlein, ich bringe dir jetzt einen Strauß frische Blumen.« Der Gärtner beeilte sich, die schönsten Blumen abzuschneiden. Da waren herrliche Lilien von zartem Silberschaumkraut umgeben, Rosen soeben erblüht, weiße und rote Rosen, deren Dornen ersorglich abschnitt, edle vergissmein nicht und süßduftende Hyazinthen. Kurzum, es war das köstlichste an Blumen, was der Gärtner für seine Tochter aussuchte. Und obwohl sie den Strauß ja nicht sehen konnte, war gleichwohl mit viel Geschmack zusammengefügt. Die Blinde nahm dankend die Blumen aus ihres Vaters Hand. Eine Weile atmete sie den wundersamen Duft der Blumen ein. Plötzlich aber begann sie die Blumen einzeln zu betasten, eine nach der anderen, behutsam mit den Fingerspitzen berührend. Dann aber ließ sie den Strauß in den Schoß sinken, begann abermals zu weinen, und wie verzweifelt zerpflückte sie die Blumen, so dass die zarten, bunten Blätter ringsherum am Boden zerstreut blieben. Als der Gärtner solches sah, fragte er bestürzt, aber Kind, warum zerstörst du die schönen Blumen? Weil jene Blume, die ich suche, nicht dabei ist. Da begann der Gärtner nachzudenken, was das wohl für eine Blume sein könnte, die seine Tochter sich so sehr wünschte. Er brachte ihr aus seinem reichhaltigen Garten immer neue Blumen, in der vagen Hoffnung, die ersehnte Blume könne sich unter den vielen anderen befinden. Er bestellte sich Blumensamen aller Art und begann zu säen, und der Garten wurde immer schöner, da immer mehr fremdartige Blumen erblühten, die er im Wunsche, seine Tochter zu heilen, ihr alle brachte. Eines Morgens kam in einem feinen Wagen, der von vier Pferden gezogen wurde, die sämtlich Schälengurte trugen, sodass es ein lustiges, silbernes Geläute gab, ein überaus schöner, junger Mann daher, der wie ein Rittersmann in goldbordierte Seide gekleidet war. Eine feine Halskrause rahmte das edle Gesicht ein. Spitzen an den Ärmeln bedeckten zur Hälfte die wohlgeformten Hände. Der Gärtner war über solch vornehme Kundschaft aus Höchste überrascht, grüßte in ehrbietiger Bescheidenheit, doch war so verlegen, dass er kaum nach dem Begehr des Fremden zu fragen wagte. Ihr seid der Gärtner selbst? Zu dienen, edler Herr. Gut, pflückt mir bitte alle Blumen, die ihr habt, und bringt sie mir in meinen Wagen. Ihr seht, ich habe Platz genug, und wie ich bemerke, ist euer Garten mit Blumen vorzüglich bestellt. Gnädiger Herr, gern will ich euch eine schöne Auswahl von Blumen überlassen, doch kann ich euch nicht alle geben, da ich die schönsten meiner Tochter lassen muss. Und was macht eure Tochter mit den Blumen? Sie betastet sie und wirft sie fort. Oh, das finde ich nicht recht. Sagt, ist jenes Mädchen dort unterm Baum eure Tochter? Ja, das ist sie, antwortete der Gärtner und blickte wehmütig hinüber. Der junge Mann trat ein paar Schritte näher und blieb dann wie gebannt stehen. Welch ein bezaubernd schönes Mädchen, das helle blonde Haar wie feinstes Gold, die langweichen Locken schmiegen sich an ein engelhaft schönes Gesicht. Sie schien auf ihre Umgebung nicht zu achten, und doch war dem jungen Mann, als müsse er eigentlich von ihr gesehen werden. Warum sieht sie mich nicht an? fragte er. Weil sie blind ist. Ach, blind! Voller Mitleid betrachtete er das schöne Mädchen und wandte seine Augen ab, als dürfe er auch sie nicht ansehen, dass ihr nicht möglich war, ihn zu sehen. Ja, edle Herr, meine Tochter ist nicht nur blind, sie ist auch verkrüppelt, sie kann kaum gehen. Oh, wie sehr leid mir das tut, auch um euretwillen, Herr Gärtner. Ich lausche und warte Tag und Nacht, es klopft an die Tür jetzt aufgemacht, auf Regen muss folgen der Sonnenschein. Nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Der junge Mann stand tief bewegt, lauschend da, sah nochmals auf das wunderschöne Mädchen, das den innigen Blick nicht spürte. Es wird mir genügen, wenn ihr mir nur einige Blumen, nur wenig überlassen wolltet. Nehmt dies als kleine Bezahlung, bitte, und behaltet nur die schönsten Blumen für eure Tochter. Damit übergab der Jüngling dem Gärtner vier Goldstücke, die er in der Verlegenheit nicht zurückzuweisen wagte, sondern nur mit herzlichem Dank entgegennahm. Dann ging er eilends, um die schönsten Rosen zu schneiden, die er nur finden konnte, die er dem jungen Mann überreichte, der wie in einem Traum versunken seinen Wagen bestieg und fortfuhr. Am nächsten Morgen machte abermals seine Kutsche vor der Gärtnerei Halt. Diesmal entstieg dem Wagen eine sehr reich gekleidete, vornehme, alte Dame. Ihr seid der Gärtner selbst? Zu dienen, gnädige Frau. Seid so gut und pflückt sämtliche Blumen eures Gartens ab und bringt sie mir in meinen Wagen. Ich kann euch wohl viele Blumen überlassen, aber die schönsten muss ich für meine Tochter aufheben. Und was macht eure Tochter mit den Blumen? Ach, sie betastet und zerreißt sie und wirft sie fort. Oh, das ist aber schade. Ist jenes Mädchen, das dort unterm Baume sitzt, eure Tochter? Ja, das ist sie. Was singt sie nur so traurig? Sie singt vom Glück, das nicht kommen will. Sie ist blind und kann nicht gehen. Oh, das tut mir leid. Hört, gebt mir nur einen kleinen Blumenstrauß, das wird mir genügen. Behaltet nur die anderen Blumen für eure Tochter. Während der Gärtner Rosen schnitt, blieb die alte Dame versunken in den Anblick des schönen armen Mädchens und empfand nicht nur mit der Gärtners Tochter inniges Mitleid, sondern auch mit dem Vater. Bevor er ihr die frischen Rosen anbot, entnahm sie ihrem Handtäschchen vier große Goldstücke, die sie in die Hand des Gärtners gleiten ließ, der sich wiederum nur bewegt bedanken konnte und die Dame bis zum Wagen führte, die mit freundlichem Gruß Auf Wiedersehen wünschte. So erfreulich auch solch noble Kundschaft für den Gärtner nun auch sein mochte, fühlte er sich dennoch tagsüber recht müde und abgespannt, weil er fast jede Nacht durch lautes Klopfen im Schlaf gestört wurde, während die Tochter das Klopfen nicht vernahm. Dass ihm dieser Umstand zu denken gab, ist leicht begreiflich. War die Tochter blind, so war sie wenigstens nicht taub, und darum war es dem Gärtner ein Rätsel, dass nur er das Klopfen vernahm, die Tochter dagegen nichts. Dann freilich wieder kam es der Tochter vor, als habe es geklopft, doch geschah dies nur in Abwesenheit des Vaters. Da beschloss der Gärtner, zum Schein einmal das Haus zu verlassen, um zu sehen, ob nicht doch jemand heimlich sich zu seiner Tochter begeben würde. Er sagte ihr daher eines Tages, er wolle auf den Markt gehen, sie möge aber ja nicht die Tür öffnen, falls es klopfen sollte, was das Mädchen auch versprach. Der Gärtner ging jedoch nicht eigentlich vom Hause fort, sondern versteckte sich in einer Buchsbaumhecke gleich neben der Haustüre. Es verging eine, es vergingen zwei Stunden, und schon war der Gärtner des vergeblichen Wartens müde und im Begriff, seinen Spähwinkel zu verlassen. Als er plötzlich einen jungen Mann in netter, sauberer Bauerntracht erblickte, der sich vorsichtig neben die Haustüre stellte und dreimal anklopfte. Der Gärtner hörte die Stimme seiner Tochter, »Wer ist da? Wen sucht ihr?« »Ich suche die schönsten Augen von der Welt.« »Da habt ihr euch in der Türe geirrt«, rief die Gärtners Tochter zurück. »Oh nein, ich habe mich nicht in der Türe geirrt«, rief der Bauernwursche zurück. Als der Gärtner ihm ins Gesicht blickte, ohne dass dieser es merkte, fiel dem Gärtner eine große Ähnlichkeit mit jenem vornehmen Hahn auf, der vor wenigen Tagen seine Blumen so teuer bezahlt hatte. War es nicht ein und dasselbe Gesicht? Wie aber war das möglich? Wie und warum mochte der vornehme Herr sich als Bauer verkleidet haben? Der junge Mann zögerte noch eine Weile an der Tür, weil er auf die Antwort der Gärtnerstochter wartete. Diese aber schwieg. Als der junge Mann sich zum Fortgehen anschickte, stellte sich der Gärtner in den Weg und fragte ihn, »Wer seid ihr und was sucht ihr hier?« »Ich suche Arbeit und möchte mich gern verdingen, aber ich verlange keinen Lohn.« Über dieses bescheidene Angebot musste der Gärtner beinahe lächeln. Doch bewahrte er seine strenge Miene und fragte nicht ohne gespielte Würde. »Ich bin Gärtner,« sagte der Bursche mit dem unschuldigsten und bescheidensten Gesicht der Welt. Der Gärtner sah dem angeblichen Gärtnergehilfen scharf in die Augen, doch dieser hielt seelenruhig den forschenden Blick aus. »Sollte ich mich täuschen?«, fragte sich der Gärtner. Er sah nochmals in das ihm bekannte Gesicht, sah auf die sauber gepflegten, edelgeformten Hände. Die Ähnlichkeit mit dem Edelmanne war frappant. Da der Bursche mit dem treuen Blick nun aber doch behauptete, Gärtnergehilfe zu sein, musste man ihn doch wohl auch als solchen nehmen. Die Wahrheit würde sich mit der Zeit jedenfalls gelegentlich herausstellen. Da der Gärtner mit der Antwort zögerte, fragte der Arbeitssuchende nochmals in demütigem Tone, »Könnt ihr mich wirklich nicht als Gehilfen brauchen? Bedenkt, ich verlange keinen Lohn, werde mich mit der einfachsten Kost begnügen, ganz gleich, was man mir vorsetzen wird. Wenn ihr mit meiner Arbeit nicht zufrieden seid, könnt ihr mich ja wieder fortschicken. »Oh ja, das könnt ihr wirklich, aber mach schon gut«, fiel ihm der Gärtner ins Wort. »Ich will's mit euch versuchen. Kommt nur gleich mit in den Garten, ich will euch sofort eure Arbeit anweisen.« Der Gehilfe folgte und begann, einen Spaten ergreifend, sogleich ein Beet umzugraben, während der Gärtner ins Haus zu seiner Tochter ging. Diese war leider schon wieder einmal am Wein. »Was ist denn jetzt passiert?«, fragte der Gärtner. Die Tochter erzählte, was dem Vater nichts Neues war, nämlich, dass es an der Tür geklopft habe, und diesmal sei es einer gewesen, der die schönsten Augen von der Welt gesucht habe. »Nun ja, mein Liebling, ist das denn so sehr schlimm? Es kann doch vorkommen, dass jemand einmal die schönsten Augen sucht, und du solltest doch nicht gar so empfindlich sein.« In diesem Augenblick begann eine helle, angenehme Stimme, die vom Garten herauf klang, ein schönes Lied zu singen. Der Gärtner und seine Tochter lauschten, und sie fragte, »Vater, wer mag es sein, der in unserem Garten singt?« »Es ist ein junger Gehilfe, den ich vor kaum einer halben Stunde angestellt habe.« »Es scheint ein fröhlicher Mensch zu sein.« »Nun ja, er ist jung, und man arbeitet nicht schlecht, wenn man dabei singt. Wenn sein Gesang dich stören sollte, kann ich ihm begreiflich machen, dass er zu schweigen hat.« »Ach nein, Vater, lass ihn nur singen, er hat eine wunderschöne Stimme.« Kaum hatte der Gärtner seine Tochter verlassen, als auch sie zu singen begann. Er hörte die vertrauten Worte, »Ich lausche und warte Tag und Nacht, es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht, auf Regen muss folgen der Sonnenschein, nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein.« Obwohl die Stimme des Mädchens jetzt nicht mehr so hoffnungslos klang als früher, fühlte der Gärtnergehilfe sich dennoch vom Liede so sehr ergriffen, dass er nicht weiter zu arbeiten vermochte. Betrübt und mit gesenktem Kopfe stand er lauschend da, und so fand ihn der Gärtner. »So arbeitet ihr?« »Ich kann nicht. Verzeiht, aber das klagende Lied, die weinende Stimme, zerbricht mir fast das Herz.« »Nun, daran müsst ihr euch gewöhnen, junger Mann.« »Wie kann man sich daran gewöhnen?« antwortete der Gehilfe, mehr klagend als fragend. »Sagt mir einmal, wo wart ihr früher angestellt?« »Beim Gärtner des Königs.« »Dann habt ihr aber einen guten Posten gehabt und habt eigentlich keinen vorteilhaften Tausch gemacht.« »Und warum seid ihr von dort weggegangen?« »Weil der Königssohn mich fortgeschickt hat.« »Doch wohl nicht ganz ohne Grund.« »Doch ohne Grund.« Das kam dem Gärtner doch verdächtig vor, und gleich am nächsten Tag begab er sich ins königliche Schloss, um sich beim dortigen Gärtner über seinen neuen Gehilfen zu erkundigen. Im Königsschloss schien alles drunter und drüber zu gehen. Es herrschte eine allgemeine Aufregung, und die Dienerschaft ging mit verstörten Gesichtern unruhig hin und her. Es war eine so große Verwirrung, dass unser Gärtner ohne weiteres in den königlichen Garten eintreten konnte, denn selbst die Wachen schienen den Kopf verloren zu haben. Der Gärtner sprach einen von der Wache an und fragte ihn, ob es wohl möglich sei, mit dem Hofgärtner ein paar Worte zu sprechen. »Aber gewiss doch«, entgegnete die Wache zuvorkommend, »er befindet sich gerade jetzt im zweiten Treibhaus links, wo er einige Arbeiter zu beaufsichtigen hat.« Der Gärtner bedankte sich höflich, traf auch seinen vornehmen Kollegen an der von der Wache ihm bezeichneten Stelle an. Er bat den Hofgärtner sehr um Entschuldigung, wenn er ihn bei der Arbeit störe, doch würde er gern zu einer vielleicht passenderen Zeit wiederkommen. »Uch, bitte sehr. Uns ist nicht so sehr, um die Arbeit zu tun in diesen Tagen. Ihr habt sicherlich schon erfahren, was bei uns im Schloss so los ist.« »Nichts habe ich erfahren«, entgegnete der Gärtner, »mich habe selbst hier in der Nähe eine kleine Gärtnerei, die ich bis jetzt so gut wie allein besorgt habe. Aber ich habe mir gerade jetzt einen Gehilfen genommen, der mir gesagt hat, er sei bei euch in Diensten gewesen und durch den Königssohn entlassen worden.« »Davon kann ich die Rede sein, es stimmt nicht, was euch der Bursche gesagt hat. Unser Königssohn ist seit mehreren Tagen verschwunden. Der König und die Königin sind in hellster Verzweiflung und beweinen ihn, als wäre er schon gestorben. Er hätte die Tochter des Königs von Frankreich heiraten sollen, das wäre gewiss keine üble Partie gewesen. Aber eine Wahrsagerin hat dem Prinzen ins Ohr geflüstert, es wäre nicht gut, wenn der Prinz die französische Königstochter heirate, da er am Tage der Hochzeit sterben würde. Ja, da lohnt es sich ja freilich kaum zu heiraten. Die Unterhandlungen mit Frankreich wurden abgebrochen und der Königssohn wurde so tiefsinnig, dass er nicht mehr wiederzuerkennen war. Wo er jetzt ist, mag der liebe Gott selbst wissen, wir haben keine Ahnung. Er ist auf und davon. »Das ist ja furchtbar.« »Erfreilich ist das furchtbar, doch halte ich es für möglich, dass er von selbst wieder zurückkommt. Die vornehmen Herrschaften haben oft seltsame Launen, haben ja auch genug Geld, sich dergleichen leisten zu können.« »Ja, ja«, sagte der Gärtner etwas verlegen, weil es ihn wunderte, den Hofgärtner sich so offen über die königlichen Familienverhältnisse äußern zu hören. Und um das Gespräch auf ein anderes Thema zu bringen, sprach er seine Bewunderung über den herrlichen Garten aus, der den Gärtner als Fachmann natürlich entzücken musste. Der Hofgärtner seinerseits, der sich durch so viel Komplimente geschmeichelt fühlte, ließ seinem Kollegen einen prächtigen Strauß von höchst seltenen Blumen binden und schenkte ihm noch obendrein ein Päckchen mit Blumensamen, den es hierzulande sonst nirgends gab. Der Gärtner nahm die Gaben mit vielem Dank an, und danach trennten sich die beiden Männer mit großer Herzlichkeit voneinander. Daheim angekommen, erzählte die Gärtnerstochter ihrem Vater, dieselbe Person, welche das letzte Mal da war, habe wieder an die Tür geklopft. Sie habe die gleiche Stimme vernommen, dieselben Worte, »Ich suche die schönsten Augen von der Welt.« »Und es tut mir doch so weh, Vater, dass ich solches anhören muss, da ich weder schöne noch hässliche Augen besitze, sondern gar keine.« Der Vater, der ja schon wusste, wer es war, der die schönsten Augen suchte, begab sich gleich in den Garten, wo der Gehilfesing die Blumen begoss. Der Gärtner stellte den jungen Burschen zur Rede, »Was fällt dir nur ein, meine Tochter zu verhöhnen, indem du an ihrer Türe die schönsten Augen von der Welt suchst?« Der sonst so aufmerksame Gehilfe tat, als sei er schwerhörig, sang vielmehr mit heller Stimme weiter, »Ich lausche und warte Tag und Nacht, es klopft an die Tür, jetzt aufgemacht. Auf Regen folget der Sonnenschein, nach Leid kommt die Freude ins Herz hinein. Wer bringt wohl das Glück, wenn die Blume blüht, ein Königssohn, der in Liebe erglüht, Wer grüßet die schönsten Augen der Welt, ein Gärtner, der vorher kein Feld bestellt?« Der Gärtner glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. Doch jetzt spielte auch er den Tauben und ging schnurstracks zu seiner Tochter, die im Lehnstuhl am Fenster lag, und dem Liede des Gehilfen lauschte. Sie hatte jenen Vers vernommen, den sie vergessen hatte. Jetzt aber kannte sie das Lied für immer. Der Gärtner war bis jetzt gar nicht dazu gekommen, seiner Tochter die Blumen zu schenken. Er holte dies rasch nach und sagte, diese seien aus dem königlichen Garten. Die Blinde betastete sie sogleich, aber leider war die gesuchte Blume nicht unter den vielen seltenen Blumen. Am nächsten Morgen kam die vornehme Kundin, die alte Signora, angefahren, um abermals Blumen zu bestellen. Der Gärtner sagte, »Wolltet mich gütigst entschuldigen, gnädige Frau. Dort steht mein Gehilfe, der euch gut bedienen wird. Ich selbst bin leider anderweitig beschäftigt.« Damit ließ der Gärtner die vornehme Dame ohne weiteres mit dem Gehilfen allein, stellte sich aber hinter einen Baum, um zuzuhören, was die beiden wohl miteinander besprechen würden. »Nun, wie ist's?« fragte die alte Dame den Gehilfen. »Hat sie die Tür endlich geöffnet?« »Nein, immer noch nicht.« »Sobald ich ihr sage, dass ich die schönsten Augen von der Welt suche, beginnt sie zu weinen oder zu schweigen.« »Klopft noch einmal morgen früh beim Sonnenaufgang an, sie wird euch öffnen.« »Und die Wunderblume?« »Habt keine Sorge, junger Königssohn, die Blume ist schon nah am Aufgehen.« »Zweifelt nicht daran, sie wird bald erblüht sein.« »Ihr werdet sie zur rechten Zeit schon in Händen halten.« »Hier übergebe ich euch aber ein Päckchen mit Pulver, das ihr heute Nacht vor die Haustüre streuen müsst, damit der Zauber der Hexe, die jede Nacht kommt und dem armen Mädchen nicht wohl will, gelöst wird.« »Nun aber lebt wohl und seid glücklich, junger Königssohn. Vergesst nie, wer Gutes sät, wird Gutes ernten. Ihr werdet mich nicht wiedersehen, doch vergesst mich nicht, wie ich euch nicht vergessen werde.« »Bringt mir noch ein paar Blumen in den Wagen und gebt dieses Geld dafür dem Gärtner.« »Kann sich wohl einer vorstellen, wie dem Gärtner, der alles mit angehört hatte, zumute war?« »Die vornehme Dame war sicherlich eine gute Fee und der Gehilfe war kein anderer als der Königssohn.« Doch war es gewiss am besten, wenn man ihn vorerst wenigstens als den Gärtnergehilfen betrachtete. Es war für den Vater des Mädchens nicht schwer einzusehen, dass seine Tochter vom Königssohn geliebt wurde, aber darüber musste man schweigen. Gleichwohl umärmte er an diesem Abend sein Kind mit kaum verhaltener stürmischer Freude, weil sein väterliches Herz von Hoffnung für sein blindes Kind erfüllt war. In dieser Nacht klopfte es heftiger denn je an die Tür. Die Tochter vernahm es, rief den Vater zu sich, er möge ihr doch helfen, die Treppe hinunterzukommen. »Vater, es hat geklopft, ich muss öffnen!« Da aber genau wusste, es könne nicht der Königssohn sein, wehrte er seiner Tochter. »Du wirst geträumt haben, mein Liebling, schlaf ruhig weiter!« Er selbst jedoch trat ans Fenster und sah, wie die alte Frau, die seinerzeit Wärterin in seinem Hause gewesen war, vor seinen Augen in Flammen aufging. Sie war also doch eine Hexe gewesen, die der Königssohn durch das gestreute Pulver jetzt für immer vernichtet hatte. In der Morgenstunde bei Sonnenaufgang klopfte es wieder an die Tür. Die Gärtnerstochter beeilte sich, so sehr sie nur konnte. Vor der geschlossenen Tür blieb sie stehen und fragte, »Wer seid ihr? Was suchet ihr?« »Ich suche die schönsten Augen von der Welt.« Da öffnete die Blinde, blieb in der weit geöffneten Türe stehen und rief, »Hier, seht meine geschlossenen Augen!« Im selben Augenblick fühlte sie etwas Lindes, Duftendes über ihre Augenlider streifen. Das traf sie wie ein Glanz und ein Lichtsturz. Sie stieß einen Schrei aus und fiel ohnmächtig in die Arme des Königssohnes. Als sie nach einer Weile die Augen aufschlug, fiel ihr Blick in ein Augenpaar, das ihr in innigster Liebe zugewandt war. So standen die beiden Menschenkinder in der weit geöffneten Türe mitten im Sonnenstrahl des ersten Lichtes. Unbeschreiblich war die Freude des Vaters und das Glück des Mädchens war grenzenlos. Liebe und Licht, sie wusste nicht, was Beseeligender war. Immer wieder betrachtete der Königssohn die schönsten Augen von der Welt. Sie waren schön, aber nur für den Königssohn die allerschönsten, weil er die reinste Liebe in diesen Augen erblickte. Da man die Blume gefunden hatte, die dem Mädchen das Augenlicht schenkte, zweifelte man nicht daran, auch jenen Baum zu finden, der für das andere Leiden Heilung bringen würde. Vorher war das Mädchen immer Tschetschina genannt worden. Der Königssohn aber nannte sie Lucia, die erleuchtete. Er bat den Gärtner um die Hand seiner Tochter, sich sehr entschuldigend, dass er eigentlich kein gelernter Gärtner sei. Dieses Geständnis mochte der Vater, nur mit einem seltsamen Lächeln zu beantworten, das nichts verriet, dem Prinzen aber doch manches sagte. Der Gärtner hatte den jungen Mann ins Herz geschlossen, doch wagte er dies nicht einzugestehen. Dieser aber glaubte, seiner Sache gewiss zu sein, Lucia, meine kleine Königin, ich werde jetzt zu meinen Eltern gehen und ihnen erzählen, wie es mit uns beiden steht. Bist du einverstanden? Ja, zu deinen Eltern wirst du auf jeden Fall gehen müssen. Solltest du aber nicht wiederkommen, du kannst es nicht vorher wissen, sei dann nicht allzu traurig. Wisse, dass ich dich nie vergessen werde, immer in Dankbarkeit an dich denken will und in, in was, Lucia, in Liebe. Im Schlosser angelangt wurde der Königssohn nicht ohne weiteres bei den höchsten Herrschaften vorgelassen, weil er nämlich in seiner einfachen ländlichen Tracht daherkam und die Wache ihn nicht erkannte. Selbst jene, die ihn erkannten, wagten nicht, ihn in die königlichen Gemächer zu führen und die Königin selbst musste sich in einen Vorraum bemühen, um ihren Sohn persönlich zum König zu führen. Ja, da gab es selbstverständlich zunächst eine große Freude, dass der Sohn überhaupt wieder da war und beide Eltern waren sehr geneigt, ihm seinen abenteuerlichen Ausflug zu verzeihen. Er ließ sich, wie er ging und stand, von Papa und Mama gehörig umarmen und abküssen. Erst nach diesem Zärtlichkeitsaustausch hielt er es für angebracht, von seinen Erlebnissen zu berichten. Er erzählte zunächst, warum er sich aus dem Schlosser entfernt habe und was die Wahrsagerin ihm wahrgesagt hatte, an eine Heirat mit der Tochter des französischen Königs sei keinesfalls zu denken, da er seine Wahl schon getroffen habe. Er bitte um das Ja-Wort seiner Eltern, Lucia, die Tochter des Gärtners, ehelichen zu dürfen. Das Königspaar jedoch aufs Äußerste erzürnt, sagte anstatt Ja, nur immer wieder Nein, Nein, Nein. Sie waren so böse, dass sie am liebsten die ausgeteilten Umarmungen und Küsse zurückgenommen hätten. Aber geküsst ist geküsst, und ein Kuss lässt sich bei späterer noch so heftiger Feindschaft nicht mehr rückgängig machen. Ach, meine künftige Frau hat die schönsten Augen von der Welt, und sie hat sicher auch das beste Herz. Meines gehört ihr für immer, ich bin Gärtnergehilfe bei ihrem Vater. Wer ist recht zufrieden mit mir, dünkt mich, aber es hilft ja alles nichts, ich bin ein Königssohn und kein Gärtner. Nein, wenn du die Gärtnerstochter heiratest, kannst du nicht länger Königssohn sein, und wir müssen uns von dir los sagen. Verzichtest du aber auf das Mädchen, wirst du der Königssohn bleiben und einmal den Thron erben. Wähle, bist du der Königssohn oder bist du der Gärtner? Ich bin Gärtner, sagte der verliebte Königssohn, und mit tiefer Verneigung empfahl er sich den Majestäten. So verzichtete der Königssohn um seine Liebewillen auf Krone und Ansehen, auf Glanz und Herrschertum, ja sogar auf die Liebe seiner Eltern musste er verzichten, wenn auch das Letzte ihm sehr schwer fiel. Aber er hatte nun einmal sein Lebensglück in den schönsten Augen von der Welt gesehen und war bereit, alles dafür hinzugeben. Er ging ins Gärtnerhaus zurück, und hier wurde wenige Wochen später die Hochzeit des Königssohnes mit der Gärtnerstochter in aller Stille und Heimlichkeit gefeiert. Nun fehlte zum Glück des jungen Paares nur noch die vollkommene Gesundheit Lucias, die immer noch nicht recht gehen konnte. Eines Tages aber entdeckte der Königssohn im Winkel des Gartens einen bescheidenen Strauch, den er vorher nie bemerkt hatte und der sich in wenigen Tagen zu einem herrlichen Baum entwickelte. Zwischen dem dichten grünen Laub zeigten sich schöne rote Blumen, die von selbst zu Boden fielen und als der Königssohn die Blumen aufhob, verwandelten sie sich in seinen Händen zu kleinen Früchten, die nicht viel größer als Waldbeeren waren. Voller Freude brachte er die Früchte der jungen Frau, sie möge sie kosten, denn es war eine selige Gewissheit in ihm, dass dies die Frucht war, durch welche die Gärtnerstochter geheilt werden würde. Lucia verspürte zwar keinen sonderlichen Appetit und nahm mehr ihrem Manne zu Gefallen eine Beere in den Mund, aber kaum hatte sie diese geschluckt, als sie auch schon ein seltsames Kribbeln in den Füßen empfand. Gut schmeckt die Frucht, sagte sie, gib mir noch eine. Er schob sie in den Mund und lächelte sie dabei erwartungsvoll an. Da wusste Lucia, dass sie geheilt war, sprang vom Stuhl, flog ihrem Mann an den Hals und wirbelte voller Freude mit ihm im Zimmer umher. Der Vater wurde herbeigerufen und man kann sich leicht vorstellen, wie entzückt er war, als die Eheleute ihm ein Tänzchen vor Augen führten, das nur sehr gesunde Beine zustande bringen. So war jetzt alles zum Besten bestellt und der junge Mann hatte schon beinahe vergessen, dass er ein Königssohn gewesen war. Er war auch als Gärtner der König seines Glückes. Er fand es viel angenehmer, über einen friedlichen Blumengarten zu regieren, als über ein großes Reich mit vielen tausend Menschen. Aber das Königspaar indessen dachte oft des verlorenen Sohnes. Und da sie doch verlangen spürten, ihn wenigstens einmal wiederzusehen, verfielen sie auf den Gedanken, sich als Bettler zu verkleiden, um im Gärtnerhaus auf diese Weise einmal nach dem Rechten zu sehen. Sie war noch neugierig festzustellen, ob die Gärtnerstochter tatsächlich die schönsten Augen von der Welt besaß. Vor allem wollten sie wissen, oder sonst wie in Erfahrung zu bringen suchen, ob diese Augen, die so schön sein sollten, auch der Spiegel einer ebenso schönen Seele seien. So klopfte denn das Königspaar an der Tür des Gärtnerhauses an. Lucia öffnete und sah zwei alte Leute, die wahrlich höchst mitleiderregend aussahen. Ach, verzeiht, wenn wir stören, aber wir sind ein armes Ehepaar und haben seit zwei Tagen nichts gegessen. Ja, du lieber Gott, das sieht man ja auf den ersten Blick, kommt nur herein, so, ihr setzt euch nur an den Tisch, sofort werde ich euch ein paar Spiegeleier braten, das ist rasch gemacht. Hier, fangt nur mit einem Stück Butterbrot an, damit ihr den ersten Hunger gestillt bekommt. Das Königspaar hatte sogar sehr reichlich zum Mittag gegessen. Es hatte nicht nur eine gute Kraftbrühe, sondern auch Suppenfleisch und Salzkartoffeln mit Senfsoße an der königlichen Tafel gegeben. Vom Dessert einem herrlichen Schokoladenpudding mit Schlagsahne ganz zu schweigen. Den Kaffee mit Biskotten hatten sie kaum angerührt, weil das Essen so ausgiebig gewesen war. Jetzt aber mussten sie am helllichten Nachmittag keine zwei Stunden nach dem Mittagessen dicke Scheiben Schwarzbrot nicht zu knapp mit Butter bestrichen verzehren. Und dann kamen noch die Spiegeleier, zu denen die junge Frau noch eine Pfanne mit Bratkartoffeln gab. Wenn das kein gutes Herz war! Der König und die Königin blickten einander vielsagend in die Augen. Und betrachteten sich dann verstohlen die heimliche Schwiegertochter, die sich an Gebefreudigkeit nicht genug tun konnte und den beiden Alten zum üppigen Mal noch zwei Goldstücke zuschob, die den Bettlern allerdings bei näherem Hinsehen nicht unbekannt vorkamen. Sagt, gute Frau, seid ihr nicht eigentlich die künftige junge Königin? Nein, wie habe ich das zu verstehen? Nun, wir haben gehört, dass ihr den Königssohn zum Manne bekommen habt. Ihr irrt euch, mein Mann ist nicht mehr Königssohn, er ist Gärtner. Nun, wohl mag er euch zuliebe Gärtner geworden sein, deswegen aber bleibt er gleich wohl des Königssohn, der ein Anrecht auf den Thron hat. Mein Mann stellt aber keine Ansprüche und er braucht keinen Thron, es genügt ihm, der König meines Herzens zu sein. Das habt ihr allerdings recht hübsch gesagt, junge Frau, aber es war doch sehr schlecht vom Königspaar gehandelt, den einzigen Sohn zu entrechten, nur, weil er sich eine Frau aus einfachem Stande gewählt hat. Nein, das war wirklich ein großes Unrecht vom König und auch von der Königin. Das versteht ihr nicht und ich bitte euch zu schweigen. Ich kann nicht dulden, dass ihr über die Eltern meines Mannes etwas Böses sagt und es trifft auch nicht zu. Lasst euch dies gesagt sein. Das Königspaar ließ es sich nicht ungern sagen und jedes blickte verlegen und bewegt in den Schoß, die Augen tief gesenkt. Habt ihr noch Hunger? Mögt ihr noch etwas essen? Oder soll ich euch ein Brot mitgeben, damit ihr das Geld ein wenig sparen könnt? Nein, danke, tausend Dank und vergelts Gott. Damit erhoben sich die Bettler vom Tisch, um eiligst fortzugehen. Sie waren kaum zur Tür heraus, als die junge Frau ihnen nachgeheilt kam. Ihr habt ja das Geld vergessen. Och, es ist eine zu große Gabe. Aber nein, es ist ja nur ein Almosen. Gut, dann nehmen wir es mit tausend Dank. Behüt euch Gott, junge Frau, und auf Wiedersehen. Am nächsten Morgen kam der königliche Hofwagen, vor den Pferde gespannt waren, vor der Gärtnerei angefahren. Der junge Gärtner kam selbst den Wagenschlag öffnen, sah den König und die Königin aussteigen, doch wagte er kaum, den Blick zu erheben. Ihr seid der Gärtner, fragte der König hoheitsvoll, als kenne er seinen eigenen Sohn nicht. Zu denen, Majestät. Gut, also, bringt mir die schönste Blume aus eurem Garten. Da erblickte der Königssohn den Blick der Liebe in den Augen seiner Eltern. Mit einem Jubelruf stürzte er fort und kam in aller kürzester Zeit zurück, aber nicht allein. Seht hier, Majestät, meine Blume. Da umarmte der König seinen Sohn, und die Königin schloss die schönste Blume ihre junge Schwiegertochter ans Herz. Als es aber hieß, alle in den Wagen einsteigen, auf zum Schloss, rief Lucia ihren Vater herbei und meinte, er könne doch nicht allein zurückbleiben. Freilich kann er es nicht, sagte der Königssohn und sah den Gärtner mit einem leuchtenden Blick der Dankbarkeit an. Zu seinen Eltern gewandt fügte er hinzu, seht, dies ist der Gärtner, der nach dem Willen Gottes meine Blume ins Leben rief, der Schützer ihrer Kindheit. Nicht wahr, ich darf ihn mitnehmen, unser Schloss muss einem Himmel gleichen, in dem es viele Wohnungen gibt. Und dann begann die Fahrt ins Glück, an einem hellen Main Morgen. Das gläserne Häuschen Wenn heute eine holde Fee käme und uns bis zu einer bestimmten Zeit die Erfüllung eines Wunsches zusicherte, ach, was würden da für sonderbare Wünsche laut werden. Ein Pferd, riefe der eine, und langes Haar eine andere. Eine dritte wünschte sich gar einen neuen Mann, während der vierte unbedingt alle Tage Honigbrot haben möchte. So ist's noch und ist's immer gewesen. Im geeigneten Augenblick fällt keinem etwas Gescheites ein. Wie aber einmal einem braven Handwerksmeister ein sonderbarer Wunsch zum Glück ausgeschlagen ist, davon will ich heute erzählen. Da lebte mit seiner Frau in einem kleinen, vom Vater ererbten Häuschen ein Tischler, hatte reichlich Arbeit und wäre soweit ganz zufrieden gewesen, wenn ihm nicht seine Frau das Leben ein wenig verbittert hätte. Die war aber durchaus keine Xantippe, war auch nicht unfreundlich oder hässlich, nein, ein hübsches, sanftes Weibchen war's, aber weiß der Himmel, wie es zuging, sie konnte ihre Wohnung, ihre Kleider, ihre Schränke einfach nicht in Ordnung halten. Konnte der Mann seine Sachen nicht finden, so sprang sie gar eifrig herzu, kehrte das Unterste zu Oberst und brachte das Gesuchte schließlich aus irgendeinem Winkel hervor, wo es niemand vermutet hätte. Was meinst du, wo es war? fragte sie lachend den Mann. In der Ofenröhre hat's gesteckt, meiner treu, weiß ich doch selbst nicht, wie es gerade dahin gekommen ist. Und das sagte sie stets so treuherzig, dass der Mann ja wirklich nicht böse sein konnte. In der ersten Zeit seiner Verheiratung hatte er Späße darüber gemacht, mitgelacht, ja, auch mitgesucht, aber allmählich war ihm die Sache zu bunt geworden. Er ärgerte sich, wenn ihm heute dies und morgen das fehlte. Er hielt lange reden oder schaltgewaltig. Aber das hatte alles nur den Erfolg, dass seine kleine Frau anfing, herzzerbrechend zu schluchzen und hundertmal versprach, sich zu bessern. Sie besserte sich aber nicht, und nach wie vor musste der arme Tischler Hansemann auf der Suche nach seinen sieben Sachen sein. Endlich hatte er das Reden und Ärgern aufgegeben. Er wollte Frieden im Hause haben, und da seine Frau herzlich lieb hatte, hoffte er, durch sein gutes Beispiel und Güte und Freundlichkeit, sie am Ende doch noch von ihrem bösen Fehler zu heilen. Als aber auch das nichts verfing und es immer grausiger in dem Hause aussah, da wurde der Meister ein stiller, trauriger Mann. der seiner Arbeit tat, sich sonst aber lieber in Feld und Wald aufhielt, als in seinen eigenen vier Pfählen. Es war an einem Frühlingsabend, als Meister Hansemann einsam in seiner Werkstatt saß und trüben Gedanken nachhing. Draußen sposte das junge Gras, und die Schwalben, die am Tage gar emsig ihr Nest ausgebessert hatten, saßen jetzt einträglich beisammen und zwitscherten sich noch leise etwas ins Ohr. Ringsum war es still und friedlich, und dem Meister ward das Herz schwer, wenn an sein eigenes, friedloses heim heim dachte. Ein feiner Luftzug ließ ihn aufsehen. Da stand vor ihm ein winziger Geselle, dem ein grauer Bart bis ans Knie reichte. Als der Tischler erschrocken aufspringen wollte, legte der Kleine die Hand an die Lippen und machte Psst! Langsam kam man näher. Es darf mich niemand sehen. Ich bin ein Moosmännchen und wohne draußen im Walde. Hansemann sah ganz entsetzt aus, denn er wusste, dass die Moosmännchen ganz böse Gesellen waren. Was wollte solch ein Wicht in seinem Hause? Der las ihm die Gedanken von der Stirn. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er. Seine Stimme klang traurig. Ich komme nicht in schlechter Absicht. Ich will dich um etwas bitten. Ich weiß, du bist ein Mann, der schweigen kann, und das musst du. Kein Mensch darf es erfahren. Du sollst mir einen Sarg machen. Außen muss er schneeweiß sein und innen mit rosenroter Seide ausgeschlagen und ein Kistchen von rosenroter Seide muss darin sein und eine Decke. Aber bis morgen nacht um zwölf Uhr muss ich ihn haben. Willst du das übernehmen? Und als der Tischler zauderte, fügte der Zwargrasch hinzu, es wird dein Schade nicht sein, nur musst du ihn selbst und ganz allein nach dem sieben Eichen Platz bringen. Dort an der dritten Eiche von rechts stellst du ihn hin und wartest. Bring auch einen großen Spaten mit, es muss tief gegraben werden. Noch eins, länger als fünfzig Zentimeter darf der Sarg nicht sein. Langsam schritt das Moosmännchen rückwärts. Es wird dein Schade nicht sein, flüsterte es noch einmal. Als es verschwunden war, atmete der Tischler auf. Tu ich's oder tu ich's nicht, sagt er halblaut. Tu ich's nicht, wer weiß, was mir der boshafte Kerl dann für Schabernack antut und tu ich's, wie fang ich's dann an, es so heimlich zu machen. Aber er tat's doch. In der Frühe des nächsten Morgens besorgte er die rote Seide und machte mit vieler Mühe die Kissen selbst zurecht. Und ob seine Frau es auch noch so dringlich fragte, was er eigentlich in der verschlossenen Werkstatt treibe, er verriet nichts. Frau Hansemann war nicht übermäßig neugierig. Aber als ihr Mann nachts um halb zwölf fortging mit einem Paket unter dem Arm und einem Spaten, ja, da schaute sie ihm doch sehr verwundert nach. Ja, sie machte sogar ein paar Schritte vorwärts, um ihm nachzuschleichen. Aber ein feiner Regen sprüht ihr ins Gesicht. Überdies war sie müde und ein wenig furchtsam. Da ließ sie's lieber, legte sich in ihr Bett und schlief seelenruhig ein. Unterdessen wanderte der Tischler mit seiner Bürde dem Wald zu und hielt nicht eher an, als bis er den vorgeschriebenen Platz erreicht hatte. Leise tröpfelte der Regen herab. Das war das einzige Geräusch ringsumher. Er wartete geduldig eine ganze Weile. Als sich aber niemand sehen ließ, wollte er sich endlich ärgerlich wieder auf den Heimweg machen. Husch raschelte es hinter ihm, husch raschelte es vor ihm. Glühwürmchen leuchteten auf, und im Nu war der ganze Platz erfüllt mit kleinen Gestalten, die alle sehr ernst, fast bekümmert aussahen. Jetzt kam der Wichtelmann, der tags zuvor bei ihm gewesen war. Auf seinen Armen trug er ein winziges Püppchen. Das legte er in den Sarg. Es war ein scheußliches Geschöpf, ein richtiges Wichtelweibchen, und beinahe hätte der Tischler laut gelacht, so wenig stimmte die zarte Rosenfarbe zu dem braun verschrumpelten Gesicht. Die »Nun 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 »Eil »Dich »Aber »Die Zeit ist »Kurz«. Der kleine Sarg wurde geschlossen. Hansemann grob ein tiefes Loch, stellte ihn da hinein und schüttete die Erde wieder darauf. Die Zwerge stampften sie fest, dass niemand eine Spur fände. Verschwunden war plötzlich die ganze Schar. Nur der König war zurückgeblieben. »Du darfst dir jetzt etwas wünschen«, sprach er. »Ich will mich dir dankbar erweisen. Etwas wünschen?« Der Tischler fasste seinen Spaten fester. »Ja, was denn nur in aller Welt? Woher sollte er so geschwind seinen vernünftigen Gedanken hernehmen? Er hatte ja unzählige Wünsche, aber welcher war nur der beste und vernünftigste?« »Weißt du gar nichts? Auch nicht für deine Frau?« fragte das Moosmännchen. Da hob im Dorf die Glocke an zwölf zu schlagen. »Schnell spute dich, ehe der letzte Schlag verhallt, muss der Wunsch ausgesprochen sein, sonst ist alles vergebens.« Fort war der Zwerg. Da stand nun der arme Mann, der Angstschweiß brach ihm aus. Vier, fünf, sechs zählte er, er konnte ja so viel brauchen, für meine Frau sieben, eher, wenn sie nur nicht so unordentlich sein wollte, aber nur nichts voreilig aussprechen, acht, neun, wenn sie nur ein kleines bisschen ordentlicher wäre, wie hatte er sich heute Morgen erst wieder geärgert, als er seinen Stiefelknecht nicht finden konnte, zehn, elf, so wünschte ich, wir säßen in einem gläsernen Häuschen, damit ich immer sehen könnte, wo meine Sachen sind. Zwölf Lange halte der Ton nach in der stillen Nacht, der Wunsch war ausgesprochen, und tief seufzend strich sich der Meister über die Stirn. Na, da hat er gewiss etwas Schönes angerichtet. Jetzt erst kam ihm die Besinnung zurück und damit das Bewusstsein, das einen sehr törichten Wunsch geäußert hatte. Was denn seine Frau nur dazu sagen würde und, ja, Himmel, wenn nun sein Häuschen wirklich aus Glas wäre! Die Beine nahm er unter die Arme, und dahin flog er, an nichts denkend als an sein Glashäuschen. Es regnete noch immer, ganz leise und fein. Klingling, hörte er schon von Weitem, und wahrhaftig, da stand sein Haus, und jedes Mal, wenn ein Tropfen aufs Dach fiel, klang es lustig, Klingling. Es war wirklich ein gläsernes Häuschen. Er konnte nicht mehr weiter, der arme Mann. Er setzte sich auf die gläserne Schwelle, und seine Tränen rieselten mit dem Regen um die Wette, bis er endlich einschlief. Heller, lichter Morgen war's. Die Regenwolken waren verschwunden, und die goldene Sonne kam herauf. Erstaunt blieb sie stehen, als sie das Glashaus erblickte. Was war das? Ein Haus, in dessen äußerste Winkel man sehen konnte. Das war interessant. Das musste man sich näher betrachten. Langsam kam Frau Sonne näher. Ihr Auge wurde immer größer, immer lachender. Ei, da war freilich auch mancherlei zu sehen, und Frau Sonne war neugierig. Ungeniert beguckte sie sich das ganze Haus und selbst die Frau, die friedlich schlafend im Bett lag. Da fuhr diese in die Höhe, wie hell es schon war, und wo steckte denn ihr Mann, und ja, wo war sie denn? Die kleine Frau Hansemann rieb sich die Augen, aber alles blieb, wie's war. Über ihr glänzte ein heiterer blauer Himmel, und draußen vor der Tür saß ihr Mann, ganz deutlich konnte man das sehen. Nun kam Leben in die Frau. Hansemann, Hansemann, komm doch herein, hilf, Himmel, wir sind verzaubert. Ihr Schrein und Wein weckte den Mann auf. Der sprang auf und kam ins Zimmer, den Kopf gesenkt und die Schultern hochgezogen. Oh, Hansemann, wo bist du nur gewesen? Was in aller Welt ist mit uns vorgegangen? weinte das Frauchen. Ich kann ja nicht aufstehen, es sieht mir doch jeder zu. Dicke Tränen rollten ihre Backen herunter. Hansemann seufzte schwer, und weil er sich auch so unglücklich fühlte, weinte er zur Gesellschaft mit. Endlich zog er sein Taschentuch hervor und trocknete erst sich und dann seiner lieben Frau die Augen. Weine nur nicht so sehr, bat er, ich will dir ja auch alles erzählen, ach, hätte ich nur die ganze Geschichte bleiben lassen. Ganz still hörte die Frau zu, als er nun von Anfang an alles berichtete. Ihre Tränen versiegten allmählich, als aber der Mann schwieg, kroch sie tief unter die Decke und sagte, ich bleibe hier liegen, ich schäme mich halb zu Tode, mache, was du willst. Kein Bitten, kein Flehen half. Sie rührte sich nicht, und es blieb Hansemann nichts anderes übrig, als selbst den Kaffee zu kochen. Das gab ein Staunen, als die Nachbarn von der Sache erfuhren. Der Bäckerjunge hatte es zuerst gesehen und die Neuigkeit natürlich brühwarm von Haus zu Haus getragen. Von allen Seiten kam es herbeigelaufen, um das Glashaus zu begucken. Wenn aber jemand fragte, wie das gekommen wäre, dann zuckte der Tischler nur die Achseln. Antwort gab er nicht. Die Lästermäule hatten ihre helle Lust an dem Glashaus. Da konnte man dem lieben Nächsten doch mal so recht in alle Winkel sehen. Schrecklich sah es geradezu aus. In allen Ecken lag dicker Schmutz und in den Schränken, die auch von Glas waren, lag es wie Kraut und Rüben durcheinander. Jeder Mann schallte auf die unordentliche Frau, aber jeder lobte und bedauerte auch den Mann, der so fleißig vom frühen Morgen bis zum späten Abend war. Denn die Frau lag immer im Bett und war nicht zum Aufstehen zu bewegen. Ansemann mühte sich redlich, erhielt die Wirtschaft in Stand so gut er konnte und war tätig in seiner Werkstatt. Kaum konnte er alle Aufträge ausführen, denn von nah und fern kamen die Leute und bestellten bei ihm die schönsten Sachen. Sah man doch jetzt erst, wie fein und schön er arbeitete. Alles tat er mit fröhlichem Herzen, denn er merkte, dass seine Frau anfing, sich zu schämen. Und darauf freute er sich, denn er hoffte, sie würde nun wohl anfangen, anders zu und ja, Frau Hansemann schämte sich sehr. Zuerst hatte sie nur gedacht, es kann mich ja jeder sehen, wenn ich aus dem Bett steige. Mit der Zeit aber dachte sie daran gar nicht mehr. Jetzt schämte sie sich, dass alle Welt in ihre Häuslichkeit gucken und sehen konnte, wie schrecklich es darin aussah. Und wie die Scham und Treue immer größer wurde, da bemerkte sie auch, wie blass und vergrämt ihr lieber Mann aussah. Und da kam ihr die Einsicht, dass er es sicher nicht mehr lange aushalten würde, die Wirtschaft und seine eigene Arbeit zu besorgen. das griff hat. ans Herz. Eines Morgens, ganz früh, ehe es dämmerte, sprang sie aus dem Bett, wusch und kämmte sich blitzblank, und dann ging's ans reine Machen und Aufräumen. Immer fröhlicher wurde sie, je sauberer und netter es ringsumher ausschaute. Schließlich sang sie ein fröhliches Liedchen. Darüber wachte der Mann auf. Sprachlos blieb er liegen und starrte seine Frau an. Kaum merkte die, dass er wach war, kam sie an sein Bett gelaufen und kniete bei ihm nieder. Lachend und weinend streichelte sie ihn. Oh, Hanselmann, kannst du mir verzeihen? Es soll jetzt gewiss anders werden bei uns, wenn wir denn schon mal in einem gläsernen Häuschen wohnen müssen, dann soll es aber auch von innen und außen blinken, dass jeder getrost hineinsehen kann. Diesmal wusste der Tischler, dass es seiner kleinen Frau ernst war mit ihrem Vorsatz. Jauchzen zog er sie an sich und küßte sie, unbekümmert darum, dass draußen der Milchmann vorbeikam und alles sah. Und von nun an war das Glashaus wirklich ein Schmuckkästchen. Es gab kein Winkelchen, das die lieben Nächsten nicht hätten sehen können. Und wie die beiden lebten und was sie kochten, das konnte auch jeder sehen. So ist es geblieben bis zum heutigen Tag. Ja, wohnen die beiden denn immer noch in dem gläsernen Häuschen? Sicherlich! Wer's nicht glaubt, der mag selbst hingehen und sich's ansehen. Es ist gar nicht weit vom sieben Eichen Platz. Das Gesicht im Mund Wer ging nicht schon in stillen Nächten nach Hause und fühlte den Blick aufwärts gezogen von der sanft glänzenden Kugel, die zwischen den Tälern und Bergen riesenhafter Wolken ruhig dahinschifft? Wer schaute nicht wohl lange Zeit anhaltend empor zu jenem Körper, den wir Mond nennen, und fühlte, wie seine weißen Strahlen sich so langsam ins Herz schleichen und selbst in traurigen Stunden das wilde Wogen und Drängen in der bewegten Brust zu besänftigen im Stande ist. Wenn man so halb träumend, halb wachend hinaufsieht, so erblickt man in der hellen Scheibe kleine Flecken, aus welchen sich mit einiger Fantasie ein Gesicht zusammensetzen lässt. Man sieht deutlich zwei dunkle Stellen für die Augen, eine Nase, die aber etwas nach der linken Seite gezogen ist. Und ein Mund, welcher sich nach rechts neigt und dem fabelhaften Kopf dort oben ein verzerrtes, schmerzliches Ansehen gibt. Wenn wir über jenes Mond Gesicht unsere gelehrten Bücher befragen, so sagen diese uns freilich, dass dort oben solle kein Gesicht vorstellen, sondern es sei der Mond ein Körper wie unsere Erde. Ja, er habe sogar noch gewaltigere Felsen und Schluchten als diese. Und namentlich letztere seien zum Teil so tief, dass sie das Licht der Sonne nicht erhellen können und sie deshalb, etwa wie ein Brunnen bei uns, stets dunkel blieben. Allein wer klug ist, glaubt diesen Büchern nicht. Dass das dort eben in dem Monde nichts Natürliches keine Schluchten sind, davon kann sich ja jeder durch sein eigenes Anschauen überzeugen. Das wissen aber auch jene Herren und ebenso die Ursache wie jenes Gesicht da hinauf kam. Nur haben sie unter uns gesagt, sich einmal vorgenommen, alles auf natürliche Weise zu erklären, weshalb sie die Wahrheit, die in der Tat unnatürlich klingt, verbergen, um uns etwas weiß zu machen. Wie aber jenes Gesicht wirklich in den Mond kam, das will ich hier erzählen. Doch bitte ich mir vorher aus, das strengste Stillschweigen darüber zu beobachten, da mein Großvater mir die Geschichte unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt hat, ganz wie er sie unter gleichen Bedingungen von einer Tante gehört hatte, welche sie aus einer Kaffeegesellschaft mit nach Hause brachte. Und zwar aus einer Kaffeegesellschaft, wo nur Geheimnisse verhandelt wurden. An einem schönen Abend gingen zwei Leute zusammen aus einem Wirtshause, von denen der eine seines Zeichens ein Schneider und der andere ein Handschuhmacher war. Für Zuhörer, die sich gern über Zeit und Verhältnisse genau unterrichten, füge ich bei, dass es vermutlich ein Winterabend war, denn die beiden hatten stark eingeheizt. Es war schon spät in der Nacht. Allein der Mond, der hoch am Himmel stand, beleuchtete die Straßen so ziemlich. Da er den Schatten der einen Häusereihe auf den weißen Schnee warf, so sah dieser durch die zackigen Dächer einer Reihe kolossaler Spitzzähne nicht unähnlich. Die beiden Zechbrüder waren die letzten im Wirtshause gewesen, denn als sie es verlassen, wurde von innen der Riegel vorgeschoben und die Lichter der Gaststube ausgelöscht bis auf eines, das sich alsbald in den zweiten, von dein den dritten, vierten Stock bewegte und, nachdem es noch eine kurze Zeit in einem Dachstübchen gebrannt und dort wahrscheinlich dem Schenkbuben zu Ruhe geleuchtet erlosch. Jetzt waren die beiden alleine auf der Straße und zogen ihres Weges, gewiss in der festen Absicht, sobald es sich tun ließ, ihre Häuser zu finden. Beide waren aber wahrscheinlich nicht recht mit sich einig, nach welcher Seite sie sich zu wenden hatten, denn sie drehten sich einige Male im Kreise herum, wobei der Schneider als der leichtere den größeren Bogen beschrieb. Als dann schossen sie wie ein paar angebrannte Schwärmer von einer Seite der Straße zur anderen, bis sie endlich nicht hundert Schritte von der Kneipe, die sie eben verlassen, an einem Häuservorsprung hängen blieben, um den herum sie trotz aller Anstrengungen nicht segeln konnten. Da sich in diesem Häuservorsprung eine passende Tür fand, breit genug, um ihre zarten Schultern daran zu lehnen, so taten sie dergleichen. Der Schneider heftete seine Augen wohl eine Viertelstunde lang vor sich auf die Erde und machte oft einen vergeblichen Versuch, an den Himmel hinauf zu sehen. Aber es waren ihm die Augen wieder zu schwer. Endlich nach vielen Bemühungen gelang es ihm, den Blick an das gegenüberliegende Haus zu heften. Dort fand er einen Anhaltspunkt, um sein Auge Stockwerk für Stockwerk hinaufklettern zu lassen. Bis zu dem Schornstein, wo er mit seinem lauten Ausruf der Verwunderung den Mond erblickte, der aus dem schwarzen Kamin empor zu steigen schien. Der Handschuhmacher, weniger berauscht und weniger sentimental als der Schneider, machte mit seinem Blick eine umgekehrte Bewegung. Denn nachdem er eine Zeit lang in den Mond gestarrt, begann er laut zu gähnen, mit einem hohen Tone abwärts, und seine Blicke folgten den Tönen, so, dass sie im Augenblick, wo er den Mund schloss, auf seine dürren Beine fielen, die er weit von sich abgestreckt hatte. So stand das edle Paar eine Zeit lang da, ohne ein Wort zu sprechen, und weil sich durch die kühle Nachtluft ihre Ideen noch mehr verwirrten, so glaubten am Ende beide, sie seien nicht mehr auf der Straße, sondern zu Hause, und ließen sich auf dem Schnee nieder, um sich so bequem als möglich zum Schlafen anzuschicken. Der Schneider, der sich auf das linke Ohr legte, begann erst leise, dann immer lauter zu seufzen, und sprach vor sich hin, ach, was bin ich doch, für ein erbärmlicher, schlechter Kerl, saufe da Nacht für Nacht, bis ich nicht mehr auf meinen Beinen stehen kann, und wenn ich dann am Morgen immer Katzenjammer habe und nichts verdiene, ach, so bestehle ich meine Kunden, um von dem entwendeten Tuch wieder Geld zum Zechen zu haben. Ach, ich jammervoller, erbärmlicher Kerl, und an allem dem ist der Handschuhmacher schuld, der hat mich verführt. Der Handschuhmacher, der sich auf das rechte Ohr gelegt hatte, hörte sich gerade nicht schmeichelhaft von dem Schneider nennen. Allein da glaubte es träume ihm bloß, so lachte er laut auf und freute sich darüber. Rief er laut, jetzt liegt der armselige Schneider wieder auf seinem Strohsack und schimpft über mich, der lump und greint, dass ich ihn verführt hätte. Aber ich will ihn noch besser herunter bringen. Gestern hab ich wieder ein charmantes Stück Tuch bei ihm gesehen, das wollen wir morgen Abend schon durch die Gurgel jagen. der dumme Schneider. Jetzt geriet der Schneider, der diese Worte wohl hörte und seinerseits glaubte er träume, wie sich der Handschuhmacher über ihn lustig machte, in eine heftige Wut und fing an, auf einen dicken Stein zu schlagen, der neben ihm lag, indem er beständig ausrief, du schlechter Kerl, du Handschuhmacher, du schlechter, hast mich um meinen Kredit und meinen ehrlichen Namen betrogen, hast auf meinen Namen Geld geborgt und willst mich obendrein noch auslachen, du niederträchtiger Kerl. Der auf diese Art angeredete, wurde durch die Wut des Schneiders nur noch lustiger und lachte in einem fort. Schrie er, so träume ich von dir, Bruder Schneider. Na, willst schon glauben, dass du zuweilen Lust hättest, wieder ein ehrlicher Mann zu werden? Aber das soll dir nicht gelingen, du sauberer Zeisig. So habe ich dich in meiner Hand und so will ich dich auch festhalten. Mit diesen letzten Worten griff er nach der anderen Seite, fasste den Haarschopf des Schneiders, den er in seiner höllischen Freude tüchtig zusammenschüttelte. Als dieser den rauen Griff seines Kumpans fühlte, glaubte er plötzlich, der Teufel habe ihn für sein ruchloses Leben gefasst und wolle ihn strax mit in die Hölle nehmen. Er wehrte sich gegen diese vermeintliche Niederfahrt mit aller Kraft der Verzweiflung, fasste seinem Freund Handschuhmacher ins Gesicht und beide balkten sich auf eine ergützliche Art auf der Straße im Schnee herum, sodass bald der eine bald der andere oben zu liegen kam. Dabei war es merkwürdig, dass so oft bei diesen Umwälzungen das Gesicht des Handschuhmachers in Berührung mit dem Schnee kam, derselbe zu zischen anfing, als würde er vor einen heißen Ofen geworfen. Was aber auch das rote, glühende Aussehen dieses Gesichts sowie die Hitze, die es abstrahlte, betraf, glich es vollkommen einem gut geheizten Ofen, der hier und da Sprünge und Risse hat, zu welcher das Feuer mit verdoppelter Wut herauszubrechen scheint. Es war dem Handschuhmacher schon oft passiert, dass er in der Dämmerung nach Hause gehend von einem Schar mutwilliger Buben verfolgt wurde, welchem die Spitznamen Sauf aus Feuermann nachliefen. Wie lange sich die edle Zechgenossenschaft auf der Straße herumbeigte, ist wohl nicht zu bestimmen. Plötzlich aber fühlten sie sich von etwas berührt, das ihnen jedes Mal einen zuckenden, brennenden Schmerz verursachte. Der Handschuhmacher als der nüchternste riss zuerst seine Augen auf, die er in der Hitze des Gefechtes geschlossen und sah mit großer Verwunderung ein altes Weib vor sich stehen, das so erschrecklich hässlich war, wie er in seinem Leben nichts ähnliches erblickt. Die Alte war nicht noch der Art der gewöhnlichen Hexen bucklig und klein, hatte kein langes, wackelndes Kinn und ebenso wenig Triefaugen, die bei aller Hässlichkeit doch etwas Gutmütiges haben, sondern das Weib, welches die beiden Zechbrüder durch Anrühren mit einem sehr spitzen Stock auf eine so schmerzhafte Art erweckt hatte, war groß und von einer unbeschreiblichen Magerkeit. Man hätte glauben können, die paar alten Lumpen, welche sie bedeckten, seien um einen Wesenstiel herumgewickelt, denn genau diese Form hatte der Körper der alten Hexe. Das bleiche, runzliche Gesicht, das auf dieser Figur stand, war mit roten Haaren bedeckt, die aber so kreuz und quer unter einer weißen Haube hervorsahen, als habe sie der Wind zufällig dort hinaufgeweht. Sie trug außer dem erwähnten Stock eine kleine Laterne in der Hand, deren Licht auf die beiden Kämpfenden fiel. Der Schneider, als er merkte, dass die Schlägerei endlich aufgehört hatte, mochte noch immer glauben, er habe sich mit einem bösen Geist geballt, denn er öffnete jetzt schwerfällig die Augen, wahrscheinlich um zu sehen, in welchem Teil der Hölle er sich denn eigentlich befände. Da der Anblick des alten Weibes, die grinsend vor ihm stand, eben auch nicht geeignet war, ihm diesen Irrtum zu entreißen, so fing er aufs Neue an, zu jammern über sein verlorenes Leben, wobei er, wie schon früher, den Handschuhmacher anklagte, dass er allein ihn zu dem Üblen verführt. Dieser hatte endlich seine fünf Sinne wieder so weit zurecht gesetzt, um die alte Stammeln zu fragen, woher sie komme, wer sie sei und was sie wolle. Auf diese Fragen riss die Hexe ihren zahnlosen Mund laut lachend so weit auf, dass es aussah, als sei ihr Gesicht von einem Ohr bis zum anderen gespalten und sagte mit heiserer Stimme, mein Söhnchen, du fragst mich, wo ich herkomme? Ich bin eine arme alte Frau, die hier gerade vorbeikam und euch hier im Schnee liegen sah. Da tat es mir leid, dass so ein schmuckes junges Blut in der Kälte umkommen soll. Und da hab ich euch denn geweckt, um euch nach Hause zu bringen, nach Haus, wo ihr hingehört. Na, steht nur auf, ihr Sehnlein, steht nur auf. War es der stechende Blick der Alten oder die Berührung mit ihrem Stock. Genug, die beiden erhoben sich nach einigen vergeblichen Versuchen und wussten wahrscheinlich infolge ihres körperlichen Zustandes nicht, was sie aus dieser Anrede zu machen hätten. Ja, ja, fuhr die Alte lachend fort, ihr seid so ein paar hübsche schmucke Burschen, so lustig und munter und habt immer so schöne dumme Streiche gemacht, dass ich mich schon lange für euch interessiert habe. Du, sagte sie zum Handschuhmacher, hast ein schönes rotes Gesicht, das so leuchtet und glüht, dass du bequem das Holz für den Winter ersparen kannst. Und da, der Schneider, der hat schon so viel Lappen in die Hölle fallen lassen, dass sich der Teufel unten ordentlich auf den Augenblick freut, wo er seine Bekanntschaft machen wird. Na, kommt nur mit, solche Leute hab ich gern. Doch da sehe ich, dass ihr ganz eingefroren seid. So wollen wir erst ein Schlückchen zusammen nehmen, das uns recht warm machen und gut tun soll. Bei diesen Worten zog die Alte eine kleine Flasche unter ihren Lumpen hervor und hielt sie gegen den Mond, um den beiden zu zeigen, dass der Inhalt derselben recht glitzerte und klar sei wie der schönste Franzbrandwein. So feindlich die beiden noch einige Augenblicke vorher gegeneinander gesinnt waren, so kam ihnen doch jetzt das alte Weib so unheimlich vor, dass sie näher zusammen rückten, um einer am anderen Schutz zu suchen. Die Alte hatte dem Schneider die Flasche in die Hand gedrückt und bat ihn mit den besten Worten, doch ein Schlückchen daraus zu nehmen. Und der arme Geselle, der in seiner Angst nicht wusste, was er machen sollte, setzte die Flasche an den Mund und tat einen guten Zug. Als das der Handschuhmacher sah, begann er die Lippen abzulecken und spürte plötzlich auf das viele Bier und den Brandwein, den er heute Abend getrunken, einen solchen Nachdurst, dass er dem Schneider die Flasche aus der Hand riss und sie hastig leerte, worüber die Alte in ein lautes Gelächter ausbrach und ihre beiden Söhnlein ermahnte, jetzt rasch mit nach Hause zu gehen. Sie hinkte an ihrem Stocke voraus, die beiden folgten ihr wie von einer unsichtbaren Gewalt getrieben. War es ihnen schon früher wunderbar zumut gewesen und hatte sich eine über den anderen gewundert, dass er nicht gerade gehen konnte, sondern bei jedem Schritt die Füße mehr zur Seite setzte, als nötig gewesen wäre, so fing sie jetzt erst recht an, sich mit misstrauischen Blicken zu betrachten. Es wollte dem Handschuhmacher sonderbar bedünken, dass der Schneider, anstatt wie ein ordentlicher, wenn auch etwas betrunkener Mensch auf seinen beiden Füßen zu gehen, sich mit einem Mal auf die Hände niederließ niederließ und auf allen Vieren zugleich über den Schnee hinsprang, eine merkwürdige Entdeckung, die aber auch der Schneider seinerseits an seinem Kameraden machte. Denn auch dieser hatte sich auf die Hände niedergelassen und machte die sonderbarsten Luftsprünge und Grimassen und das nur, wie er sich einbildete, aus Freude über das tolle Benehmen des Schneiders. Dieser konnte sich nun gleichfalls nicht enthalten, über die Kapriolen des Anderen zu lachen. Doch fand er bald zu seiner großen Verwunderung und Bestürzung, dass dieses Lachen ganz sonderbar klang. Zuerst glaubte er, er sei von dem kalten Nachtlager heiser geworden und räusperte sich und hustete, so dass der Handschuhmacher aufmerksam geworden plötzlich stehen blieb, um seinen Freund zu fragen, was ihm denn eigentlich fehle. Die Frage verstand denn der Schneider wohl, hätte aber darauf schwören wollen, dass das, was ihm sein Freund gesagt, wie das Miauen einer Katze klinge. Indessen hatten sie in diesem Augenblick zu vieler Überlegung keine Zeit mehr, denn sie befanden sich jetzt mit der Alten in einem ihnen ganz unbekannten Stadtteile vor einem kleinen Häuschen, das die Hexe aufschloss und in das sie erfolgten. Darauf schloss die Alte hinter ihnen wieder sorgfältig die Türe ab, führte sie in ein kleines Zimmer, dessen ganze Einrichtung bloß in einem Strohsacke Bestand, der auf der Erde lag und entfernte sich als dann. Von der durchschwärmten Nacht ermüdet, fühlten sich die beiden in dem warmen Gemach ganz behaglich, kugelten sich auf dem Strohsacke zusammen und, nachdem sich noch einer über den anderen gewundert, dass jeder wie eine Katze schnurre und knurre, entschliefen sie. Doch wer beschreibt den Schrecken der beiden Gesellen, als sie am Morgen erwachten? Anfänglich glaubte jeder, er habe durch einen sonderbaren Zufall sein Lager neben einer Katze aufgeschlagen und jeder machte den Versuch, das zudringliche Tier fortzujagen. Aber als ihnen allmählich die Erlebnisse der vergangenen Nacht klar wurden, als sie sich gegenseitig der Stunde erinnerten, wo sie aus dem Wirtshause gegangen waren, als sie an den Streit, den sie zusammen gehabt und an das alte Weib dachten, dass sie ihnen etwas zu trinken gegeben, ja, so wurde es ihnen plötzlich klar, dass sie einer Zauberin in die Hände gefallen seien, die sie vermittelst jenes Trunkes in ein paar Katzen verwandelt habe. Tja, man kann sich leicht denken, wie schrecklich eine solche Entdeckung war. Beide fielen sich lautweinend in die Vorderpfoten und beide versicherten sich unter dem kläglichsten Miauen, dass nach einer durchschwärmten Nacht dies der schrecklichste und echteste Katzenjammer sei, den sie je erlebt hatten. So über ihr Schicksal klagend bemerkten sie nicht, dass die alte Hexe die Tür geöffnet hatte und jetzt neben ihnen stand. Erst als sie heiser lachend zu ihnen sprach, »Ei, ei, guten Morgen, meine lieben Kinder, wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen?« fuhren sie aus der Umarmung auf, um aus der Verzweiflung in den heftigsten Zorn überzugehen. Besonders der Handschuhmacher, dessen Natur zorniger und rachsüchtiger war als die des Schneiders, wusste sich nicht zu fassen. Er hob sich auf seine Hinterpfoten und sprang mit lautem Miauen der Alten nach dem Gesicht. Doch diese hatte sich auf eine solche Begrüßung gefasst gemacht und schlug dem Kater Handschuhmacher mit ihrem Stocke der Gestalt auf die Nase, dass er sich einige Male überschlug und zu den Füßen des ehemaligen Schneiders hinrollte, der gutmütiger Natur nichts tun konnte, als sein Schicksal in den greilsten Klagetönen, die man je von einem Kater gehört hat, zu bejammern. Die Alte schien indessen über den Angriff, den sie soeben erlitten hatte, nicht vielmehr erhob sie lächelnd den Zeigefinger und drohte leichthin dem Handschuhmacher, wie man es mit einem unartigen Kindetod. Ei, ei, sagte sie, wie undankbar, wie undankbar. Wärt ihr nicht in der Nacht erfroren, wenn ich euch nicht geweckt und mit einem guten Schlückchen bewirtet hätte, das euch erwärmt und so schön bekleidet hatte? Ihr habt ja beide statt eurer früheren abgetragenen Kleider einen Pelz so dicht und glatt, wie man ihn nur wünschen kann. Denkt doch ein wenig nach, was wäret ihr ohne mich? Euer Sündenleben hätte mit der heutigen Nacht ein Ende gehabt, ihr wäret erfroren und läget jetzt starr und steif da. Und eure Seelen, dass die mit der Last von Sünden, die sie zu tragen haben, nicht aufwärts geflogen wären, sondern abwärts zur Hölle? Könnt ihr euch wohl denken? Ich habe euch also gerettet, und es wird euch doch lieber sein, noch vor der Hand einige Zeit in Gottes frischer Luft und in einem soartigen Pelze zu leben, als tot und kalt zu sein und in die Erde gesteckt zu werden. Ihr wisst selbst am besten, welch ruchloses, lasterhaftes Leben ihr geführt, da war keine Gnade für euch. Die beiden Verwandelten hörten der Alten knurrend und murrend zu, und als sie ihn so eindringlich von dem Erfrieren und der Hölle vorsprach, überlief beide ein kleines Frösteln, besonders den Schneider, den der Handschuhmacher eigentlich verführt hatte, und der von Natur so ein gar böser Mensch nicht war. »Seht, meine Söhnchen«, fuhr die Hexe fort, »ich habe mich schon oft solcher verlorener Kindlein angenommen und habe sie in dem Augenblicke gerettet, wenn ich wusste, dass der Teufel seine Krallen nach ihnen ausstreckte. Einige Male haben sie sich auch gebessert, um später, nachdem sie bei mir Wurse getan, wieder ein glückliches und wohlgefälliges Leben zu führen. Aber ihr beide, ja, ihr beide, habt leider euer ganzes Leben lang nichts getan als gesündigt, weshalb es euch schwerfallen möchte, der einst Vergebung zu erlangen. »Du«, sie wandte sich zum Schneider, »als der Verführte, kannst eher auf Gnade hoffen. Hingegen, wenn sich dort der Handschuhmacher auch in der Tat bessert, so bleibt sein Gesicht von seinem früheren Leben doch so gezeichnet, dass, wenn er einstens an die Himmelstür kommt, der Pförtner ihn nicht einlassen wird, weil er glauben muss, er sei brennend, der Hölle entsprungen. Da ich um euch besorgt bin, so habe ich noch in der vergangenen Nacht in meinen wunderbaren Spiegel geschaut und mit Leidwesen gesehen, wie schwer es euch halten wird, für eure begangenen Fehler und Sünden Vergebung zu finden. Darum lasst es euch in meinem Dienst nicht sauer werden. Seid fleißig und gehorsam, und wer weiß dann, ob die Zeit, die ihr hier bei mir verlebt, euch nicht später anstatt einer großen Buße angerechnet wird. Nach dieser Rede und Eröffnung der Hexe in Betreff ihres künftigen Schicksals kann man sich leicht denken, dass die beiden Seen niedergeschlagen und traurig waren. Und doch gestand sich jeder im Geheimen, dass es immer noch besser sei, wenn auch nur als Katze zu leben, als tot und auf ewig zur Hölle verwiesen zu sein. Unter Tränen umarmten sie sich nochmals und gelobten einander, das Schwierigste zu tun, um aus diesem klecklichen Zustande bald erlöst zu werden und auf Vergebung ihrer Sünden rechnen zu können. Jetzt wies ihnen die Alte ihre Geschäfte an, welche hauptsächlich darin bestanden, dass sie nach Art aller Katzen Mäuse zu fangen hatten. Allein es durften nur Weiße sein, die sie ganz unversehrt der Alten bringen mussten. Diese zog dann den Mäusen die Felle ab, worauf sie der Handschuhmacher zubereiten musste, um in Gemeinschaft mit dem Schneider Handschuhe und nur alle möglichen Sachen daraus zu verfertigen. Anfänglich war es den beiden hart, dass sie bei dieser angestrengten und mühsamen Arbeit nichts als Wasser zu trinken bekamen. Und beide wollten vor Ekel vergehen, dass ihnen die Alte nichts zu essen gab als die abgezogenen Körper der Mäuse. Denn, wenn auch die beiden Gesellen der äußeren Gestalt nach ganz in Katzen verwandelt waren, so wussten sie doch noch viel von ihrem früheren Leben, dass sie sich wohl erinnerten, wie ihn eine andere Speise besser beharrt. So lebten sie lange Zeit bei der Alten und gewöhnten sich nach und nach an das Schreckliche ihrer Lage. Zuerst hat es ihnen manche Träne gekostet, dass, wenn sie am Abend ausgehen durften und zufällig in die Nähe ihrer alten Bekannten kamen, die sogar zu schlimm von ihnen sprachen. Tja, hieß es als dann, der Schneider und der Handschuhmacher, Gott vergebe ihnen, das war ein paar liederliche Gesellen, der Teufel hat sie geholt und sie sind spurlos verschwunden. Auf solche Reden hatte der eine oder der andere der beiden es wohl versucht, sie zu erkennen zu geben. Aber umsonst. Sie konnten sich in der Sprache der Menschen nicht mehr verständlich machen und mussten zu ihrem größten Leidwesen sehen, dass ihre noch so zierlich gestellten Reden in den Ohren ihrer alten Bekannten doch nur wie hässliche Katzenmusik klang. Denn diese griffen bei solchen Lamentationen nicht selten nach einem Stock oder Stein, um ihre ehemaligen Zechgenossen auf eine unangenehme Art zu verjagen. Kamen als dann die beiden Kater hinkend oder gar blutend zur alten zurück, so wurden sie noch obendrein von dieser ausgelacht und erhielten den Bescheid, all das Unangenehme für ihre Sünden hinzunehmen. So vergingen den beiden sieben volle Jahre, die sie als Katzen verlebten. Und während dieser Zeit hatte sich viel in ihren Gesinnungen und Neigungen verändert. Sie säen jetzt wohl ein, welch ein lasterhaftes Leben sie früher geführt und erkannten auch zu ihrer großen Betrübnis, dass sie wohl nimmer imstande seien, es wieder gut zu machen. Als diese sieben Jahre bis auf die letzte Stunde abgelaufen waren, es war gerade wieder ein Morgen, wo draußen Schnee lag, wie der erste, an welchem sie sich als Katzen auf dem Strohsack gefunden hatten, erwachten sie ebenso wie damals wieder, um an ihr Tageberg zu gehen. Da öffnete sich die Tür und die Alte trat herein. Das war nun weiter nichts Ungewöhnliches. Nur verwunderten sich die beiden, dass sie statt einer Schale mit Wasser ein kleines Fläschchen unter dem Arm trug. Das mit einer Flüssigkeit angefüllt war ähnlich der, die sie vor sieben Jahren in der unglücklichen Nacht geschluckt hatten. »Guten Morgen, meine Kinder«, sagte die Alte. »Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fröhlich erwacht. Ihr werdet aber noch fröhlicher und munterer werden, wenn ich euch sage, dass heute eure Zeit um ist und ich euch aus meinen Diensten entlassen will. Jetzt hört mich an und merkt genau auf meine Worte. Ihr habt sieben Jahre bei mir verbracht in Kummer, Mühseligkeiten und Elend. Und mein Spiegel sagte mir in vergangener Nacht, dass diese sieben Jahre hinreichend wären, um euer vergangenes böses Leben abzubüßen. Doch sagte mir der Spiegel ebenfalls, dass ihr von heute an nur noch sieben Tage zu leben habt, wenn es euch während dieser sieben Tage nicht gelingt, einen Trunk aus jener Quelle zu tun, aus der das Wasser des Lebens quillt. Um aber diese Quelle zu finden, müsst ihr von heute an fünf Tage in einem fortgen Osten wandern. Alsdann kommt sie an einen Wald, in dessen Mitte ein frommer Mann wohnt, der jene Quelle hütet. Ihm erzählt euer vergangenes Leben, erzählt ihm von den sieben Jahren, die ihr als Buße bei mir zugebracht. Und es hängt dann von seinem Ermessen ab, ob er euch würdig findet, einen Trunk aus jener Quelle zu tun. Bei diesen letzten Worten nahm die Alte das Fläschchen in die Hand und besprengte die beiden mit der Flüssigkeit, die es enthielt. Da richteten sich die Katzen in die Höhe, streckten sich lang aus und waren in wenigen Augenblicken wieder Menschen, wie sie vor sieben Jahren gewesen. Sie umarmten sich weinend vor Freude und dankten der Alten, dass sie sich ihrer angenommen und sie vor dem zeitlichen und ewigen Verderben gerettet. Diese, welche das Fläschchen noch immer in der Hand hielt, besprengte nun noch die Wände und sich selbst, und wer beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie sahen, wie sich das ärmliche Gemach plötzlich in einen rosenroten Duft füllte, in welchem ihre bisherige Wirtin, in die schönste Fee verwandelt, verwandelt, langsam verschwand. Die beiden Gesellen fielen auf ihre Knie nieder, und als sie sich etwas von ihrem Erstaunen erholt, erinnerte sich der Schneider, dass ihm einst seine Mutter erzählt, just so wie die Erscheinung, die eben verschwunden, sehen die Schutzgeister der Menschen aus, die selbst die Schlechtesten hier auf der Erde unsichtbar umschwebten und zu ihrer Rettung herbeieilten, wo es möglich sei. Durch diesen Gedanken gestärkt erhoben sich die beiden, eilten zur Stadt hinaus und wanderten rastlos gen Osten fort. Fünf Tage und fünf Nächte waren sie unaufhaltsam fortgegangen, selbst ohne sich Zeit zum Schlafen zu nehmen. Ihre einzige Speise bestand aus drei wenigen Schlehen, die der Schnee noch an den Sträuchen gelassen und das Wasser, das sie mit der hohlen Hand aus den Bächen schöpften. Nach diesen Mühseligkeiten waren sie nicht wenig erfreut, am Abend des fünften Tages einen Wald vor sich zu sehen, welche sie für den erkannten, wo der fromme Mann zu finden sei, der die Quelle mit dem Lebenswasser hütete. Sie traten hinein und, als sie unter den Bäumen fortwandelten, wunderten sie sich sehr, dass hier alles im frischesten Grün des Frühlings prangte, während außerhalb des Waldes der Winter mit Schnee und Eis herrschte. Endlich kamen sie an eine Felsenhöhle, in welche das entzückte Ohr der beiden eine Quelle murmeln hörte. Vor dem Felsen aber saß ein Mann von so strengem und gebietendem Aussehen, dass die Gesellen nicht wagten, näher zu treten, sondern ehrbietig in einiger Entfernung stehen blieben. Der Wächter des köstlichen Wassers, denn das war der Mann, schien sich ebenso wenig um die beiden zu bekümmern, sondern las, ohne aufzusehen, in einem großen Buche. Ihm zur Seite ruhte ein fabelhaftes Tier, das fast wie ein Löwe aussah, aber auf jeder Seite des Körpers große Flügel hatte. Der Anblick dieses Geschöpfes war es, der den armen Gesellen fast eine ebenso große Angst einflößte, wie der des alten Mannes. Nachdem sie einige Zeit so gestanden, überredete der Handschuhmacher seinen Freund Schneider, er solle den Anfang machen und den Frontzauberer begrüßen. Denn, sagte er, ich bin ein armer, unbehülflicher Mensch, du hast aber dein ganzes früheres Leben mit vornehmen Leuten verkehrt und wirst wohl wissen, wie du dich selbst einem Zauberer gegenüber zu benehmen hast. Der Schneider, durch das Kompliment geschmeichelt, strich sich das Haar empor, welches ihm der Angstschweiß auf der Stirne festgeklebt hatte, und trat dem Zauberer näher. Da er hierbei absichtlich mehr Geräusch machte, als nötig war, so blickte der Zauberer auf und fragte mit strengem, aber doch freundlichem Blick, was wollt ihr? Die beiden, die nichts anderes erwartet hatten, als dass der Zauberer in schrecklichen Zorn geraten würde, weil sie ihn in seiner Beschäftigung gestört, fühlten sich durch diese Anrede ermutigt, und sie trugen ihr Anliegen vor. Zuerst begann der Schneider, seinen früheren Lebenslauf zu erzählen, und da er das mit einer seltenen Offenherzigkeit und Pünktlichkeit tat, so kam ein ganzes Register von merkwürdigen Betrügereien und Schlechtigkeiten zum Vorschein. Da hatte er die Hälfte des Tuchs, das seinen Kunden gehörte, für sich behalten, und von dem übrig gebliebenen Stück natürlich die Kleider so eng gemacht, dass sie schon in den ersten vier Wochen platzten. Ein andermal hatte er feines Tuch gegen grobes verwechselt, hatte ungebührlich viel für Futter, Knöpfe und sonstiges Zugehör angerechnet, hatte bei den Neujahrsrechnungen immer einige Posten mehr aufgeführt und sich obendrein bei dem Zusammenzählen stets verrechnet, aber nie zu seinem Nachteil. Kurz, er konnte mit dem Erzählen der vielen Streiche, die er begangen, kaum fertig werden. Das Sündenregister des Handschuhmachers war noch bei weitem größer als das seines würdigen Kollegen. Wenn er auch bei seinem Geschäft weniger hatte betrügen können und die Leute nur dadurch schnellte, dass er schlechtes Leder zu seinen Handschuhen nahm und die Knöpfe nicht gehörig annähte, so hatte er sich nebenbei aufs gröblichste vergangen, indem er gar zu oft lange Finger gemacht. Ein Umstand, den nicht jedermann vertragen kann. Der fromme Zauberer hörte mit Erstaunen und wachsendem Zorn diesen Bekenntnissen zu. Und man konnte deutlich an seinem Stirnrunzeln gewahren, dass er über die Schlechtigkeit der Menschen sehr erzohnt sei. Freilich legte sich sein Grimm etwas, als ihm der Schneider von der siebenjährigen Buße erzählte, die sie getan. Aber dennoch schüttelte er am Ende zum großen Entsetzen der beiden den Kopf und sagte, »Euch kann nicht verziehen werden. Ich finde euch in der Tat nicht würdig genug, um vom Wasser des Lebens zu genießen.« Bei dieser Entscheidung fielen die beiden auf ihre Knie nieder und jammerten laut, ohne das Herz des Zauberers zu erweichen. Dieser dochte einige Augenblicke nach, hielt sie nochmals die Sünden ihres vergangenen Lebens vor, soweit sie ihm im Gedächtnis geblieben waren, und sagte alsdann, »Nein, ich versichere euch, eure Vergehen sind zu großartig, als dass sie vergeben werden könnten. Und ich werde euch ebenso wenig zu dem Quell des Lebens lassen, als das Wasser, dem Laufe der Natur zuwider, über die Brücke fließen wird. Du,« »wandte er sich zum Handschuhmacher, »könntest mit deinem roten, glühenden Gesicht, das du deinem früheren Sündenleben zu danken hast, ohnehin nicht zu der wunderbaren Quelle treten. Denn sie würde wahrscheinlich bei dieser heftigen Glut augenblicklich versiegen.« Nach diesem schrecklichen Bescheid, welcher alle Hoffnungen des unglücklichen Paares vernichtete, fielen die beiden der Länge nach auf den Boden und begannen bitterlich zu weinen. Da sie in diesem Augenblick, um Trost zu suchen, ihre Köpfe gegeneinander wandten, so flossen ihre reichlich strömenden Tränen statt die Wangen herab auf dem gewöhnlichen Wege, quer über die Nasen und bildeten von da einen ziemlichen Wasserfall auf die Erde. Als der Zauberer, der eine Weile nachgedacht und diese heftige Reue der beiden gewahrte, wurden die strengen Züge seines Gesichtes freundlicher und man sah deutlich, dass sie sich an der Zerknirschung der armen Sünder erfreute. Denn er erhob sich, trat zu ihnen und ermunterte sie mit freundlichen Worten aufzustehen, indem er zu ihnen sprach, »Freuet euch, alle Not hat nun ein Ende. Ich sehe, dass ihr euer vergangenes Leben bitter bereut und deshalb könnt ihr den Quell des Lebens genießen. Umso mehr, da mir der Himmel ein Zeichen gegeben hat und meine Bedingungen erfüllt, indem das Wasser eurer Tränen über die Brücke eures Gesichtes die Nase geflossen ist. Doch eine Schwierigkeit wäre noch zu überwinden, nämlich dein rotes Gesicht, o Handschuhmacher, abzukühlen und zu bleichen. Ich kenne die Flammen, die sich auf demselben abspiegeln und weiß, dass dies schwer zu löschen ist. Schwerer als irgendein anderes Feuer, das da brennt im Himmel und auf Erden. Es ist kein Wasser, kein irdisches Eis, dazu kalt genug. Nur ein Versuch wäre noch zu machen. Es ist bekannt, je höhere Berge man besteigt, je strenger wird die Kälte. Und in diesem Grundsatz zufolge besteht die Scheibe des Mondes, der dort hinter den Tannen hervorkommt, aus einem so entsetzlich kalten Stoff, dass das Eis der Erde wie sie denn das Wasser dagegen ist. Dort also wäre nur der Versuch zu machen, dein brennendes Gesicht abzukühlen. Die beiden hörten diese lange Rede des Zauberers mit großem Wohlgefallen an, trockneten ihre Tränen und würden sich noch mehr gefreut haben, wenn der Abkühlungsprozess mit weniger Schwierigkeiten zu erlangen gewesen wäre. Doch da der Zauberer sich nun einmal ihrer angenommen hatte, so half er den beiden reugen Sündern auch über diese Klippe hinweg. Er rief das fabelhafte Tier herbei, das an seiner Seite lag und befahl dem Handschuhmacher den Rücken desselben zu besteigen. Hierauf sprach er einige sehr verhängnisvolle Zauberworte, der Greif breitete seine Schwingen aus und flog mit seinem Reiter unglaublich schnell dem Monde zu. Der Schneider hatte seine Hände gefaltet und sah seinem Freunde nach. Jetzt hatte dieser den Mond erreicht und drückte sein Gesicht an die helle leuchtende Scheibe. Da zischte es gewaltig auf und dem Schneider fuhr ein Stich durchs Herz, denn es war gerade wie das Zischen eines Bügeleisens, wenn er wohl früher den Versuch gemacht hatte, ein zu arg beschnittenes Stück Tuch etwas in die Länge und Breite zu bügeln. Jetzt rauschte der Greif wieder herab und der Schneider konnte seinen Zücken nicht mäßigen, als er seinen Freund wohlbehalten und mit ganz gebleichtem Gesicht wieder herunterkommen sah. Sie fielen sich aufs Neue in die Arme und nachdem sie sich gegenseitig genugsam betrachtet, schickten sie einen dankbaren Blick zum Monde hinauf, dessen kaltes Eis die Flammen von dem Gesicht des Handschuhmachers hinweggenommen. Doch wie war's ihnen, als sie die leuchtende Scheibe betrachteten, die vor wenigen Augenblicken noch so klar und ohne Flecken gewesen war und als sie sahen, dass sich das glühende Gesicht des Handschuhmachers so darin abgedrückt hatte, dass man deutlich Nase, Augen und Mund erkennen konnte. Der Zauberer mangelte nicht, ihm diesen Anblick nochmals als Beispiel aufzustellen, wie fast unvertilgbar das Feuer sei, welches die Sünde in ein Menschengesicht zeichnet. Dann führte er sie in die Höhle, reichte ihnen das Wasser des Lebens und entließ sie mit mancher guten Lehre. Schließlich versicherte mir mein Großvater, als er diese Sage erzählt, dass die Gesellen nie wieder in ihre alten Fehler verfallen waren und dass bis auf den heutigen Tag aus ihren Nachkommen noch all die ehrlichen Schneider und Handschuhmacher herstammten, die kein Tuch in die Hölle fallen ließen, keine zu großen Neujahrsrechnungen machten und die an ihren Handschuhen von gutem Leder die Knöpfe recht fest nähten. Auch führte er mich darauf ins Freie und zeigte mir das Gesicht im Monde, wie es seit jener Begebenheit bis auf den heutigen Tag noch zu sehen ist. Aladin oder die Wunderlampe In China lebte ein armer Schneider, der verdiente so wenig, dass er mit seiner Frau und seinem Sohne aus der bittersten Not gar nicht herauskam. Deshalb hatten die Eltern auch keine Zeit gehabt, sich um die Erziehung ihres Sohnes Aladin zu kümmern und nun war der Bengel halsstarrig, boshaft und ungehorsam geworden und trieb sich den lieben langen Tag auf der Straße herum. Als Senders Lehrjungen Alter kam, nahm ihn der Vater Schneider in seine Bude und unterwies ihn, wie er die Nadel führen sollte. Aber der Junge hatte kein Sitzfleisch und so oft der Alte den Rücken wandte, schlüpfte Aladin auf die Straße und kam den ganzen Tag nicht wieder. Alle Strafen halfen nichts. Zuletzt musste der Vater seinen Sohn dem liederlichen Leben überlassen und litt darüber so viel Kummer und Herzeleid, dass er starb. Die Mutter schloss den Laden, machte das Handwerksgeräte zu Geld und ernährte sich und ihren Sohn vom Wollespinn. Aladin, der nun nicht einmal mehr Furcht vor seinem Vater zu haben brauchte, war ein immer größerer Taugenichts. Einst spielte er mit Gassenjungen auf einem Platze der Stadt, als ein fremder Mann des Weges kam. Der betrachtete Aladin eine Weile, erkundigte sich dann heimlich bei den Nachbarn nach dem Jungen und plötzlich trat er auf ihn zu. Mein Sohn, sagte er, ist dein Vater nicht der Schneider Mustafa? Gewesen, sagte Aladin Keck, denn er ist schon längst tot. Da fiel ihm der Fremde um den Hals, zerdrückte eine Träne im Auge und seufzte, dein Vater war mein geliebter Bruder, ich bin viele Jahre auf Reisen gewesen und nun, wo ich heimkehre, meldest du mir, er ist tot? Indes, ich freue mich, seine Züge in deinem Gesicht wiederzufinden und nun nimm dies Geldgeschenk, grüße deine Mutter und sag ihr, morgen werde ich sie besuchen, damit ich den Ort sehe, an dem mein guter Bruder so lange gewirkt hat. Aladin lief sehr vergnügt heim. Er ahnte nicht, dass der Fremde ein Zauberer war, der fast alles erlogen, was er mit ihm geredet hatte. Und sein Erstaunen wuchs noch mehr, als die Mutter zu ihm sagte, sein Vater hätte nie einen Bruder gehabt. Des anderen Tages traf der Zauberer Aladin wieder, drückte ihm zwei Goldstücke in die Hand und sagte, lieber Neffe, sag deiner Mutter, ich Aladin gehorchte und die Mutter ging aus, um Speisen und Wein für den Fremden zu besorgen. Kaum war die Sonne gesunken, trat dieser ins Haus, erzählte mancherlei von seinem verstorbenen Bruder und es schien, als könne er sich nur schwer über den Tod des Schneiders trösten. Zuletzt wandte er sich auch an Aladin und fragte, womit beschäftigst du dich denn, du bist nun schon bald erwachsen und ich hoffe, du hast das Gewerbe deines Vaters erlernt. Bei dieser Frage schlug Aladin die Augen nieder, denn er geriet in große Verlegenheit. Seine Mutter aber sagte gerade heraus, Aladin ist ein Faulenzer, er lungert die Tage über auf der Straße herum und da ich nicht zugleich mich und ihn durch Spinnen erhalten kann, so werde ich ihm in nächster Zeit mein Haus verschließen und er mag zusehen, wie er sein Brot findet. Machte der Fremde und dachte eine Weile nach. Wie wäre es denn, wenn ich dir aus meinem Vorrate köstlicher Stoffe eine Menge zur Verfügung stellte, mein lieber Neffe? Vielleicht hast du nur eine Abneigung gegen das Gewerbe deines Vaters. Wenn du aber einen Laden mit Feingeweben und Linnenzeug aufmachst und kaufst und verkaufst, so kannst du leicht ein anständiges Auskommen finden. Weil Aladin und seine Mutter über dies anerbieten sehr erfreut waren, besann sich der Zauberer nicht lange und fuhr fort, also gut, morgen werde ich dich für meine Kosten anständig kleiden lassen und übermorgen wollen wir einen Laden suchen, wie ich ihn im Sinne habe. Am nächsten Tage trafen sie wieder zusammen und Aladin durfte sich bei einem Händler die schönsten Kleider auswählen. Dann ging sie miteinander zu einem Male und erst später am Abend kehrte der Zauberer mit dem reich gekleideten jungen Manne in das Haus der Witwe zurück. Die alte Frau war von der Großmuttes Fremden zu Tränen gerührt und sagte, ich zweifle nun keinen Augenblick mehr, dass ihr der Bruder Musterfass seid und dennoch wundere ich mich, dass mein Mann mir niemals über euch gesprochen hat. Ich danke euch von ganzem Herzen und wünsche euch ein recht langes Leben, damit ihr euch auch von der Dankbarkeit meines Sohnes überzeugen könnt. Der Fremde sagte, nun er werde Aladin morgen früh erst einmal durch die schönen Gärten vor der Stadt führen, die schöner seien als alle Gärten der Erde und danach wollten sie sich nach einem Laden umsehen, den sie mieten könnten. Am anderen Morgen führte er den schön gekleideten jungen Mann vor die Tore der Stadt, wie er versprochen hatte. Und weil Aladin ihm seine große Freude über die Herrlichkeit dieser Anlagen zu erkennen gab, spazierten sie immer weiter und kamen endlich in die Nähe prächtiger blauer Berge. Aladin hatte in seinem Leben noch nie so einen weiten Marsch gemacht und weil er die Stadt nur noch in feinem Dunste weit hinter sich sah, sagte er, wenn wir noch weiter gehen, so weiß ich nicht, ob ich noch genug Kräfte habe, um wieder zurück wandern zu können. Och, meinte der Zauberer, ein junger Mann darf nicht mutlos werden. Es würde dir sehr leid sein, wenn du jetzt schon umkehrest, denn das Herrlichste haben wir noch zu betrachten. Dabei führte er ihn immer weiter und über den Geschichten, die er erzählte, vergaß Aladdin die Mühsahle des Weges. Endlich kam sie in ein Tal zwischen mäßig hohen Bergen und der Zauberer begann, wir sind jetzt an Ort und Stelle. Ich werde dir nun Dinge zeigen, die ganz außerordentlich und allen Sterblichen unbekannt sind. Während ich mit diesem Stahle Feuer schlage, häufe du hier so viel Trockenes reißig an, als du auftreiben kannst. Als das Reisig aufloderte, warf der Zauberer Räucherwerk in die Flamme. Ein dicker Rauch quoll empor, den er bald nach dieser, bald nach jener Seite fächelte und dabei murmelte er geheimnisvolle Sprüche, von denen Aladdin kein Wort verstand. Als bald aber öffnete sich die Erde und ein Stein tauchte daraus hervor. Der war viereckig und trug in der Mitte einen bronzenen Ring und ein Siegel. Aladdin erschrak überdies alles heftig und wollte die Flucht ergreifen. Der Zauberer aber sprach, lieber Neffe, du brauchst dich gar nicht zu ängstigen, denn ich verlange von dir nichts weiter, als dass du mir pünktlich gehorchst. Dafür werde ich dir große Vorteile verschaffen. Unter diesem Steine befindet sich nämlich ein Schatz, der für dich bestimmt ist und der dich reicher machen wird als die reichsten Könige der Erde. Und nun komm her, fasse den Ring und hebe den Stein in die Höhe. Aladin tat, wie ihm der Zauberer geheißen, hob den Stein mit leichter Mühe empor und legte ihn beiseite. Da sah man eine Höhle von drei bis vier Fuß Tiefe, die war mit einer kleinen Tür verschlossen und zu der Tür konnte man auf einigen Stufen hinabsteigen. Diese Stufen schreite hinab, dann wird sich die Tür öffnen und du gelangst alsbald durch drei Säle. Wenn du den dritten Saal verlassen hast, kommst du in einen sehr schönen Garten. Dort steige die fünfzig Stufen aus weißem Marmor empor und du wirst deine Nische sehen mit deiner kleinen brennenden Lampe. Diese Lampe nimm und lösche sie aus und wenn du den dort fortgeworfen und die brennbare Flüssigkeit ausgegossen hast, so stecke die Lampe vorn an deine Brust und bringe sie mir. Wenn die Früchte im Garten deine Esslust reizen, so darfst du davon nehmen, so viel du willst. Dieser Ring aber, den Weg begegnen könnte. Und nun steige ohne Furcht hinab und sei freudig in dem Gefühle, dass wir durch deinen Gang beide steinreiche Leute werden. Aladin machte sich auch sofort auf den Weg, fand alles, wie es der Zauberer geschildert hatte, steckte die Lampe zu sich und während er durch die schönen unterirdischen Gärten zurückschritt, hielt er Umschau über all die Herrlichkeiten, die da blühten und standen. Es gab da Blumen und Früchte von allen Farben und von leuchtendem Glanze. Die weißen waren Perlen, die leuchteten wie Diamanten, die dunkelroten Rubinen, die blauen Türkise. Und alle waren von einer Größe und Vollkommenheit, dass man sich nicht satt sehen konnte. Aladin nahm von jeder Art ein Paar und füllte damit alle Taschen seines Gewandes. Dann ging er wieder zu der kleinen Tür, durch die er hereingekommen war, und sah den Zauberer mit Ungeduld warten. Sobald sie ihn erblickte, rief er aus der Vertiefung herauf, Lieber Ohheim, ich bitte, reicht mir die Hand und helft mir heraus. Mein Sohn, rief der Zauberer, gib mir zuvor die Lampe, denn sie könnte dir hinderlich sein. Nein, nein, sie ist mir gar nicht hinderlich, ich werde sie euch geben, wenn ich oben bin. Aladin Aladin hatte die Lampe nämlich bei all den Früchten verpackt, von denen er auch etliche vor der Brust geborgen hatte, und er hätte das Gefäß in seiner Lage gar nicht frei bekommen. Der Zauberer aber, weil er glaubte, Aladin wolle ihn um die Wunderlampe betrügen, geriet in eine fürchterliche Wut, warf wieder von seinem Hexenpulver ins Feuer, und kaum hatte er zwei Zauberworte gesprochen, so sprang der Stein an seinen vorigen Platz, und die Erde schloss sich, ehe der Sohn Mustafas aus der Höhle herausgestiegen war. Wie der Hexenmeister um seine schönsten Hoffnungen sich betrogen sah, kehrte er schleunigst in seine afrikanische Heimat zurück. Mit Aladin aber musste es allem anscheinen nach für immer vorbei sein. Allein gerade der, welch ihn vernichten wollte, hatte ja Sorge getragen, dass dem Jungen kein Leid geschehe. Er hatte ihm jenen Ring an den Finger gesteckt, der ihn vor allem übel bewahrte. Zuerst geriet er zwei in die größte Bestürzung und rief tausend Mal um Hilfe aus den Tiefen der Erde herauf. Vergeblich und endlich stieg er wieder die Treppe der Höhle hinab. Da merkte er zu seinem Schrecken, dass die Mauer, die ihm vor dem offen gestanden, sich schon wieder geschlossen hatte. In undurchdringlicher Finsternis saß Aladin nun zwei Tage. Im Dritten aber rang er die Hände und flehte Gott an, er möge ihn aus seiner Qual durch einen sanften Tod erlösen. Dabei drehte sich der Ring an seinem Finger und alsbald stand ein Geist von ungeheurer Größe und schreckhaftem Ansehen vor ihm und sprach Was verlangst du? Wer bist du fürchterlicher? fragte Aladin mit zitternder Stimme. Ich bin dein Sklave, denn du trägst den Zauberring an deinem Finger. Wenn das so ist, so bringe mich aus dieser Finsternis. Kaum war dieser Wunsch ausgesprochen, da öffnete sich die Erde und Aladin befand sich genau an der Stelle, an die er von dem Zauberer geführt worden war. Denn das Reisigfeuer verglomm zwischen den Steinen. Mit schnellen Schritten eilte er nach Hause, aber sein dreitägiges Fasten und die Freude des Wiedersehens verursachten, dass er seiner Mutter wie leblos in die Arme sank. Als er sich endlich erholt hatte, berichtet er ihr von seinen Erlebnissen und zeigte ihr alles, was er aus dem Wundergarten mitgebracht. Aber sie erkannten den Wert dieser Dinge nicht. Dann sank er in einen langen und sehr tiefen Schlaf, aus dem er erst am dritten Tage erwachte. Da bemerkte er, dass seine Mutter gerade ausgehen wollte, um einen Teil ihrer Baumwolle zu verkaufen. Für den Erlös wollte sie gute Speisen erstehen, damit ihr Sohn rascher wieder zu Kräften käme. Aber Aladin bat sie, Liebe Mutter, behalte nur deine Baumwolle, ich werde gehen und die Lampe verkaufen. Die Mutter holte die Lampe hervor und weil sie sehr schmutzig war, nahm sie Wasser und Sand und wollte sie putzen. Kaum rieb sie das Metall, da stieg auf einmal ein riesenhafter, gräßlicher Geist aus der Erde empor und rief, was willst du von mir? Ich bin dein Sklave, denn ich muss dem gehorchen, der diese Lampe besitzt. Der Frau versagte die Stimme. Da sprang Aladin herzu, der schon in der Höhle einen so unheimlichen Gesellen gesehen hatte und rief, wir haben Hunger, bring uns etwas zu essen. Der Geist verschwand, kam aber schon im nächsten Augenblicke wieder und trug ein großes silbernes Becken. Darin waren zwölf silberne Stüsseln gefüllt mit vortrefflichen Speisen, sechs große Brote weiß wie Schnee, zwei Flaschen köstlichen Weines und zwei silberne Trinkschalen. Er setzte alles zusammen auf den Tisch am Sofa und verschwand. Mit größtem Erstaunen setzten sich Mutter und Sohn zu Tische und es schmeckte ihnen ausgezeichnet, denn sie hatten noch nie eine so reiche Tafel gesehen. Nun erwies es sich, dass der Vorrat an Speisen für mehrere Mahlzeiten ausreichte und als endlich doch alles aufgezehrt war, nahm Aladin eine der silbernen Schüsseln unter seinen Mantel und ging zum Althändler, um sie zu verkaufen. Der Händler war ein schlauer und unehrlicher Mann, der sehr bald bemerkte, dass Aladin gar keine Kenntnis von dem Wert der der Schüssel hatte. Er gab ihm ein Goldstück und hätte ihm doch hundert Stücke geben müssen, wenn er die Torheit des Knaben nicht ausgenutzt hätte. Und im Laufe der Tage trug Aladin die übrigen Schüsseln zu dem Händler, zuletzt aber das Becken, für das er zehn Goldstücke erhielt. Als auch von diesen zehn Goldstücken nichts mehr übrig war, nahm Aladin seine Zuflucht wieder zu der Lampe. Der Geist erschien abermals und der Knabe verlangte etwas zu essen. Wieder kehrte mit einem ähnlichen Tafelgerät zurück wie das erste Mal, setzte es auf den Tisch und verschwand. Und wieder ging Aladin nach einigen Tagen um die erste der silbernen Schüsseln zu verkaufen. Da kam er im Laden eines Goldschmieds vorüber, der war ein guter und ehrlicher Mann. Er trat zu ihm hinein und der Goldschmied fragte, wie viel ihm der Althändler bei früheren Verkäufen bezahlt habe. Da nannte Aladin die Summe. Oh, der Spitzbube, rief der ehrliche Alte, er hat dich hundertfach betrogen. Dann wog er die Schüssel und zählte dem Knaben hundert schwere Goldstücke auf die Tafel. Aladin dankte dem guten Mann und obwohl er nun mit seiner Mutter eine unversiegbare Goldquelle an der Wunderlampe hatte, lebten sie doch mäßig wie zuvor. Nur, dass Aladin immer etwas zur Seite legte, um sich gut zu kleiden und die Wirtschaft besser einzurichten. So lebten sie mehrere Jahre lang von der Lampe, die Aladin von Zeit zu Zeit rief. Unterdessen hatte er nicht versäumt, sich in dem Geschäft eines Gold- und Juwelenhändlers sorgsam auszubilden, und er hatte erkannt, dass er in den vermeintlichen Glasfrüchten aus dem unterirdischen Garten unschätzbare Kleinodien besaß. Er war in das so klug, sich vor den Leuten seines Besitzes nicht zu rühmen, und diesem weisen Schweigen verdankte er das hohe Glück seines Lebens. Als Aladin eines Tages in der Stadt spazierte, hörte er den Befehl des Sultans ausrufen. Jeder solle seinen Laden und seine Haustür schließen und sich so lange in das Innere seines Hauses zurückziehen, bis die Prinzessin Badrubur, die Tochter des Sultans, nach dem Bade gegangen und wieder zurückgekehrt sein würde. Aladin, wer das große Verlangen hatte, die schönste aller Prinzessinnen einmal zu sehen, versteckte sich in ein Gebüsch in der Nähe des Bades. Badrubur kam in Begleitung von vielen dienenden Frauen, und als sie in die Nähe des Bades gelangt war, nahm sie ihren Schleier vom Antlitz. Ihre Züge waren von unvergleichlicher Schönheit, sie war schöner als der Frühlingshimmel mit der Sonne, und Aladin konnte das reizende Bild nicht mehr vergessen. Eines schönen Tages, nachdem er schon lange ein verändertes Wesen gezeigt hatte, zog er seine Mutter ins Vertrauen und sagte ihr, er hätte den Entschluss gefasst, um die Prinzessin Badrubur zu werben. Darüber geriet die alte Frau in höchste Sorge, denn sie dachte, ihr Sohn hätte den Verstand verloren. »Ei«, rief sie ein über das andere Mal, »wer bist du denn, dass du dich an die Tochter des Sultans wagst? Hast du vergessen, dass dein Vater der ärmste Schneider der Stadt war? Und weißt du nicht, dass die Töchter eines Sultans nur Königin oder Prinzen ihrer Hand reichen?« Aber Aladin blieb hartnäckig bei seinem Entschluss und sagte, keine Macht der Erde würde ihn davon abbringen. Einige Tage nachher suchte er all die Dinge hervor, die er damals aus dem Zaubergarten mitgebracht hatte. Er ordnete die köstlichen Blüten und Früchte, die noch an ihren Stängeln saßen in eine Porzellanvase und sie machten nun einen so über alle Beschreibung herrlichen Eindruck und gaben einen so kostbaren Glanz, dass sie eines Sultans und seiner schönen Prinzessin wohlwürdig waren. Milde und Güte an und machte sich nicht einmal lustig über sie. Doch ehe er ihr noch eine Antwort erteilte, fragte er sie, was sie in dem Leinernen Tuche trage. Sogleich enthüllte sie die Vase von Porzellan, warf sich vor dem Throne nieder und überreichte sie dem Herrscher. Es ist unmöglich, die Überraschung und das Erstaunen des Sultans zu beschreiben, als er so viele über die Maßen kostbare schöne und leuchtende Edelsteine beisammen sah, und dazu alle von einer Größe, der gleichen er noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Eine Weile stand erregungslos und geblendet als von einem Glanze des Himmels. Und er und der ganze Hofstaat waren sich darüber einig, dass es auf der Welt nichts kostbareres und vollkommeneres geben könne. Nun, begann der Sultan endlich zu seinem Großvisier zu reden, was sagst du zu einem solchen Geschenke? Ist es nicht meiner Tochter würdig und kann ich sie nicht um solchen Preis dem geben, der um sie anhalten ließ? Diese Worte versetzten den höchsten Beamten des Reiches in große Unruhe. Denn er hatte gehofft, der Sultan würde Badrubur seinem Sohne geben, und nun sagte er, Ich muss euch gestehen, dass dies Geschenk von ganz ungewöhnlicher Kostbarkeit ist. Doch ich bitte euch, die Entscheidung drei Monate hinaus zu schieben. Vielleicht gelingt es meinem Sohne inzwischen, ein noch herrlicheres Kleinod ausfindig zu machen. Der Sultan glaubte zwar nicht daran, aber entließ die Mutter Aladins als bald mit freundlichen Worten und forderte sie auf, in drei Monaten wieder nachzufragen. Aladin war mit diesem Bescheide nicht sehr zufrieden, aber er war nicht ohne Hoffnung und zählte ungeduldig die Tage, die ihn von seinem Glück getrennten. Da war eines Abends kein Öl im Hause und die Mutter begab sich zum Kaufmann. Dabei merkte sie, dass die ganze Stadt festlich beleuchtet und in freudiger Aufregung war. Wisst ihr denn nicht, dass sich der Sohn des Großvisiers mit der Prinzessin Bad Rubur vermählt? fragte der Händler. Sie wird jetzt bald aus dem Bade kommen und die Hofbeamten versammeln sich soeben soeben sie in den Palast zu geleiten. Denn die Vermählungsfeierlichkeiten sollen beginnen. Weiter wollte die gute Frau nichts hören, lief heim und rief ihren Sohn an, es ist alles verloren, du rechnest auf das schöne Versprechen des Sultans, aber es wird nichts daraus, es ist alles, alles verloren. Nun erzählte sie ihm, was sie gehört hatte. Aladin war wie vom Blitze getroffen. Doch augenblicklich erinnerte er sich seiner Lampe, lief in sein Zimmer, rieb die Lampe und als bald erschien der Geist. Was verlangst du? Ich bin bereit, dir zu dienen. So gehe in den Palast des Sultans, entführe die Neuvermelden und bringe sie beide hierher. Mein Gebieter, ich leiste auf der Stelle Folge, sprach der Geist und entschwand. Es waren keine drei Minuten verflossen, so stieg der Geist aus den Dielen wieder empor, hielt die Prinzessin unter dem linken, den Bräutigam unter dem rechten Arme und stellte sie beide vor Aladin hin. Der aber sprach zu dem Geiste, nimm diesen jungen Ehemann, sperre ihn in ein enges Gemach und komm morgen früh bald nach Tagesanbruch wieder. Der Befehl war zugleich ausgeführt und als Aladin mit der Prinzessin allein war, sprach er zu ihr, was ich getan habe, geschah nicht, um dich zu beleidigen. Ich wollte nur verhüten, dass jener dich gegen das gegebene Versprechen des Sultans in Besitz nimmt. Die Verwunderung der Prinzessin über das merkwürdige Ereignis war so groß, dass sie keines Wortes mächtig war. Am Morgen erschien der Geist und Aladin befahl ihn, hole den Sohn des Großviziers und trage ihn und Badrubur wieder an den Platz, von dem du sie weggenommen hast. Als die Eltern des jungen Paares kamen, um den Morgengruß zu bieten, erfuhren sie zu ihrem Erstaunen von den Ereignissen dieser Nacht. Sie dachten nicht anders als, ihre Kinder wären von einer närrischen Einbildung befallen und sie ließen sie allein, damit sie wieder zu sich kämen. Am Abend aber sandte Aladin den Geist, forderte von ihm die Neuvermelden wie am Tage vorher und ließ sie am anderen Morgen wieder in den Palast tragen. Nun, meine Tochter, fragte die Sultanin, willst du mir wohl berichten, wie du geruht hast? Da hüllte sich Badrubu ein tiefes Schweigen und zeigte verstörte Augen und weil die Eltern merkten, dass sie sehr unglücklich sei, wurden augenblicklich alle Festlichkeiten eingestellt. Der Sohn des Großvisiers musste den Palast verlassen und die junge Ehe war, so rasch sie geschlossen, wieder aufgelöst worden. Aladin ließ nun drei Monate vollends verstreichen, die ihm der Sultan als Frist gesteckt hatte. Dann schickte er seine Mutter in den Palast, um den Herrschern sein Versprechen zu erinnern. Ja, das verdross den Sultan nicht wenig, denn er hatte eine heftige Abneigung gegen die Vermählung seiner Tochter mit einem Mann aus dem Volke. Und als er seine Räte zuzog, sagten ihm diese, es gibt kaum ein anderes Mittel dieser unpassenden Vermählung aus dem Wege zu gehen, als einen so hohen Preis auf die Prinzessin zu setzen, dass jenes Reichtümer, wie viel er deren immer besitzen möge, doch nicht ausreichen. Dies wird ein gutes Mittel sein, ihn von der verwegenen Bewerbung abzubringen. Das leuchtete dem Sultan ein, und er sagte zur Mutter Aladins, gute Frau ein, Sultan muss sein Versprechen halten. Und so will ich auch deinem Sohne die Prinzessin geben, wenn er mir 40 große Becken von gediegenem Golde mit Kostbarkeiten angefüllt, wie ich solche früher bei dir gesehen habe, überreicht. Und zwar müssen mir die Becken von 40 schwarzen Sklaven gebracht werden, die alle aufs Herrlichste gekleidet sind. Die Mutter erzählte ihrem Sohne, was der Sultan von ihm gefordert habe, und sah mit Erstaunen, dass Aladin diese Nachricht sehr vergnügt aufnahm. Sobald die Alte ausgegangen war, ergriff er die Lampe, rief den Geist und sagte ihm seine Wünsche. Kurz darauf ließ sich der Geist wieder sehen. Er kam diesmal in Begleitung von 40 schön gekleideten schwarzen Sklaven, deren jeder ein Becken von gediegenem Golde auf dem Kopf vertrug, angefüllt mit Perlen, Smaragden, Rubinen und Diamanten. Und jedes Becken war von goldgeblümtem Silberstoff überdeckt. Zum Überflusse ließ sich Aladin noch 40 weiße Sklaven in noch viel kostbareren Gewändern von dem Geiste bringen, ordnete alle zu einem Zuge, in dem die Weißen vorausschritten und hieß sie zum Palaste des Sultans ziehen. Das Volk strömte von allen Seiten herzu, die Herrlichkeit zu sehen. Denn man erkannte alsbald, dass die Kleidung eines jeden Sklaven so reich mit Gold und Edelstein besetzt war, dass sie auf eine Million geschätzt werden musste. Der bloße Anblick dieser unermesslichen Reichtümer ließ den Sultan keine Minute zweifeln, dass der Eigentümer der richtige und würdige Gatte für seine Tochter sei, und er sprach zur Mutter Aladins, gute Frau, geh und sage deinem Sohne, dass ich ihn mit offenen Armen erwarte. Ich will ihm die Prinzessin Bad Rebur freudigen Herzens zuführen. Aladin war von dieser Nachricht, so sicher sie auch erwartet hatte, aufs angenehmste überrascht. Er lief auf sein Zimmer, rieb die Lampe und als der Geist erschien, sprach er zu ihm, bereite mir sofort ein Bad und halte danach für mich die reichste und kostbarste Kleidung in Bereitschaft, die je ein Fürst getragen hat. Er hatte dies kaum ausgesprochen, als ihn der Geist in ein Bad trug, das aus einem sehr weichen und sehr wohl riechenden Wasser bestand. Und als er in sein Zimmer zurückkehrte, fanden sich da selbst Kleider von ungeahnter Pracht. Führe mir ein Pferd herbei, gebot er dem Geiste, dass sein Schönheit des Wuchses und an trefflich das edelste Ross im Stalle des Sultans übertrifft und dessen Decke, Zaum und Sattel und Zeug über eine Million wert sein müssen. Auch verlange ich, dass du mir noch zwanzig Sklaven herbeischaffst, die mir zur Seite gehen und zwanzig andere ebenso kostbar gekleidete, die in zwei Reihen meinem Rosse vorausschreiten. Meiner Mutter bringe sechs Sklaven in reicher geschmückt als die der Prinzessin Badrobur. Und ferner bedarf ich noch einer Summe von zehntausend Goldstücken in zehn Beuteln. Geh und beeile dich. Alles geschah und der Sultan schickte alsbald einen Boten mit der Nachricht, Aladin werde voller Ungeduld im Palast erwartet. Der stieg sogleich zu querde und der Zug setzte sich in schönster Ordnung in Bewegung. Als der Sultan den reichen Herrn Aladin erblickte, stieg er sogleich vom Thron und ging ihm entgegen, breitete seine Arme aus und rief, mein teurer Sohn, das Vergnügen, dich hier zu haben und sich zu sehen, ziehe ich allen meinen und deinen Schätzen vor. Es war ein sehr herrliches Mal im Schlosse gerichtet, und als danach der Ehevertrag vom Richter aufgesetzt wurde, fragte der Sultan Aladin, ob er in dem Palaste bleiben und noch am gleichen Tage Bad Rebou als sein Weib nehmen wolle. Herr, antwortete Aladin, wie groß auch meine Sehnsucht ist, die schönste der Prinzessinnen zu besitzen, so gewährt mir doch noch so lange Zeit, bis ich einen Palast erbaut habe. Ich erbitte mir dazu von euch einen Platz in der Nähe und werde Sorgen tragen, damit mein Heim möglichst rasch fertig wird. Der Sultan schenkte ihm einen der besten Plätze der Stadt und sagte, viel Glück zu allem, aber vergiss nicht, dass ich meine Tochter je eher, je lieber mit dir verbunden sehen möchte, um das volle Maß der Freude zu genießen. Danach ritt Aladin höchst befriedigt nach Hause, rief den Geist und sagte, mein kluger und mächtiger Geist, ich habe alle Veranlassungen, mit dir zufrieden zu sein. Ich brauche aber noch einen Palast, ob du ihn aus Marmor, Jaspis oder Achat bauen willst, das überlasse ich ganz dir, ganz dir, ebenso die Inneneinrichtung. Ich erwarte nur, dass du mir oben darauf einen großen Saal mit einer Kuppel und vier ganz gleichen Schauseiten baust, dessen Wände aus Gold und Silber ausgeführt sein müssen, mit sechs Fenstern auf jeder Seite, deren Säulen mit Gold und Diamanten kunstreich geschmückt sein müssen, und zwar so, dass man dergleichen noch nie auf der Welt gesehen hat. Die Sonne ging eben unter, als Aladin dem Geiste diesen Auftrag gab, und bei Anbruch des Tages erschien der Geist und sprach, der Palast ist fertig, komm und sieh, ob du damit zufrieden bist. Aladin fand alles über Erwarten herrlich und königlich. Nur eines fehlt noch, sagte er, es muss nämlich von dem Palast des Sultans bis an den Eingang der Zimmer, die in meinem Schlosse für die Prinzessin bestimmt sind, ein Teppich von schönstem Sammet gelegt werden, damit sie, wenn sie aus dem Palast des Sultans geht, darüber hinweg schreiten kann. Ich komme in einem Augenblicke wieder, sprach der Geist und Aladin sah seinen Wunsch bereits vollzogen, ehe er noch glaubte, dass ihn sein mächtiger Diener verlassen habe. Dann trug er Aladin zurück in seine Wohnung. Das war um die Zeit, da die Sonne über den Horizont gestiegen war und am Palast des Sultans die Tore aufging. Die Nachricht von dem Wunder, das über Nacht geschehen war, fand sich mit Blitzesschnelle zum Sultan. Da liefen die Räte zusammen, zogen die Braunen in die Höhe und sagten, das ist ein Blendwerk. Da kam jedoch Aladin schon auf seinem edlen Rosse und inmitten seiner Sklaven des Weges und hielt feierlich Einzug in seinem Schlosse. Seht ihr, rief der Sultan in großer Freude, seht ihr, dass es kein Blendwerk ist? Und weil er gerade die Ratsversammlung eröffnen musste, war das Gespräch abgebrochen. Danach war die Hochzeit gefeiert und alle waren sich darüber einig, dass es keinen reicheren Mann gäbe als Aladin und keinen schöneren Palast unter der Sonne als den in dem Bad Rubur hinfort wohnen sollte. Der Sultan aber reichte ihm die Hand und sagte, mein Sohn, was für ein Mann bist du, dass du so erstaunliche Dinge in so kurzer Zeit auszurichten vermagst. Du hast auf der Welt nicht deines gleichen und je mehr ich dich kennenlerne, desto bewundernswürdiger finde ich Aladin, der sehr glücklich mit seiner jungen Gemahlin lebte, verschloss sich keineswegs in seinem Palast. Jedes Mal, wenn er ausritt, ließ er zwei Sklaven neben seinem Pferde herschreiten. Die mussten auf allen Straßen und Plätzen Goldstücke unter das Volk verteilen. Und jeder Arme, der an der Pforte des neuen Palastes erschien, kehrte voll Zufriedenheit über die Gabenheim, die ihm auf Aladins Befehl geschenkt wurden. Aladin hatte nun schon mehrere Jahre in ungetrübtem Glücke also gelebt, als der Zaubere sich seine erinnerte und dachte, du musst doch Gewissheit erlangen, welches Ende jener junge Mann genommen hat, den du damals im Zorn in die Höhle eingeschlossen hast, als er dir die Wunderlampe nicht geben wollte. Er zog aus seinem Zauberschrank ein verschlossenes Schächtelein hervor, hob den Deckel ab und erfuhr durch einige Hantierungen im Sande, der sich in der Schachtel befand, dass Aladin als der Gatte einer Prinzessin in großem Reichtum lebe. Voll Wut, sagte der Zauberer, dieser elende Schneidersohn hat also das Geheimnis mit der Lampe entdeckt und genießt nun die Frucht meiner Mühen und Nachtwachen. Indes ich will ihn wohl daran zu hindern wissen, oder ich will des Todes sein. Gleich am nächsten Morgen bestieg er seinen Berberhengst, machte sich auf den Weg und kam nach etlichen Monaten auch richtig in die Stadt Aladins. Er fragte seinen Zauberkasten wieder, wo die Wunderlampe sei und erfuhr, dass Aladin sie in seinem Palaste sehr wohl verwahre. Es kam für ihn alles darauf an, diese köstliche Lampe zu erlangen. Das Unglück wollte, dass Aladin um diese Zeit gerade für acht Tage auf die Jagd geritten war. Er hatte den Palast aber erst seit drei Tagen verlassen. Das ist ein günstiger Augenblick zum Handeln, sagte der Zauberer, und ich darf ihn mir nicht entgehen lassen. Darauf ging er in den Laden eines Mannes und sprach zu dem Händler, ich brauche ein Dutzend kupferne Lampen, könntet ihr sie mir wohl ablassen? Er machte das Geschäft, ging alsbald zum Palast der Aladins und rief, wer will alte Lampen gegen neue eintauschen? Und die Leute lachten darüber und sagten, der muss wohl seinen Verstand verloren haben, weil er neue Lampen zum Tausch gegen alte anbietet. Immer von Neuem erscholl sein Ruf, wer will alte Lampen gegen neue vertauschen? Um diese Zeit trat eine Sklavin zu Bad Rubur und sagte, da von alten Lampen die Rede ist, so weiß ich nicht, ob die Prinzessin schon bemerkt hat, dass da einer auf dem Gesims steht. Der, dem sie gehört, wird es nicht übel nehmen, wenn er statt der alten eine neue findet. Wollen wir sie nicht vertauschen? Er aber die Lampe, von der die Sklavin redete, war keine andere als Aladins Wunderlampe. Die Prinzessin, welche den Wert dieser Lampe nicht kannte, befahl sie zu nehmen und gegen eine neue einzutauschen. Der Zauberer nahm sie schnell aus den Händen der Sklavin, verbarg sie und gab dem Mädchen eine andere dafür. Darauf ließ er alles im Stich, was er besaß und floh in eine Höhle. Als die Mitternacht herangekommen war, zog er die Lampe aus seinem Busen und rieb sie. Sofort erschien der Geist, was willst du, ich bin hier, dir zu dienen. Ich befehle dir, dass du augenblicklich den Palast Aladins mit allen seinen Bewohnern aufhebst und wie mich selbst nach Afrika führst. Ohne etwas zu antworten schaffte der Geist den Palast nach Afrika und am Morgen staunte der Sultan nicht wenig, als er den Platz leer sah. Weil man wusste, dass Aladin sich an einem bestimmten Ort auf der Jagd befand, wurden sofort sechs Reiter abgesandt, die ihn vor den Sultan forderten und den Auftrag hatten, ihn zu verhaften. Sie fanden ihn, warfen ihm eine Kette um den Hals und Hände und brachten ihn in diesem Zustand in die Stadt. Der Sultan, weil er nun in seinem Schwiegersohn einen Betrüger sah, der ihn um seine Tochter bestohlen hatte, wollte ihn sofort den Kopf abschneiden lassen. Allein das Volk rottete sich vor dem Palaste zusammen und drohte ihn zu erstürmen, wenn Aladin ein Leid zugefügt würde. Und weil die Rotten schon durch die Tore drangen, begnadigte der Herrscher den Gefangenen, führte ihn in einen Turm und rief, sage mir, wo dein Palast und meine Tochter hingekommen sind, oder? Herr Aladin erkannte augenblicklich, dass hier der Zauberer seine Hand im Spiele haben müsse, und er sagte, Herr, bewilligt mir eine Frist von 40 Tagen, damit ich die nötigen Maßregeln treffe, alles in Erfahrung zu bringen. Gelingt es mir nicht, alles wieder herzustellen, wie es war, so will ich euch meinen Kopf zu Füßen legen, damit ihr nach Belieben darüber verfügt. Gut, sprach der Sultan zornig, die Frist sei dir gewährt, doch bilde dir nicht ein, du könntest mir entweichen. In welchen Winkel der Erde du dich verkriechen magst, ich werde dich zu finden wissen. Aladin war seines Verstandes kaum mehr mächtig, als er in dieser tiefen Demütigung über den Hof des Palastes schritt. Die Hofbeamten sahen ihn über die Achsel an, und die, die ihn zuvor beneidet hatten, höhnten ihn nun. Er ging aus der Stadt, fragte die Menschen, die er traf, ob sie seinen Palast nicht gesehen hätten, und weil er obendrein in einer hehrenen Kutte steckte, so dachten die Leute, ein armer Irrer sei ihm begegnet. So schritt er immer weiter und kam bei Einbruch der Nacht an das Ufer eines Stromes. Nach der Sitte seines Landes trat er hinzu und wollte sich Gesicht und Hände waschen. Weil aber das Ufer sehr steil und schlüpfrig war, glitt er aus und wäre in die Fluten gestürzt, hätte er sich nicht zu rechter Zeit an einem Felsstück festhalten können. Dabei rieb er den Ring, den er noch von dem türkischen Zauberer hatte, und augenblicklich erschien der Geist, der ihm damals in dem unterirdischen Gewölbe begegnet war und fragte, was willst du? Ich bin gekommen, dir zu dienen. Geist, rette mir zum zweiten Male das Leben, in dem du mir anzeigst, wo mein Palast hingekommen ist, oder trage ihn zurück zu seinem Platze. Das kann ich nicht, denn ich bin nur der Sklave des Ringes. Da musst du dich an den Sklaven der Lampe wenden. So befehle ich dir, dass du mich an den Ort bringst, wo mein Palast sich befindet. Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so saß er in Afrika in einer wundervollen Oase vor seinem Schlosse und sah über sich das Fenster seiner Gattin Badreboe. Weil es Nacht war, lehnte er sich mit dem Rücken gegen einen Baum und schlief alsbald ein. Als die Morgenröte heraufstieg, wuchs seine Freude noch mehr, denn Badreboe sah zum Fenster heraus und erkannte ihren tief betrauerten Gatten. Er eilte in das Haus. Liebste Badreboe, rief er entgegen, sage mir, was aus der Lampe geworden ist, oder wir sind verloren. Die Prinzessin zweifelte nun nicht mehr daran, dass die Lampe an dem Unglück schuld sei und fing an, bitterlich zu weinen. Dabei erzählte sie, was geschehen sei. Der Alte war kein anderer als mein Feind, der Zauberer, aber ich bitte dich, hast du denn nie bemerkt, wo er die Lampe aufbewahrt? Er trägt sie wohl eingehüllt unter seinem Gewande auf der Brust und hat sich mir gegenüber oft damit gerühmt, denn er scheint als der Herr des Palastes täglich in diesen Sälen. Da besann sich Aladin auf eine List und sagte, ich muss, um meinen Plan auszuführen, in die nächste Stadt gehen. Wenn ich aber an der verborgenen Pforte klopfe, die zu deinen Gemächern führt, so musst du Sorge tragen, dass mir so rasch als möglich geöffnet wird. Die Prinzessin versprach's in freudiger Hoffnung und im Vertrauen auf die Klugheit ihres Gatten. Und der ging. Nicht lange so traf er einen armen Bauern. Den bat er ihm, sein abgetragenes Kleid zu verkaufen und das tat er sich selbst an und ging danach zu einem Apotheker, bei dem er eine kleine Menge eines bestimmten Salzes erstand. Dann kam er durch die verborgene Tür in das Gelassbad Ruburs zurück. Er sagte ihr, von dem Pulver müsse sie dem Zauber in den Wein streuen, dann werde schon alles zu ihrem Glücke sich wenden. Nicht lange so erschien der Alte und wünschte der schönen Bad Rubur einen guten Morgen. Aber Bad Rubur grüßte ihn noch betrübter als sonst. Kann ich dir einen Gefallen erweisen, schönste Frau so rede, sagte er. Ach, lieber Freund, ich habe daheim zum Frühstück stets ein glasköstlichen Weines getrunken. Sie nannte ihm auch den Namen dieses Weins. Wenn ich nur einen einzigen Schluck davon hätte, würde ich fröhlich werden wie zuvor und all mein Leid vergessen. »Ach« lachte der Zauberer »Das trifft sich gut. Ich habe zwei Flaschen davon in meinem Keller und werde sofort selbst hinabsteigen, um dir eine zu bringen.« Inzwischen nahm Badrubur zwei goldene Becher, schüttete in den einen von dem Pulver, das ihr Aladin gegeben hatte, und als der Zauberer zurückkehrte, füllte sie die Becher und reichte ihm mit dankbarem Lächeln den einen. Der Zauberer trank ihn so gleich leer. Aber kaum war der letzte Tropfen über seine Lippen gekommen, so sank er tiefstem Schlafe auf einen Sessel. Und schon sprang auch Aladin aus dem Nebensaal herein, riss dem Schläfer das Kleid auf und nahm die Wunderlampe an sich. Er enthüllte sie und nach einer Minute stand der Geist vor ihm. »Bring diesen Palast unverzüglich an seinen alten Platz, gebot Aladin, und als die Sonne noch nicht im Mittag stand, war alles geschehen. Der Sultan, der das Wunder mit sprachlosem Staunen sah, ließ sofort ein Ross satteln und sprengte in den Hof und eilte die Stiegen empor, um seine geliebte Tochter in die Arme zu schließen. Nachdem ihm alles berichtet worden war, was inzwischen geschehen, traten sie in das Zimmer, in welchem der Zauberer schlief. schliefst auf. Als sie ihn aber anrührten, merkten sie, dass er gestorben war. Erdes Schlafpulver war für sein Alter zu stark gewesen, und all seinen bösen Anschlägen hatte nun der Tod ein Ziel gesetzt. Nach diesen Ereignissen war schon wieder mehr denn ein Jahr verflossen. Der alte Zauberer schlief in seinem Grabe, und sein Bruder, der auch ein großer Hexenmeister war, wunderte sich, dass er so lange nichts von jenem gehört habe. Da erforschte er durch seine Kunst, dass der Alte gestorben war, und ließ sich auch Zeit und Umstände seines Todes aufs genaueste sagen. Er fasste auf der Stelle den Entschluss, den Tod seines Bruders zu rächen, zog über Ströme und Gebirge, durch Wälder und Wüsten und kam endlich in die Stadt Aladins. Dort hörte er von einer frommen Einsiedlerin namens Fatime erzählen, ging um die Mitternacht zu ihr und sagte, habe keine Furcht vor mir, ich will nur, dass du mir ein Kleid verkaufst und dafür außer reichlichem Golde das meine nimmst. Dein Gold behalte nur, denn ich kann keines gebrauchen, weil ich mich aber vor dir fürchte, so nimm mein Kleid und ziehe deines Weges. So schnell geht das nicht, sagte der Hexenmeister. Erst schneide mir den Bart ab und färbe mir mein Gesicht gleich dem Deinigen und zwar so, dass ich dir ganz ähnlich sehe und dass die Farbe nicht ausgeht. Fatime zündete noch eine Lampe an, nahm einen Pinsel und einen Saft, rieb ihm das Gesicht an und versicherte, dass die Farbe nicht ausginge, weder vom Regen noch von der Sonne. So dann setzte sie ihm ihre eigene Kopfbedeckung aufs Haupt, gab ihm einen Schleier und zeigte ihm, wie er sich damit auf dem Gange durch die Stadt das Gesicht verhüllen müsse. Nachdem dies alles geschehen war, kam den Alten doch eine Furcht an, die Einsiedlerin möchte ihn verraten. Er brach sein Versprechen ihr nichts zu leide zu tun, fasste sie und stürzte sie in einen Brunnen. Nach dieser schlimmen Tat blieb er noch bis zum Morgen in der Einsiedelei und ging darauf in die Stadt, um den Weg zum Palaste zu Sobald die Kunde durch die Straßen lief, die fromme und heilkundige Fatimisa in der Hauptstadt, sammelte sich viel Volk um die vermeintliche Frau und begehrte ihre Hilfe in allerlei Krankheit und Not des Leibes. Durch das Geschrei und den Volksauflauf war auch die Prinzessin Badrubur aufmerksam geworden, und weil sie schon viel Gutes von Fatim gehört hatte, sandte sie einige Sklaven, die wundertätige Alte zu holen. Fromme Frau, sagten die Sklaven, die Prinzessin wünscht euch zu sehen, also kommt und folgt uns. Die Prinzessin erweist mir eine hohe Ehre, antwortete die falsche Fatimä, ich bin bereit, ihr zu gehorchen. Badrubur, die sich sehr freute, die Lebensgeschichte der wundertätigen Alten vernehmen zu können, wies ihr zunächst ein Zimmer zur Ruhe an, denn sie schien nach der langen Wanderung sehr erschöpft. Inzwischen hatte Aladin den Geist gerufen, um von ihm zu erfahren, welche Bewandtnis es mit der frummen Frau Fatimä auf sich habe. Da sprach der Geist, Fatimä ist in der Nacht ermordet worden. Und ist sie nicht hier? fragte Aladin erstaunt. Nein, Herr, so sehr ihr auch staunen möget, die vermeintliche Frau Fatimä ist der Bruder des afrikanischen Zauberers, der die Einsiedlerin getötet hat. In ihren Kleidern hat er sich in euren Palast geschlichen, um seinen Bruder an euch zu räuchen. Sobald er eine Gelegenheit findet, wird er euch seinen zweischneidigen Dolchensherz stoßen. Aladin verlor keinen Augenblick, rief Knechte in Waffen und ließ den Verruchten Zaubereien Ketten legen und in den Turm werfen. Der Sultan aber, nachdem er von seiner Mordtat erfahren hatte, rief das Gericht zusammen, das ihn zum Tode am Galgen verurteilte. Auf diese Weise wurde Aladin von seinen Verfolgern befreit. Wenige Jahre darauf starbte der Sultan in hohem Alter und da keine männlichen Nachkommen hinterließ, folgte ihm die Prinzessin Badrubur auf dem Throne und teilte ihre Herrschaft mit Aladin. Sie regierten viele Jahre hindurch und ihre Untertanen nannten diese glücklichen Jahre das goldene Zeitalter. Das waren zehn der schönsten deutschen Märchen unterschiedlicher Verfasser. Wenn dir das Hörbuch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Video mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen hier oder auf meinem anderen Kanal, lies Einschlafgeschichten wieder. Aber jetzt schlaf gut. Leih schlaf gut. Untertitelung des ZDF, 2020